Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, wunderschönen Hunt-Stream an dem wunderschönen Samstagabend. Wohl mit dabei, ist natürlich auch der Goethex. Hallo, hallo und die Mühne, die Mühne ist auch dabei. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Sonnabend am 17.8. um 19.26 Uhr. Und wir sind immer noch gehypt auf das Update von Hunt, auf das Event, auf den Boss, auf die Map, auf alles, auf die Engine, auf das UI. Ja, da sind wir später irgendwann gehypt, wenn es dann besser ist. Aber der Rest reicht ja auch schon mal. Deswegen, ja, hoffe, euch geht's gut. Hoffe, ihr habt gut bis jetzt das Wochenende genossen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Drops müssen eigentlich auch ansehen, wie es aussieht, glaube ich. Hätte dich so bei dir geguckt wegen Drops? Ja, so ist der Drop schon gelutscht. Jetzt. Oder nicht, ich ging jetzt davon aus. Ist der Drops gelutscht? Ich gucke mal eben kurz nach, bei mir und bei dir und so. Warte, ich gucke mal kurz. Wenn du Drops hast, dann habe ich das eigentlich auch. Ja, warte, ich gucke. Ja, gucke mal, das sieht doch schon gut aus. Das gucke ich auch noch mal eben kurz bei dir in der super tollen gemachten... Hallo, Deceptive Light, würde ich sagen. Ja, Deceptive Light. Mein Gott, ich kann immer sprechen und reden. Hallo. Ja, schön. Du bist da, wie geht's dir? So, ja, sieht gut aus. Ähm, ja, Quest, glaube ich, haben wir hier für die Woche fertig. Ja. Ähm, was hat der denn, was hat der denn für Trade-Dinger? Warum ist es natürlich wieder so warm? Was ist der Rechner? Ach, ich dachte, das wärst du. Nee, ich bin noch am Spitzen. Reis. So. Ähm, was nehme ich denn mal mit? Nehme ich dann... Oh, ich nehme auf jeden Fall Levering. Warte, dann nehmen wir Nekro, nehmen wir das Moped und dann haben wir noch ein Pünktchen übrig und da nehmen wir das. So. So, warte, wir mussten eben hier die Moppeds reinschmeißen und... Hä, hab ich die nicht ausgewusst? Hä? Ach, doch, da oben. Geos-Bomb? Ich glaube, da stimmen wir nicht. Nehme ich was zum Werfen mit? Oder das ist... Ah, komm, ich nehme mal eine kleine Dynamitstange mit, die haben wir noch übrig. Ach, ich habe noch eine Dolch bei. Nehme ich ne... Neh, 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 neh. Mach mal dazu. Ja, sieht doch gut aus. Hast du alles bei. Ja, ich bin auch schon ready. Ready? Ready to rambeeren. Äh, ready, ready to schloppern hier. Hast du die Klicke? Aber so weit von. Hast du ein Netzchen? Ein Netzchen? Meinst du, meinst du, wie das, wie das, wie das, wie das, wie das, ähm, Mobilfunknetz? Ja, genau. Deswegen ist der Mobilfunknetz ja auch so schlecht, der Mobilfunkempfang, weil das ja ein Netz ist. Weil wenn er gut wäre, wäre das ja eine Dicke. Ja, ja. Heißt du, die Klicke ist abgestürzt? Also, die Klicke ist abgestürzt. Die sind immer... Das ist ja schön, dass du den warm gefurzt hast. Schön, dass du eingeschaltet hast, Grimmis. Ja, ist, ähm, ja. Ja, was, ähm, ja. Wie geht's, du steht's. Schön, dass du eingeschaltet hast, und ihr habt so einen Showroom mit dabei. Sind am Munde. Hallo. 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 Oh Gott, Hunde. Ja, warte. Mein Gott. Ja, alles gut. War's alles gut. Ne, weil er gesagt hat, so mein Gott. Ja, weil ich grad gegent habe. Ach so. Grad hab ich schon wieder so ne Müdigkeitsphase, und da ist... Ach doch nicht, da ist nichts. Da ist gar nichts? Wo ist die Kasse? Nein, ich dachte, da wäre Geld. Da ist nichts. Da darfst du so nicht sagen. Da ist Morty. Hallo. Wee. Wee. Private property. The first gold found in Mammonskulch. Thieves will be shot. No exceptions. Okay. Ich steh rüber. Ich will den, äh... Ich will den, äh... Den Daddy sehen. Du willst was? Was? Den Big Daddy. Ah... Weißt du, wo der ist? Nein, aber der ist ja irgendein Boot im Wasser. Ich hab erst verstanden, ich will den Daddy sehen. Wieso? Ja, ich will den Daddy sehen. Den Big Daddy. Dachtest du, du hast damit gewusst, was du damit meinen? Nee, hast du dich nicht klar ausgedrückt? Oh Gott, sind die so niedlich. Ja. Guck mal, die lachen alle. Wer lacht denn da? Ich hol grad den Hinweis, warte. Ich komm, ich... Ich komm zu dir. So, da sind die süßen Kildermäuse, die jetzt weggeflogen sind. Ähm, schlägst du gerade? Ja. Okay. Draußen ist kalt und drinnen ist zu warm? Wie, da bei dir ist draußen zu kalt? Ist doch gut, wenn es draußen kalt ist. Oder nicht? Und drinnen warm. Da kannst du dir überlegen, was du machen willst. Man lässt das Fenster auf und macht das Fenster zu. Kannst du mal warm, kannst du mal kalt machen. Kannst du das Fenster machen zu. Nicht zu kalt. Draußen kalt. Bloß auch draußen ist zu kalt. Hm? Hallo. Irgendwo bellen da Hunde. Ja, ich hab keine Ahnung wo. Ich kenn mich hier noch nicht aus. Oho, oho. Nein. Da nicht. Kalt, aber nicht zu kalt. Und das ist ein Problem, wenn da kalt ist. Ist doch gut. Oft hilft sich an, was anzuziehen. Warum rennt immer nackt draußen rum? Verdammt, schon wieder kalt draußen. Er vertut sich da immer. Mein Gott. Trotzdem nicht kälteren. Echt nicht? Hier sind wir schon angenehm. Na ja, ist halt, wenn die Wohnung dann so aufgereiht, geheizt ist. Ich gehe... Da hinweist, was da hinweist. Da hinweist. Ach nee. Ich dachte, hier wäre schon einer gewesen, weil der so Gift ist. Oh, hier war schon wer. La, Platte. A la carte. Arme. Ja, gut, wenn der keinen Puppe... Wenn der, wenn der, wenn der... Warte. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, auf Durchzug, dann ist das dann echt doof. Das stimmt. Warum ist der La Playa? Der Hund will denn vor uns, auch... Äh, von der Mine. Aufpassen, Raben. Ja, ich wollte... Da sind schon welche beim Boss. Oh, 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 oh. Oh, es gibt drei Punkte. Ach nee, zwei nur. Ja, wenn er gar nichts zieht, ist das echt immer doof. Da bin ich froh, dass er immer so ein bisschen durchzieht. Oh, 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 oh. Die Kutsche ist da unten. Und da ist irgendwo der Boss. Wir müssen aufpassen. Hä? Moment, hier sind Doppelkutsche? Wie, da ist der Kutsch und hier? Was ist das denn? Wie geht das denn? Hä? Ja, war auch schon wer gewesen. Okay. Und... Interessant. Ach so, das ist ein Doppelkutschen, weil da hinten kein Heel ist. Und da schon. Was? Ich finde das Special, Moni. Hm. Esser. Mann, ist das laut. Wie laut kann man schreien? Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwas halt jetzt gehört habe, weil es so laut war. Ja, mal gucken. Hallo. Habt ihr uns gehört? Ja, haben sie. Direkt hinter mir. Direkt hinter mir. Meter oder so. Oder 35. Mein Gott. Alter, was? Ich habe gestern auch noch mal reingeguckt gehabt in dem Stream, wo ich den jetzt gerendert habe. Und da wurde ich auch angeschossen und habe gesagt, während des Streams habe ich den nicht gesehen und dann habe ich erst mal Standbild gemacht. Und der hat, der sah genau aus wie der Fels, wo der drauf stand. Der konnte es auch so nicht sehen. Also da wirklich die Textur von dem Fels gab, wo ich denkst, ach ja, ne klar, den soll man noch so sehen. Ja gut, wenn der Treppenhaus auf dem, äh, die Tür aufmachen muss, ist der Treppenhaus, das ist doch echt doof. Ich schalte mal eben rüber. Ich schalte dich gleich nochmal ein, muss man kurz nochmal neu starten. Warum? Ich muss ja eben kurz eine Sache umstellen. Was denn? Deswegen, ach die Grafik noch. Was denn? Grafik. Ist alles gut. Ach so. Jetzt sieht er dann nicht mal gut durch. Wohl auch gerade, ja gut geht. Bisschen, bisschen Wind ist draußen. Nutzerdaten will den Geladen. So. Ach so, du hast mir, ich dachte, du hast mir eine Einladung schon geschickt. Nein, nein. Starten los. Jetzt warte schon. Die Quai Engine. Hm. Ja. So, warte, ich schlau dich ein. Äh, bap, 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 bap. Haben wir. So, welchen Hunter nehmen wir denn? Nehmen wir den? Pick me, blap, blap, blap. Oh, dem fehlten, dem fehlten Moppet, ja. Warte, ne? War nochmal gesilenced mit? Könnte man nicht machen, ne? So, hab ich da irgendeinen Klimmwimm dran? Ist auch gar nicht dran. Ach, da hat ein Weißen gesehen. Warte mal kurz, der hat, der hat, der hat, der hat, der hat jetzt davon, hat abgemacht? Nö, das ist ja auch noch drin. Okay, verstehe die Anzeige noch nicht. Ich glaube, die ist so ein bisschen, bisschen falsch, die Info. So, warte, dann war das X. Moment. Dann machen wir das so. Okay, warum kauft der die AP-Spritzen denn nicht? Das ist irgendwie strange. So, warte, mag ich vielleicht noch ein Punkt denn ausgeben? Ähm, b-b-b-b-b-b-b-b-b-9 haben wir sogar noch. Gott, ähm. Wo ist denn hier mein, wo ist denn hier mein Tread? Seh, du, ich find den gehört nicht. Nö, warte. So. Fertig. So. Oh, ja, und da los. Wirklich? Ja. Geil. Ich muss gucken, hab ich jetzt die Drops schon anbekommen? Hier ist der Drop von Gelutscht. 71,53%. Oh, stimmt, warte, ich muss mal kurz in der Sache nachgucken. Hallo, ich möchte gerne ins Menü. Jetzt umgeschaltet die Grafik. Gut. Ja, hallo. Cool, dass ich die Musik nicht anhöte. Nicht? So. Wie ist es hier gerade so schwammig an? Was ist das denn? Hünder ist eingeschaltet, hauptsache einen Showdown. Mit dabei ist noch ein Montag. Hallo. Hallo. So. Ich hab gleich schon mal mich auf die Hunde konzentriert. Äh, warte. Eine Sache kurz. Nochmal ändern. Das, das, das. So. Das ist komisch. Hoammig. So. Ähm. Nein. Oh. Wieso Bane da Hunde? Weiß ich nicht. Die Hunde sind gerade noch weggemacht worden. Läuft, läuft vor mir. Ich hab die verfehlt, aber die trifft mich. Ist tot. Liegt da. War die jetzt alleine? Ich weiß es nicht. Liegt auf jeden Fall da. Ja, liegt da noch. Ja, gut gemacht. Sibel. Ja, bei mir ist auch alles gut. Hast du Feuer? Ja, ja. Bei mir ist auch alles gut. Ich höre mal den Hinweis schon. Ja, ich beobachte die gerade mal eben. Lange ist es mir gehörend. Oh, die ist wieder aufgestorben. Wo ist sie denn? Ja, weiß ich nicht. Die rennt gerade weg. Wie die rennt weg? Die hat einen Hit abbekommen. Okay. Ich guck da gerade... Ach, ich kann aber nicht mal aufstehen. Nee. Ich fahr gerade den Shit ab und guck nicht so. Hä? Wie lange ist das so und dann? Achso, stimmt. Wir können ja nochmal looten. Fräulein, Mann. Ich hab 515 Dollar? Warte, ist du... Wo ist das denn? Ich hab null. Ich hab 500. Achso, ich hab den Trade, dass ich auch mehr ausbute. Geld und so. Sie sehen halt nur so spickselig aus. Oh, warte mal. Hier ist das doch gewesen mit der Ente. Äh? War das nicht hier? Hallo. Ja. Ja, dann macht er mal ne starren Screenshot. Und lad's dann am besten hoch. Ja, mach ich gleich nach der Runde. Wenn ich dran denke. Lange nichts mehr gehört? Wie lang... Wie lang meinst du mit lange? Oh Gott, Ramm. Lange. Lange. Sieht cool aus. Wer bist du denn? Hattest du vorher, äh... War da hinten das Dorf? Sieht echt cool aus. Die Stadt da hinten? Hab ich ja nie gesehen. Aber das ist draußen. Ja, ja. What? Warte, da will ich mal kurz gucken. Jetzt mach doch mal die Schrift weg. Keine aus. Ja, ich will nicht wissen, wer es mitgenommen hat. Das ist wirklich cool. Cool. Naja, weiß ich nicht. Ja, aber passt glaube ich nicht dazu. So, wenn sie dazu die Map erweitern würden dann so. Dass man da noch hingehen kann. Aber ich weiß nicht. So eine Stadt. In EFT. Die. Direkten Ausgang, denen, ne? Naja. Naja. Oh, nö. Gehen sie. Ich fahne sie. Das war richtig Wasser. Oh, stimmt. Hier ist auch ein Rohr, was da weg ist. Haben. Hm, die kommen zu uns. Oh, das ist aber nett. Wozu? Warum denn zu uns? Weiß ich nicht, warum die zu uns in die Richtung gehen. Oh Gott. Irgendwo dort schießt was. Ja. Oh, da hinten brennt es auch. Ja. Ja, oder da hinten. Ja, ich hab doch gerade einen. Da hinten laufen wir. Und da gehen gerade Hunde zu dem hin. Ja, die Schüsse kommen halt nicht an. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt, wie weit ich jetzt hochzählen muss. Aufpassen, aber da schließt noch irgendwer. Da sind immer noch Hunde. Alter. Ich bin erschrocken. Die sind irgendwo vor uns. Ja. Ja. Vor mir auf dem Weg. Hat ein Hit. Das ist, wie weit ich jetzt. Als ob ich die nicht getroffen habe. Endlich. Was ist denn? Hä? Hat die nicht auf mich geachtet? Ist der Mut noch irgendwas? Ja, das andere Bounty muss ja auch nirgendwo sein. Willst du mal Bounty nehmen? Und? Ja, doch mal. Warte mal. Hä? Der andere haut nach unten ein bisschen ab. Ja. Warte, können wir looten den? Ja, loote. Loote ich schnell. Ich hab schon mal Feuerland. Okay. Ich bin schon gewundert. Scrappy macht den hier da unten? Ja, genau auf 225 dort. Okay, ich weiß noch nicht, ob der angehalten hat. Vielleicht hat der angehalten. Nee. Ist jetzt irgendwo da. Bounty, such. Bounty, nicht uns suchen. Den suchen. Bounty. Du geh mal hier hoch. Also da, wo du bleibst. Geh mal da längs. Und ich geh hier unten längs. Er ist genau in der Mitte. Ich hab aber keine Sicht mehr. Ich hab mich einmal. Ja gut, man sieht ja die Blitze. Warum lässt er sein Maid eigentlich allein? Hm, weiß ich nicht. Ich kann grad schlecht unterscheiden, ob da deine Blitze sind oder die von denen. Nee, meine... Sein... Also, meine sind... Ach, der rennt weiter. Ja. Ach, lol. Ich hab gedacht, der steht hier irgendwo. Nein. Er rennt gefühlt Richtung Ausgang. Ach so. Aber der sagt, er ist so zwischen uns. Ja, war er auch. Okay. Dann komm ich. Ich hab aber gleich keine Ausnahme mehr. Gut. Gehen Sie, ich hab keine Ausdauer. Gehen Sie, hab ich gesagt. Die Raben hat er gepullt. Hab mir gar keine gehört. Ich bin so weit weg, ich hab die nicht mal gehört. Das ist so ein ganzes Gebiet zwischen uns. Der redet zum anderen Boss-Cupound. Oh, der ist gut. Ja, der ist mir auf der linken Seite. Wie viele von den Club-Mettis laufen denn hier rum? Woop. Wow. Hier ist eine Falle. Meine Fresse. Aufpassen. Ja, okay. Ich renne nicht. Ich war nicht oben lang. Ich konnte gerade da drüber hüpfen. Wo rennt der denn jetzt hin? Jetzt rennt der wieder weg. Boah, geht das mir auf den Kegens. Ja, mir geht das auf den Kegens. Ich kann auch das Spritze ab. Wow. Was? Das ist nicht er. Ja, ja, weiß ich. Wow, mein Gott. Ich höre den schon, sie sehen noch nicht. Ich auch nicht. Auch mein Problem. Oh, doch, da. Wo? Da. Muss weg. So verschwindet dann so schnell deine Markierung. Ich doppelgepinkt, damit die nicht stört. Irgendwo mitten im Wald steht der da. Kommt man hier irgendwie hoch? Bei mir ist wer? Bei mir auch. Okay. Ja, klar. Sicher. Den einen habe ich tot. Sehr gut. Ja, ich muss schon wieder heilen. Oh Gott. Mitten im Wasser. Irgendwo steht eine Falle rum. Hab ich doch gesiepinkt. Ja, aber da warst du nicht. Ja, ich muss schon wieder heilen. Und die andere. Und die andere. Andererseits, ich wissen glaube ich auch nicht, dass ich da liege, weil da war ein Verschottledraht. Danke. Oh Gott. Ich möchte meine AP-Balken, ich wollte gerade sagen, kann ich den Signal voll ein? Ich höre links immer laufen. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Wow. Bei dir? Irgendwo dort. Okay. Ich höre. Wir sind beide draußen. Wollen wir noch in die Mitte oder? Auch raus. Mitte? Ich habe zwei Punkte, mir ist doch egal. Moment mal eben kurz. Irgendwas stimmt aber nicht. Nee, du hast noch ein Bounty, stimmt. Ich wollte gerade sagen, warum läuft die Zeit nicht runter? Ich wollte gerade sagen, warum läuft die Zeit nicht? Wir haben nur noch fünf Minuten. Ich wollte gerade sehen, wie ich denke, warum läuft die Zeit nicht runter? Ich will sie einfach. Cool. Nioh, aua. So, äh... Oh Gott, der Nogator hat doch schon mal einen Minenfight. Es gibt wohl auch jetzt wieder kostenlose Hunter. Ist egal, wie viel Kohle du wohl hast. Irgendwie sind die generell kostenlos, habe ich das Gefühl. Ja, ich meine, wenn du die alle weg hast. Diese, die du jetzt bei dir im Vorrat hast. Hm, okay. Nett. Ja, soll ich mich so richtig foschen ab? Ah, hier ist die Kasse. 250? No, die andere Kasse ist weg. Na gut, dann nehme ich das Ding mit. Ja, das ist komplett. Ja, die andere sind. Ja, das ist das Ding. Da, das ist dein Ding. Also, das ist ein Ding. Da, das ist der Ding. Ja, die andere sind. Ja, das ist es, der Ding. Da, im Moment. Ja! Bisschen was vom Borderlands 2. Wow, okay, da geht es gleich weit runter. So, das ist ein echt alter Line-Up geworden. Geil, hier ist ein Baumstamm gewesen, könnte man rüber. Um kurz zusammenzufassen, wir müssen halt Bounties finden, die Bosse finden und damit dann wieder rausgeben. Genau, inzwischen haben wir halt PvP-Finds. Genau, wo dann noch andere Leute rumlaufen. So, war doch eine schöne Runde. Da waren jetzt nur die beiden, oder? Ne, wir haben mehrere gekillt. Echt, haben wir? No, ich weiß aber gerade nicht, wie viele. Kannst du mir bestimmt gleich sagen, weil man beschützt ja nicht. Ähm, darfst du ausgucken. Oing, 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 oing. Party. Party. Schön. 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 Kann die Musik mal wieder angehen? Okay. So. Also ich habe vier Hunter getötet. Lautdings. Und insgesamt haben wir... Sieht man? Vier. Ne, fünf Tötungen. Oh, schön. Weiß ich nicht wann. Wann hat man das? Okay. Ja, ne, super. Toll. Ja, super gemacht. Toll. Hab ich natürlich alles auf dem Schirm gehabt. Gut. Ja, falls ihr gefallen habt, wird das geliebte. Aber natürlich nicht vergessen. Morgen um 13.20 Uhr wieder einschalten. Tschüss. Tschüss. Wir sind natürlich noch da. War für YouTube. So. Ich glaube, die Stadt aber trotzdem noch einmal... Ich hab auf einmal 73.000... 73.000 Dollar? Ob ich 10.000 Dollar gemerkt hab. Ach, jetzt hab ich wieder vergessen, einen Screenshot durchzuladen. Nein. Vielleicht solltest du das einfach immer währenddessen machen. Ja, ach, da muss ich raus tappen und alles. Ist egal. Komm aber schon häufiger vorbei. Komm aber schon häufiger vorbei. So. Wie ich auf Discord heiße, genauso wie hier. Genau wie auf Twitch. Müsste noch funktionieren. Äh... Funktioniert und addiert es ja nicht. Ah doch. Falsche Tasten drücken. Ja, Moment. Kurz hier die Sprachumstellung. So. Ja. Ich glaube, eben kurz einmal aufgaben. Bis gleich. In the black water marshes. Where the secrets lie. Blood flows like the river. Need the crimson sky. Hounds high all in the distance. Their cries of despair. Hunters tread with caution. Through the heavy air. In black water's depths. We find our fight. Battling the darkness. In the dead of night. With every heartbeat. We face our doom. In black water's depths. There's no escape from gloom. The scrappy's grin is ghastly. His traps are set. We dodge and weave through peril. In the black and wet. The emulator's flames. They lick the knife. As we wade through the bloodshed. Ready for the fight. In black water's depths. We find our fight. Battling the darkness. In the dead of night. We face our doom. We face our doom. In black water's depths. There's no escape from gloom. Through the blood and mine. We forge our path. In the shadow of death. We face its wrath. Yet our spirits don't fall. In this cursed land. In black water's depths. In black water's depths. Together we stand. We face our fight. In black water's depths. We face our fight. We face our fight. The shadow of death. We face our doom. We face our doom. We face our doom. We face our doom. Ich habe einen eben abholen können. Ich kriege da ganz langsam noch rein, jetzt bin ich mal 72 oder 54. Ja, aber mir dauert das noch. So, warte, wir sind rausgekommen. Filter, Auktionen, Preis. Ich brauche, nehm ich halt mit, doch. Ich nehme mal, ich nehme mal Bullet Crabber. Äh, Finning? Zwingen wir mit, ne? Oder machen wir auch. So, heißen Götzen. In the heart of night, where the screams resound. With courage as our guide. Jo, ich glaube, das sieht doch... Ach so, ich hatte gar nicht rüber gestolkert. Egal. Lassen wir da direkt so. Dann lassen wir da direkt so. Cool. In the shadow. The blood and tears. With every step. We make our mark. In the dark water. Where the night is stark. Wo bekle. In the dark water. In the dark water. What the? We make our mark. That doesn't matter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss meine Blutung stoppen. Ja, ja. Ja, auch. Nee, der rett nach hinten weg. Ja, ich komm gleich. Alter. Der kommt um die Eck und trifft. Ich muss eben kurz mich heilen. Oh nein. Ja, genau, bekomme ich sofort einen Hitshot. Egal. Der hat... Jetzt geht die Musik rein. Okay, ich muss gleich einen Tab hier zumachen. Egal, dafür haben wir eben gerade schön abgesagt. Das stimmt. Oh, ich habe eine Zusammenfassung bekommen. Cool. Danke. Äh... Äh... ...die... ...für das Event mehr Buß geben. Welche sind denn dort? Ich habe keine Ahnung, ob es das... Ach da. Der Berli? Du... Ich glaube, ich habe nicht mal Berli. Berli soll angeblich Buß geben. Wer ist Berli jetzt weg? Mach dir das, Berli. Ich glaube, ich nehme einfach mal wieder eine Windfigur. Ja, Moment. Ja, Moment. Ja, Moment. Hä? Wieso bin ich jetzt bei der Friant da drin? Ich habe doch... Sag mal. Hä? Warum? Ich habe doch gerade ein Windbild ausgefunden. Und... So, warte. wenn ich das jetzt nehme? Ach ne. Dann nimmt er die aus. Warum? Dann nimmt er halt nicht mit. Ich hoffe, dass das schnell überarbeitet wird. Der Wurfsperr kostet 150? Ja ne, dann nehme ich die nochmal mit. So. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. 150 ist gar nicht so, naja. Für den Speer? Wenn man den einmal wirft, dann ist er weg. Jetzt lassen wir mal hin. 7254 kriege ich denn... 1 langsam kriege ich da was rein. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 7. 5. 10. 10. 11. 11. The banishing stars Under a starry sky The banishing music Oh, warte mal, ich noch mal hochgeschaltet. Die Musik kippt schon wieder nicht auf. Dankeschön für deine 100 Bits. Dankeschön. Vielen Dank, Deceptive. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Handshowdown. Mit dabei ist noch Mon und Chat, hallo. Hallo, und gerade sind wir auf dem Weg zu East Mountain Mice. Da schütteln wir so richtig unsere Maiskolben. Sind wir hier schon mal gespawnt? Da kommen wir auf den Weg an. Ich gucke hier gerade, wo wir sind. Doch, hier sind wir die Maiskolben, die wir letztens schon baumeln lassen haben. Ach, wo die so vertrocknet aussehen. Juhu. Ja. So vertrocknet wie ich. Guck. Guck, gibt's sogar mein Gesicht. Was sind denn das für Dinger hier? Ist das ein Silo, was umgekippt ist? Oh, da rennen wir sogar an dem Hinweis vorbei. Oh, ja, gut. Gut, dass du aufgepasst hast. Da hinten, lol. Das sieht doch cool aus, die Schneise. Warum ist denn da so eine Schneise? Was ist denn da passiert? Hä? Das ist sehr schneisig dort, bei aufpassen. Ja. Ja. Jetzt... Ich bin doch einfach überlaufen, gerade gar nicht. Jetzt hier kein Schneis. Ich habe auch viele Sachen ein. Oh, Mann, meine Nase, Ju. Ja, der vom Zombie nicht mehr. Hallo, ist denn eine Hive? Ich höre sie Wow, was war das denn gerade? Was denn? Ich bin so schnell nach vorne gedingst Das war so richtig wild Bei mir war das gerade irgendwie so, als ob ich mich gar nicht richtig bewegen kann Das war irgendwie so ein komischer Leck Ja, und ich bin irgendwie so ganz komisch nach vorne geschlittert Also das war so ein bisschen zu schnell Eines Geschmacks Echt, oder war wieder ein Server-Lag? Da ist eine Kutsche Ah, Kutsche Ja, mal Kutschen gucken Ach, das wäre die getrennte Kutsche Oh, das ist eine Kasse Ähm, warum ist das Morty denn da oben schrein? Da sind wir Auf Ping Ja, ich kann vielleicht nicht im Wasser sein Ich habe mich jetzt mitgenommen Ja, hier unten Links daneben Mein Gott, jetzt glaube ich hängen Zeigt er sich natürlich nicht mehr Wer ist da noch? Ja, ich seh ihn halt von dir aus, ne? Ich will hier gar nicht weiter, großartig Ist das ein Lump? Man, ich seh den Kopf immer so ein bisschen Ich hänge hier fest So 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 Aber der war ja nicht der Einzige, oder? Da unten Ich habe ihn auch getroffen Aber er ist nicht tot Fuck Ich habe ja gar keine Dings mitgenommen Das macht ja Sinn Ich hätte mal Ich hätte vielleicht mal Trades auslösen sollen Da warnt einer Das Spiel natürlich nicht Sie sind noch gestorben Aber ich habe da einen neuen Hunter Ach, da ist er Kannst du mich mal holen? Oh Gott Könntest du mich auch schon Wie soll ich dich denn da holen? Der hätte dich nicht gesehen Während du mich aufgehoben hättest Ich glaube schon Ich spielte die Musik wieder nicht Ah, jetzt kommt die Musik Hallo Goblilo Hallo Goblilo 25 Na du? Ich habe 60 Blutmarken Geil Bekommen Wie geht's? Wie steht's? Wie ist es? Äh, was? 60? Warte, ich muss auch mal den Body werfen Geil, ich habe 500 XP bekommen Wie ist es? Der ist Max 1250 Wie Hunter Was haben wir denn da? Guck mal, man kann sich einfach Von Fiantern ausruhen im Grund Hm? Und ich muss jetzt nicht unbedingt sparen Aber Können wir ja trotzdem ausüben Komm, wir nehmen dich mal mit Hä? Moment Wieso? Ach Oh Ich glaube da probiere ich mal Los Loblilo möchte der Welt etwas unglaublich Wichtiges mitteilen Ach, ganz gut Nur etwas warm im Schlüppi Aber Ventilator regelt Und morgen soll es kühler werden Muss bis eine Uhr warten Dann zeigt Arte den Insomnium Livestream vom Summerbriefs Kleiner als drei Oh, ein Haus Das ist ja nice Aber wo ist es auch schon gut Wenn es denn morgen ein bisschen kühler wird Ja, dann um ein Uhr Wünsche ich dir sehr viel Spaß Ja Das ist ja cool Das hört sich doch nice an Warte Ich muss mich ganz hier konzentrieren Mit dem komischen Menü Warte Und ich brauche noch Ich brauche noch Das Ja Ja Machen wir ja ein paar Eilspritzen mit hier So Aber klein Oh, ja, ja, ja Ich glaube das war es Das ist auch ein paar Eilspritzen mit hier Liebe Insomnium Kleiner als drei Davor wird noch Mierke live Gestreamt Wenn ihr wollt Kann ich ja später Nochmal paar Runden Zähne Eure MMR versauen MMR versauen MMR versauen Was Ich weiß nicht Der Fuchs macht da ja noch irgendwann mit Ja, genau Ja, deswegen Ich weiß nicht wann der Fuchs kommt Der Fuchs Es ist Da warten wir Wir warten die ganze Zeit auf den Fuchs schon Da hätte ich schon was gesagt Aber das nächste Mal sein gerne Goblilo Genau Können wir sonst Gerne das nächste Mal MMR versauen ist immer super So So Hab ich jetzt Schon alles zusammengefahren 7556 Mal kurz gucken Wenn das Eingeschaltet Habt ihr einen Tor Und mit dabei sind noch Mooney Hallo 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 Äh Klappe Ich hab auch da gerade kein Feuer mit Was hast du nicht? Kein Feuer mit Also ich meine jetzt Die Silence Feuer Ich hab nur Winfield Feuer Oh Ja Ich sag mal Ich hab auch Feuer bei Aber auch nicht so leise Ist er jetzt in die Kasse? Ach ne Hallo Oh Das ist ein Hive Hier ist ein Zettel Cool Eigentlich Komm her Mein Gott was ist denn das Wissen Ähm Wart mal Ah ne Wir haben gar nicht den extra Boss Ich wollte gerade sagen Bei der Wo gehen wir hin? Diesmal nicht Wart mal Gaswerk? Ja Ja Würde ich sagen Weil da könnten zwei Hinweise sein Oh Gott Meistens tatsächlich auch Also Das war das letzte Mal Warte Okay Ich hab was leises Du hast eben gesagt Du hast nichts leises dabei Ja Wart zum werfen Achso Äh Eine Kuh schreit Oder war das Eidelkuh Oder war die Eidelkuh Oh Ja okay Wenn du das nicht gehört hast Dann war es die Eidelkuh Muss man sich erstmal dran gewöhnen Ich dachte ich hätte da irgendwas komisches gehört Raben Raben Natürlich Hä Da hinten ist ein Hinweis Oh ja Hier war jemand Ja ich wollte gerade sagen Eigentlich tot sein sollte Special Weil er eigentlich leben sollte So rum Okay wo ist der andere Hinweis Ist ja sonst Ist ja sonst nicht nur einer Ist das der da hinten Ja Ich glaube das ist der Wow Ich dachte gerade da wäre eine Falle Ist aber weit Ist sogar Ja guck mal Dann gehen wir in die Richtung Beim Viehhof Beim Black Was ich habe keine Ahnung was steht da Black Black irgendwas Der ist also im Brennen Blackburn Achso Blackburn Uh So Warte mal Ja Schon grüne Aura Du hast was gehabt Ich hatte eine grüne Aura Meine Fresse ist das neblig Neblig? Neblig ja Da hinten so ja Ah okay Ein bisschen im Hintergrund Ach hier schon wieder Das kommt mir bekannt vor Das kenne ich doch nicht Wie ist der Boss immer hier? Ach das war der Horrortrip Letztens Da haben wir keine Wofel? Ja Ach hier sind Handdoller Ja Ich guck gerade mal hier um die Ecke Ich glaube hier rennt ja einer über den Platz Ja ich glaube vielleicht kommt einer bei mir an Der ist tot Sehr gut Oben ist einer Der ist runtergesprungen Ich kann nichts erkennen Oh oh Gehen sie Siehst du auch? Ich hab da hinten auf so ein Fass geschossen Weißt du wo der hingegangen ist der eine? Der runtergesprungen ist Nein Der schiffet auf Der steht glaube ich dahinter aufs 210 Hat einen Hit Ist tot Ich muss mich healen Oh Hinter uns Ja ja ich muss mich healen Aua Das sind zwei Stück Oh Waffe ist leer Ja ich hab den da drin gesehen Ja ich hab den da drin gesehen Ich hab den da drin gesehen Wie das Ding da schl angle ich so Hallo 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 Ach Mann ist wie die Musik Ich hab die Breit 900 an der Wand ab Weil ich das so angehört hatte Ja Ich hab jetzt eigentlich die überhaupt zusammen? Die hab ich auch noch nicht. Zwei Hunter? Warten wir mal, oder insgesamt? Ja, drei Hunter. Ey, okay. So. Ach, da waren die frühen Hunter gar nicht so schlecht. Haben die mal dasselbe wieder? Hä, sind da denn mal die selben, mit der selben Ausrüstung? Ist ja schon wieder da. Ja, hab ich auch gerade gehabt. Scottfield? Ja, ich weiß aber, ich probier doch mal mit dem Ort. Aber die Waffen würde ich ja sowieso mitnehmen. Ähm. Ja. So, das. 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 Musik Musik The Devil's Dead In the Heart of Darkness In this twisted land With Courage as Our Guide And Stealing Hand We Conquer the Fears Of The Devil's Dead In The Devil's Dead We Face Our Fears Battle in the shadows through blood and tears With every step we hold our ground In the devil's den where the lost are found In the devil's den our stories will blend I don't know who is he going to have money off 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 Irgendwo Richtung 270, glaube ich. Ja, hätte ich auch gesagt. Na, da ist ein Hinweis. Hä, was sind da denn manchmal? Oh, da ist aber was... Ich glaube, die haben mich schon angegriffen. Und da scheint auch nicht Wade weg zu sein. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das hört man über die ganze Map gleich. Naja, es hört sich dafür ziemlich nah an. Kanalisierung. Dann lass mal zu den lauten Geräuschen hin. Oh mein Gott. So einer Greystone, wo war sie? Ja. Ah, okay, doch nur bei Preston. Na gut. Ja, sei ja. Ich glaube, das hörst du über die ganze Map immer gleich. Da sind noch irgendwelche Billo-Punkte. Billo-Punkte. Brems128 möchte der Welt etwas unglaublich Wichtiges mitteilen, endlich. Jetzt musste ich 10 Minuten warten, damit ich endlich was schreiben kann. Ich die so... Vor darfst du nicht. Oho, oho. Ne, da will ich nicht hin. Okay, das ist eine Kutsche. Dann will ich den. Siehst du irgendwo? Ich dachte erst, ich hätte hier was gehört. Hier ist Spitzharmonie. Ähm... Ja, ich hab Brand drin. Naja... Nee, ich bleib bei Brand. Oder kann ich die hier... Hier in die Mitte kurz, wenn wir schon hier sind. Oh. Ja, warte. Ich hab eine Lampe. Ja. Ich seh die Mitte wieder nicht. Ich auch nicht. Hallo, süße kleine Fledermäuse. Hallo. 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 Oh. Ich kann jeden so viel Krach, dass man das hört. Für mich hört es dann immer so piep 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 und dann sind wir weg. Ich hab nichts mehr übergeben zu schleichen und dann... Ach so. Das wusste ich nicht. Ich hab gedacht, du wolltest sie fliegen lassen. Schön, fuhnen dir. Ja okay das ist alles da unten Meinst du siebzehn Minuten Ausdauer reichen? Und die Gift? Wieviel? Siebzehn Siebzehn Wie viel Spritzen hast du denn da reingedrückt? Eine große und eine kleine die ich gerade bekommen habe Leichtfüßig ist da Wolltest du die Wolltest du die kleine nicht abgeben? Okay Ich dachte du hast eine Jetzt wo du so viel Geld hast kannst du dir ruhig mal auch eine gönnen Nein Ich muss sparen Ja ist gut ich habe noch ein Minute 53 Noch eine Jetzt bin ich bei drei Stunden Dann geht die Runde gar nicht egal Die Gesundheitsspritze schau mal Die Gesundheitsspritze Ja ist doch kein Problem Machu Sag mal Mordi du kannst dich ganz schön verpissen gehen Dann komm her Achso Boah Was hat er doch? Tinte der kommt her Tinte der kommt her So Sag mal Bellen wegen uns die Hunde da hinten oder? Das ist wahrscheinlich nicht weil wir nicht da sind Oh da habe ich einen gesehen Der ist einer da umgekippt Da rennt noch jemand rum oder? Ja Oh Ja klar Fuck Mich heilen Ja die kostenlosen Hunter sind gut Oh 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 Warte mal Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Von wem? Ja auf mein Handy Damit ich hier Drops bekomme So Wieso hat die eine immer Jedes mal die gleiche Waffe Ja die haben alle immer die Immer das gleiche Die haben alle die der gleiche Ja das sind immer glaube ich auch die gleichen Leute Oder? Ernst Schilling? Ich beschwere mich nicht weil ich habe immer umsonst eine Winfield also Ja beim ersten Slot hast du eine Winfield oder? Ja Und beim dritten was hast du da? Ist da die Romero 77? Warte Mh Mh Den Marathon Dann habe ich eine Romero 77 auf dem dritten Und auf dem vierten habe ich eine Vandale Und auf der zweiten die Marathon Und du auch oder wie? Ne ich habe da Ich habe vergessen wie die heißt die eine Waffe Die eine Schmutzwaffe wo die jeden Schuss nachladen muss Ähm Was ist denn jetzt? So das hast du bei Pack mal das noch rein Pack mal das noch rein Mh So warte Drei große Balken Machen wir noch einen kleinen Mh Ähm Ich kann aber nur einen Botte hier werfen 40 Platz Ja schön So Ich mache nochmal hier fertig. Aber ich bin eben kurz Ah Ja Eine Minute zwei maximal auf Kurze Getränkerückgabe. Bis gleich. She sings her song, a reminder in the bayou you never belong. Oh, hear the hive, her song so bleak, a melody of vengeance of the justice she seeks. With her children of pestilence, she guards her feet. In the depths of the bayou, where the dark secrets sleep. On the misty marshes, where the hell house growl, there are howls and shivers like a haunting growl. We haunt with steel and fire in the bayous breath. Facing down the demons in the land of death. In the hell house, how we find our call. Hunters and men. Wo sind wir denn jetzt? Ja, ma, ich brauche mir jetzt die ganze Zeit bei mir in den Koller, oder wie? Aber dafür ist es schön mit dem Wasserfall. Aber generell ist es mega schön mit der Map. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn sie die anderen Maps bearbeiten mit der neuen Engine. Grohl Slitter in the Dark We fight with grief and courage, leaving our mark. In the hell house, how we find our call. Hunters of the night, standing tall. Wir sind schon wieder im Bienenkoller, jetzt seit der dritten Runde oder vierten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, zu Hanschodom, dabei sind wir noch Moon und Chat, hallo. Hallo. Du durftest gerade auch früher losrennen, ne? Ich glaube schon, ich habe auch nicht darauf geachtet. Ich dachte da irgendwie nicht so drauf. Ich habe gesehen, wenn ich Wum gemacht habe, bin ich schon weg gewesen. Da war ich schon ein wenig. Naja, eigentlich will ich mich auch gar nicht beschweren. Dafür haben wir ja immer schön zwei Hinweise. Es ist trotzdem nur komisch. Stimmt, hier sind immer zwei. Gott, diese Ruckler am Anfang. Ich gehe schon mal zum nächsten. Ne, warte, der andere ist schon gar nicht mehr da, fuck. Ach Mist, natürlich, vielleicht da runter. Da. Motti, komm her. Hallo. Warte mal, können Sie mal bitte brennen? Danke. Oho, oho. Warum haben Sie die so genannt? Kann man die umbenennen? Darf man das? Nein, wenn ein Fuchs gleich da ist, würde ich auch sagen, oho, oho. Ja, und du wunderst dich, worum er direkt wieder geht. Er wird sich mitfreuen. Hm. Da er direkt wieder gehen darf. Ich auch. Eins ist, verstehe ich nicht, warum schreien die Zombies, wenn sie doch gar nichts mehr fühlen können, wenn die brennen. Wieso fühlen die nichts? Wenn alles Zombies sind. Also die laufen mit, keine Ahnung was, mit offenen Wunden rum und so. Und schreien. Schreien. Da haben die einfach Schmerzen. Ich schreien rum. Würden die aber auch so die ganze Zeit schreien. Hallo. Oh Reino. Boah Mann, ich bin gerade nebenbei nochmal ein Ravioli am Essen. Mhm. Und als ich gerade die als ein Stück runtergeschluckt habe, habe ich mich gerade fast hart verschluckt dabei. Oh Gott. Natürlich habe ich gerade keine Money mehr. Ähm. Was ist denn jetzt? Was fackert denn hier alles? Mann, wir haben aber keine Punkte. Deswegen haben wir uns keine... Warum fackert, plackert der Boden bei dir hier auch so hart? Ja. Oha. Hm. Was ist denn jetzt? Was ist denn hier alles? Mann, wir haben aber keine Punkte. Deswegen haben wir uns keine... Warum fackert, plackert der Boden bei dir hier auch so hart? Es ist dies afternoon? Ah. Nooo. Ah. Vielen Dank. Natürlich. Alles gut, man hat ja kein Schuss. Mann, jetzt geh doch noch hoch. Genau hoch! Mach dann halt nicht. Ach genau, natürlich treffe ich. Was ist denn das für ein Berg? Also mau unchillierend ist das nicht? Ist ja auch gleich mau unchillierend. Es versucht dich hier irgendwie... Ist egal, ich bin jetzt gleich ausgebrannt. Mann! Mann! Oh, 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 oh. Nice! Schön! Nice! Du machst das hier! Schön! Schön! Hey, Mark! Okay, ich werde mir die später auf jeden Fall anschauen. Habe ich jetzt gerade meine Waffe gewechselt? Hallo, Krichton? Oder wie spricht mein Name richtig aus? Schön, dass du da bist. Danke fürs Bescheid sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt später. Dankeschön fürs Beischauen. Okay, dann hole ich jetzt mal eben ein Bounty für dich, ja? Ja, kannst du machen. Kannst du kerblich mitbringen. Ich wollte gerade sagen, mach den, ach ja, der Extrabus ist nicht da. Und hallo, Krichton. Sind die bei Split? Warte mal, wo ist... Ich dachte, ihr wäre in der Hals gewesen. Ich kenn mich da nicht aus, da war ich noch nicht, wo du jetzt bist. Ist alles neu. Wie kommen wir denn hier hoch? Na, vielleicht sind die auch bei Mine, weil da sind auch gerade... Gehen wir mal zur Mine. Kommt man anscheinend nicht so einfach hoch. Was ist das denn für ein Geräusch? Weiß ich nicht, wo das denn gehört. Das ist ein komisches Gewehr. Oh. 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 Ah! hab ich mich gerade erschrocken was hier redet wer ach so okay natürlich nicht ich habe mich jetzt auch gehört scheiße da kommen welche gott davon aus der tür ich bleibe mal kurz hier hier muss er machen irgendjemand würde ja machen das schön hier ja das ist richtig ich muss mal kurz hören hinter mir waren schüsse okay die sind okay die kommen von dem anderen kopf oder macht die fenster auf da oben kannst du ja was ja 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 Can we tell you yours? Ich glaube schon, die rennen so dem Fluss entlang. Ja, die sind schon raus. Dann gehe ich mal woanders hin. Oh mein Gott! Und wo kam das denn? Boah, habe ich mich erschrocken. 119 Meter mit der Winfield Kralle? Was? Ja, ne, ist ja. Wie hat denn der Skim, wie hat denn mein Kopf getroffen? Mit Bullet Drop und Laus... Oh ja. Ja, ne, ne, ist ja. What the fuck, habe ich mich erschrocken? Hm? Oh, gut gemacht. Nein. Man, ich glaube, man wird da was treffen. Ich kriege immer nur einen... So. Hat irgendjemand hier geredet? Weiß wo. Ne. Ich glaube, es war meine Musik, dass irgendwie so ein komisches Geräusch war. Ne, ich war es. So. Nehmen wir mal einen kostenlosen Hunter. Wie hatten wir denn? Mit zwei Tötungen. Ja. Ja, ist ja gut gemacht. Haben die mal... Ach ne, warte mal. Das wechselt durch. Also irgendwie bekomme ich jedes Mal den gleichen... Also... Also... Also nicht den gleichen Hunter-Skin, aber... Es ist jedes Mal ein anderer Hunter-Skin. Dabei habe ich jedes Mal die Frontier 73C, die Scott Field, das Messer, die Verbandstasche und die Brandbombe als ersten Hunter. Jedes Mal. Ja. Ich habe dir gesagt, ich will mich nicht beschweren. Ich habe umsonst... Ich auch. Ne Winfield, aber... Aber die haben auch immer die gleichen Sachen dabei. Ja. Na gut. Nehme ich auch. Schottie spiele ich auch gerne. Außer, dass ich das Messer immer austausche zu einem Schlagring, weil... Ja, genau. Dann mache ich auch immer noch. Wegen Morty, da habe ich halt tatsächlich keinen Bock... Mit... einem Messer anzutreten. Das ist cool. Oder wie so eine Blöde... Oder wie so eine Blöde da mit einer Waffe auf dem Morty rumzuhauen. Das ist echt geil. Hä? Nehme ich mit? Das ist gut. Ich brauche bei mir noch ein paar Eilspritzen mit rein. Das bringt mir sowieso nichts. Ich kipp mir sowieso nicht wiederum. Aber danke dir. Mag auch aufs Reinschauen. Warte, ich kann meine Belohnungen erstmal meine beiden abholen. Ich bekomme 160 Handdonner. Und... Und... Eine Shotgun. Warte, ich nehme irgendwas mit, was sich lohnt. Ich habe zwei Punkte. Warte. Was bringt mir, wenn ich auf dem Boden liege? Nichts. Das hat sich auch immer nur One-Click-Runden in den Kopf bekommen. Also... Ja, ist schon laut. Was ich mich gestern gefragt habe... Äh, heute Morgen meine ich. Und zwar... Die haben doch Bullet Drop eingeführt, damit man nicht mehr so oft tradet, oder? Ne. Ne. Weil ich finde, man tradet immer noch ziemlich... Wenn du auf dem Boden liegst, hilft du der Fuchs. Fuchs! Ja, der ist ja nicht da. Der kommt ja nicht. Komm ran! Der kommt ja hier nicht an. Komm ran! Ehe. Neue Maps sind immer Qu... 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 Quinkel. Neue Maps sind neue Quinkel. Keine Ahnung, von wo mal alles beschossen wird. Ach, Winkel. Die neuen Maps sind immer Quinkel. Ja, das stimmt. Richtige Winkeli. Ähm... Da kommt der Fuchs jetzt noch an, oder können wir noch eine Runde machen? Und dann sagt er... Der Fuchs. Der Füchs! Ich glaube, der kommt ja schon. Ich seh ihn! Winkel sind Quinkel. Da machst du nichts. Winkel sind... Naja... Da ist der Finger oben. Da ist der Finger oben. Wer hat alles den neuen Deadpool und Wolverine-Film schon geschaut? Ich nicht. Ich sag nur... Marvel-Jesus. Ich... Ich liebe ja Deadpool. Deadpool. Ich auch. Also Deadpool, Loki und Dr. Strange sind einfach nur richtig cool. Der ist mir zu strange. Aber immer noch ist auf Nummer 1 Deadpool. Und WoW, was? Und der Hund ist auch... Das war richtig... Der Wortwitz. Hallo. 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 Hallo Fuchs. Na? Wie is it? Mach dir mal ein bisschen leiser. Wie is it? Wo is it? Wo is it? Ich seh dich nicht. Wie is it? 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 Ja, it's die Oro-Mine. Ja, it's die Oro-Mine. Aber ich finde, das klingt so wie Oro-Oro. Oro? Oro-Oro. Oro-Oro. Globlilo, ich weiß nicht, ob das heute was wird, aber ich versuch's mal. Irgendeiner macht schon was. Ich bin dabei. So müde. Ich... Ich hab die letzte Zeit auch viel Shooter gespielt und auch viel gesniped. Gucken, ob mir das hilft. Bestimmt. Wenn der da ist, sagt Bescheid. Ich... Moment. Ich bin eigentlich schon da, aber... Er ist schon da. Er ist es. Der Messias. Ah, ich muss noch mal den Fiedel ändern. Ja, stimmt. Der Fuchs ist noch da. Ja, das Füchschen. Dann bin ich auch da. Mit... Und... Et... Was ist denn Cry Spatial hier schon wieder? Der Titel ist zu lang. Und das Füchschen. What the fuck. Ich muss meinen Titel weniger kleiner machen. Er ist zu langs... Ähm... Titel? Der Titel. Oh, jetzt muss ich das neu schreiben. Sag einfach, wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du da bist. Bin ich. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich find den Namen auch von meinem Hunter total toll. Mur doch n Salto. Mach doch n Salto heißt der? Was? Der heißt doch... Mach doch n Salto. Mach doch n Salto. Mach doch n Salto. Ach jetzt. Ach jetzt, ja. Und Jesus. Ah jetzt, ja. Der Kondom-Mann ist am Stahnen. Was? Das kam mir zu überraschen. Der Kondom-Mann wird es nicht mehr. Nein. Hansi Jesus. So, was spielen wir denn hier? Hast du denn schon Hand gespielt? Nein. Sehr gut. Wir spielen Hand, Showdown, Fuchs. Das ist ein Shooter. Und das hat er 1895 gespielt. Wo sehe ich denn, was der Fuchs bei hat? Und jetzt spielt er im Jahre 1896. Wahnsinn. Wo sehe ich denn, was der Fuchs bei hat? Noch gar nichts. Das sind Zombies. Open Profil Report. Ich habe gehört, dass die Medium-Amo-Waffen im Moment ziemlich gut sein sollen. Echt? Dann sag mir welche, dann spiele ich die. Dann habe ich damit mehr Glück. Centennial soll doch ganz gut sein. Centennial? Okay. Welche? Habe ich gehört. Wehe ich gar nicht, ob das stimmt. Ja, muss doch auch so, bin jung. Ja, da tue ich ja jetzt. Du meinst die Winfield Centennial? Ja, ja. Aber die heißen jetzt alle so anders. Und so kurze Schrotflitten sollen ganz schön stark sein. Aber wo ist denn, wie heißt denn hier die Centennial? Ich glaube, die Centennial. Das ist alles ein bisschen, wow. Ja, es gibt Leserknarren und fliegende Autos in der Zukunft. Das ist richtig. Ja. Die müssen ein bisschen reinpatchen. Macht einen auf Star Wars. Richtig, mit den fliegenden Autos da. Die neue UI, da muss ich mich auch einfach dran gewöhnen. Die sieht echt ein bisschen konsolisch aus. Die sieht einfach wild aus. Aber die haben schon gesagt, die ändern es wieder. Änder, also in schöner und besser und noch. Ja, es hat jetzt einfach so viele verschiedene Fenster für verschiedene Dinge. Das frag nicht. Kaum noch Übersicht irgendwie. Aber wie heißt denn, also welche war nochmal die Centennial? Weil die heißt jetzt alles... Die heißt Centennial, glaube ich. Ja, Centennial. Nein, wenn ich Centennial eingebe, dann geht da Centennarium. Also C, C, E, N. Ja. T, E, N? C, C, I, N. Ja. E wie ersticken. N wie Natriumchlorid. Ich weiß, wie Centennial geschrieben wird, aber... Da ist ja vielleicht nur ein Filter oben drin. Und mehr wird Centennial angezeigt. Wenn ich Cent eingebe, dann steht da Centennial. Ja. Alle drei Varianten. Können die auch mal den Skin vollenden? Hier wird einfach viel mehr angezeigt. Ja, manche, ich hab auch gerade gesehen, wenn du hier irgendwie auf Hide lockt und dann lockt wieder reinnimmst, wenn du vorher einen Medium Ammo Filter reingenommen hast, dann zeigen wieder andere Sachen an. Das ist irgendwie ein bisschen wild hier momentan. Das ist alles noch richtig wild. Ja, ja. What? Und der merkt sich auch nicht deine Favoriten und sowas. Gibt's denn überhaupt noch? Ich weiß nicht, wie die Centennial aussieht. X Loadouts. Ja, aber der nimmt auch dieser ganze Loadout. Ich wollte kurz bei Fuchs das eigentlich an. Kann man doch sich das Loadout anschauen. Ja, geht aber nirgendwo. Ich weiß nicht wo. Das ist, das ist... Oh, warte mal, dann ist es... Wie komm ich denn in die Gruppe jetzt nochmal, wo ich euch sehe? STRG. STRG. Nee, achso, da. Zurück zur Lobby. Ich frag mich. Der, der, der da verantwortlich war für das Menü, der war in dem Terrain aufgaben. Der hatte wohl auch. Ja, das ist ja also absolut wild. Ich weiß nicht, was die nicht dabei gedacht haben. Ich weiß es nicht. Wo kann ich jetzt meinen Loadout wieder ändern? Mein Gott. Ich weiß es nicht. Bei Gear. Ich bin immer noch am Suchen mit allem. Ich weiß es nicht. Da. Wir haben jetzt die gleiche Waffe. Das ist doch die hier mit den Schnallen. Ja, sieht doch aus. Und dann mit Teilmantel-Munition oder wie? Munition weiß ich nicht. Also Blutungsmonie, Hochgeschwindigkeit oder... Das soll ich normale nehmen. Ich nehme Blutungsmonie. Ich möchte, dass die bluten. Ja, ich falle sie so nicht wieder um. Wenn man auch immer wieder zurück ins Menü muss. Irgendwo konnte man letztens auch noch sehen, was die Leute beihaben. Ach da. Ah, man muss Leertaste drücken. Natürlich muss man Leertaste drücken. Das ist doch zugegangen. Stimmt, da bleibt nur 10 Sekunden auf. Ah ne, 2 Sekunden. Jetzt kann man ganz kurz gucken. Ach hier. Aha. Man sieht auch nicht mehr, welche Trades ihr bei habt. Ach doch, Siegmann. Drückt da mal E oder Q, genau. Ach ja, stimmt. Ach Gott, ja, ja. Ich möchte ein altes Menü zurück. Okay. Ja, da sieht man aber auch nur den Hunter-Namen und nicht den Spielernamen oben, damit er auch nicht weiß, wer wer ist. Ey, bei mir steht das oben, bei mir steht bei dir Fuchs, Cortax Moon. Ja, ne, aber wenn ich jetzt auf Lowdown gucke, Inspekt Equipment, dann sehe ich es nicht. Ach so. Ja, da musst du ja auch merken, da musst du auch wissen. Da muss ich wissen, wo jeder steht. Da musst du, da musst du, da musst du, da musst du fragen. Ich mach ready, aber ich erst mal meinen Kinder-Maxi-King hier zwischendrin. Kinder-Maxi-King? Oh, was? Und das ohne uns? Ja, wir sind dabei. Der ist da mit uns. Nur wir kriegen gar nichts. Oh, ich hab schon lange keinen Kinder-Maxi-King. Mein Sohn ist ein Stück Kind, hier wird nicht geteilt. Das ist richtig. Aber man kann jetzt richtig viel Geld verdienen. Also, du kannst ja jetzt Geier mitnehmen, da kriegst du mehr Geld raus. Also, das ist ja so, du kannst jetzt ja alles looten, ne? Das muss halt, also jeder kann alles looten. Und, ähm, auch alle Hunter. Und dann ist es so, dass du jetzt Geier verändert hast. Dass du nur diesen Trade hast, kriegst du mehr Geld aus den Huntern raus. Und bei Packesel, ähm, was war bei Packesel nochmal? Dass du auch noch mehr von dem Loot bekommst. Aber da musst du auch den richtigen Pakt im Spiel mitgenommen haben und den ganzen Scheiß. Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Irgendwas passiert. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass du dann auch, also richtig viel Geld aus den Kassen, die du in der Mitte findest, 250 bis, äh, 500 oder sogar mehr, äh, Geld rausbekommen. Also, wir haben aus einer Runde fast 2.000, äh, Geld rausgenommen oder so. 2.000 Geld? Krass. Ich hab das eingeschaltet, ich hab so einen Showroom hinter mir, so Fuchs, Mund und Schreck, hallo. Hallo. Ey, jetzt sind wir schon wieder beim Mean Collar. Was ist denn das? Ja, was ist denn? Das hab ich schon mal im Moment. Centered, centered, Crosshair Position. Center ist Center, also was? Ah, ja, hohoho, dann wurde auch mal Zeit, dass das passiert. Was passiert? Ein Centered Crosshair. Ja, ist richtig, kannst du auch wieder umändern, dass er ist wie früher. Ja, will ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das als Center oder hab ich das nicht als Center? Wenn der Punkt in der Mitte ist. Im Update ist Center. Okay, dann hab ich das nicht geändert. Oh, Leck, hallo? Oh, ist das laut. Ich muss mal eben noch meine Optionen, Moment. Wieder 400. Maximale FPS, over 9000, so läuft das nämlich. Over 9000. Ja, so viel krieg ich nicht zusammen. Oh, die Musik läuft noch. Auf wie viel komm ich denn so? Oh, 170, 180. Sparta. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier nach George hoch. Machine George. Der Georg. Das ist eine Machine. Er hat die Maschinenschlucht, oh yeah. Die Maschine schluckt, oh yeah. Ich hab keine Ahnung. Wer ist die Maschinenschlucht? Achso. Achso. Im Deutschen. Ich umgäng spritzen. Wenn man Geld hat. Und die umgängende Waffe, wenn man Geld hat. Okay, es ist noch ein bisschen ungewohnt, so, wenn man aus dem Sprinten rauskommt, dass das Crossair recht so hoch ist, aber... Das stimmt. Oh mein Gott, die geht es hier runter. Ich bin auch eben in ein Haus reingesprungen, es wird zwei Etagen nach unten gefallen. Ja, das passiert manchmal, da ist es einfach irgendwelche Löcher. Da fällst du einfach immer. Letztens, da wollten wir einen Berg einfach nur runter und dann war das plötzlich so eine Riesenschlucht einfach. Das ist schon nice eigentlich. Das ist echt wild hier. Ich hab ja jetzt schon ein bisschen was zu der neuen Map angeguckt durch ein paar andere Streamer noch. Okay. Hier läuft jemand an, der ist, oh Gott sei Dank. So auf Metall, ich dachte schon, what the fuck. Oh, in die Malzfabrik will ich. Die what? In die Malzfabrik. Die Malzfabrik? Ja, Monteros Malz. Ach so, stimmt. Na ja, wir haben einen Ruckler hier. Wir können uns auch kurz die Kutsche mitnehmen, dann können wir uns einen Trade holen. Können wir machen. Gehen sie. Warne sie. Gibt's die Kutsche? Ach, da kommen wir erst. Ich dachte, die Kutsche war ganz schön. Na, die ist hier. Das hab ich gesehen, es gibt jetzt auch Kühe. Und Schwedermäuse. Ja, Schwedermäuse hab ich auch gesehen. Ich hör die grad irgendwo. Ja, was? Ich hab grad die Filmer gehört, dieses Piep, Piep, Piep. Wie nochmal? Piep, 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 Piep. Ja, ist so, das ist genau wie... Namco. Ja. Piep, Piep, Piep. Die haben uns... Sie ist offen. ...alle lieb. Oh. Bedienen sie sich. Ich kann also mitnehmen. Warte, ich schmeiß was weg. Ach so, warte. Ich hab noch Platz. So. Fertig, weiter. Okay. Kann nicht. Ich schmeiß dir das im Kampf zu. Hier, kannst du auch. Ja, hier. Ich mach's nur vorher an. Ja. Damit's auch warm wird. Hier ist der Kuh. Arme Kerl hier. Ich lass die mal für dich leben, dann. Nee, mach weg. Ja, ich weiß, wie die loszieht. Das hab ich auch schon gesehen. Nein, ich meine, wie die sich anhören. Ich weiß, das hab ich doch gehört. Das weiß ich doch. Das ist süß, wenn die muht. So süß, wie die stirbt. Das wäre für den Marcel-Muhn. Das ist süß, wenn die meinen Nacken-Nalf in den Hals kriegt. Süß, wie die auf meinem... Nacken-Nacken. Süß, wie die auf meinem Grün liegt. Die würde ich, glaube ich, nicht mehr, wenn ich so mage. Ich glaube, die ist auch einfach verpestet. Äh, da hat jemand einen Shot-Up gekriegt? Nee. Hä? Was hab ich da gehört? Ja, manchmal sind die Zauns echt wild. Da weiß ich auch manchmal nicht, was das ist alles. Das sind wie neue Zaun zwischen. Gestern haben wir auch Leute irgendwie relaufen. Guck mal, da steht jemand. Ganz witzig. Das ist ein Clown. Ein Clown? Wenn der da witzig steht. Er macht den Clown im Büro. Wachsen. Wachsen. Hihihihi. Der Witz klappt auch nur in Deutschland, ne? Gleich im Moment, meine Frau ruft an. Hallo, Herr Fuchs. Seine Frau ruft an. Ach so. Hallo, Herr Fuchs. Haben Sie sich gut ausgestattet? Treffen Sie auch was? Wo müssen wir denn hin? Ich geh mich hier nicht aus. Da ist der Kutsch. Und Raben. Ja. Pipi. Ich habe mich angerufen. Kannst du gleich die Waschmaschine anmachen? Ich sage, ja, ja. Nach der Runde. Warum bringen wir ein Bautil? Die ist ja direkt hier nebenan, die Waschmaschine. Mit am Keller. Oh, hier ist eine Waffe drin. Wer eine Waffe will? Ne. Ich bin mit meiner Waffe ziemlich zufrieden. Weiß nicht, ich habe meine noch nicht probiert. Ich auch noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich glaube, probieren ist ein bisschen, tut ein bisschen weh für die Zähne. Wenn es von den Gegner sind, ist das ein Bastard. Natürlich. Und der Wasser macht jetzt auch Geräusche, obwohl keiner drin ist. Sam macht Geräusche. Der blätschert so leicht hier. Wow, habt ihr das auch gehabt? Ja, ich bin gerade zurückgeflogen wieder. Ich auch. Kleine Feline. Aber nur die Zähne. Der Zähne möchte gerne vom Spielkinderspielplatz abgeholt werden. Ja, so ein Bälle-Bälle-Paradies hier. Deswegen haben sie ja jetzt für Leute, die nicht so viel Zeit haben, eine Bälle-Dusche angeboten. Oh, hier kann man unter oder ist es irgendwo hin? So klasse, wenn man manchmal will. Ich höre irgendwas bei mir mit Metall. Hat jemand eine Lampe ausgemacht? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo sind die denn hier? Über mir ist Metall, was da irgendwie... Na ja, die sind, glaube ich, über uns. Nee, ich bin über euch. Hey, du? Nee, du bist ja in die. Ich bin neben euch. Ja, ich glaube, die läuft ja irgendwo. Die sind da oben. Ja, jetzt höre ich was. Aber es ist oben drin, irgendwo. Ja. Nicht erschreckender, da sitzt ein Zombie noch. Oh, da ist eine Tür. Oh, da ist ein Ding. Irgendwo hier vor mir ist was. Oh-oh. Oh-oh. Oh, danke. Ich hör den, glaub ich, da oben rumlaufen, aber ich seh den nicht Jetzt kommt der Zombie hier angewackelt Da oben im Fenster ist was Ja, der kommt irgendwo angefangen Wow, hier unten ist einer Au Nee, wo ist der? Der hat aber gescheppert Och nee Warte, von wo kommt der Gift? Von drinnen Von oben Der hat die Fliegen am Arsch Nee Einen hab ich Oben Sehr gut Guckt man hier rein? Raus, ich weiß was Einer kommt hier an Wer ist hier auf der Treppe? Moon, oder? Ich bin hinter dir, ich bin's Moon, ja hier rechts, da ist einer drin Moon Hä, ich bin's doch Hehehe Trades Ja Der holt den wieder Bin drin Bin drin Nein, hab ich wieder Den auch Los geht's Hallo tot Aufpassen, fallen Und keiner hier Da ist noch ein Trade Also ein Dingens Auch mit den Hunter Schön Ja, hier ist niemand mehr Der ist noch ein Dingens 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 Hier, also der hier draußen Den hab ich von hier gekillt Hab ich mal durch Von Hier Ich mein, das geht Hey Das ist fair Ja Ja klar Ich hab den einen ja auch getraded gehabt Naja, da hat er nicht mehr so viel Leben Also Na So, da liegen hier noch welche Was haben die denn so dabei Schrott Ja, und das nur jemal war Wollen wir noch ein Achso, wir sind halt ziemlich weit oben, aber Wenn ihr Bock auf Kohle noch habt, könnten wir die beiden Kasten in der Mitte noch mitnehmen Achso, ich brauch die nicht Also, kommen wir in den nächsten Dingen, in der nächste Runde Okay Dann haben wir vielleicht nicht noch ein paar Punkte mehr Hast du die ganz normale Einser? Was, Einser? Ähm Die Einser Schotti? Ja, die Romero Ja, die Kleine, ne? Ja, ja Okay Bugshot Bugshot Also hier, ich glaub Was heißt Bugshot ist, glaub ich, Pennyshot, kann das sein? Ne Ne, die umgenannt Irgendwie sowas Aber, äh Headshot Range auf Slug ist zwar höher, aber Bugshot, die andere Munition noch, die hat höhere Damage an sich auf Entfernung Ich bin die Schott hast du drin heute Ne, gar nicht Im Moment hab ich gar nichts drin Im Moment hab ich einfach nur Schock Ja Ja Da muss ich mal auf verbinden Müssen wir nochmal testen Ah, schon war jetzt nur so Centennial war da eh nicht so geil im Close-Range Nebst das, der hat doch Schieds an Wer Ich, weil ich nix treff, deswegen Das ist einfach ihren Kopf bewegt Mist auf, hm So wurde ich noch nie genannt Punkt Ich wollte gerade fragen Ich wollte gerade fragen Hast du ein Ding im Norden Irgendwie so, ah Mist auf Mist auf Mist auf Ey du Mist auf Ich kenn nur Schweinehaufen Aber das ist was anderes Schweinepriester 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 Schweinepisser? Schweinepriester Schweinepriester Achso Genau das Wort Alter Schweinepriester Boah, 200 FPS, 205 Boah Boah Boah, 85 Uhr Boah Da bist du mir in Schuss gesprungen Kann ich nicht dafür Ich blute Hilfe Hilfe Ich bin ich Wieso ich Hilfe Komm her Blute Ja Hey, fickt euch Ich stehe meine Maus über den Tisch ziehe Meine Fresse Was? Habe ich ein Ich bin ein Schwein? Nein Aber es gibt anscheinend jetzt starke, mittlere und starke Blutungen Und du hast gerade ein Schwein geblutet Die gab es schon immer Die gab es doch schon immer, muss ich sagen Das wusste ich vorher gar nicht Dafür gab es auch immer einen Trait, dass du nicht so stark blutest Ja Ich wusste das gar nicht Wenn du eine Stufe 3 Blutungen hast, verlierst du auch richtig dein Leben Bisschen am saften wie ein abgestrochenes Schwein Ackerhoch Schwein So Was haben wir denn schönes? Sieben Nvidia Highlights habe ich aufgenommen in der Runde Krasser Scheiß Ich habe gar nichts, weil ich sehe wieder nichts Letzte Mission Ist wieder Ripp? Ich habe eine Tötung Ja Ach doch nicht Wir geben insgesamt nur eine, oder? Nein Nein Drei Und das killd Wo sehe ich denn noch mal zusammen? Ne Ich weiß es nicht Wo sieht man das? Wo sieht man sowas? Gibt das irgendwo? Das sieht man wenn du bei Je Bei Start bist Also ähm Bei Start Und dann gehst du auf Letzte Mission Ahja links Und dann gehst du auf Statistik Also auf Home Home oben Ja Und dann links die Last Mission Ja ja Da habe ich drauf und dann Da kann ich nicht draufklicken, da passiert nix, ne, da kommt nix, dann bipp, 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 Cool. Super. Ja, falls ihr gefallen habt, solltet ihr das Gelecker, abonniere ich nicht vergessen, wenn du das sonst schon wieder einschalten, tschüss. Tschüss, ich gehe Waschmaschinen ausräumen. Was? Wollt ihr Quartermaster, wollten wir mitnehmen? Sie sind natürlich noch da. Ich nehme mich mit. Quartermaster, geil. Ich wollte schon immer mal mitgenommen werden. Zur Waschmaschine? Ja. Ja. Das ist so ein Ding, Waschmaschinen. Macht schon ein bisschen geil. So. Waschmaschinen machen dich geil. Die leben auf jeden Fall länger, glaube ich. So jetzt. Oh Gott, ey. So, warte mal, was möchten wir jetzt mitnehmen, die Onero? Ja, stimmt. Ja, damit habe ich jetzt gut getroffen, kann es sein, dass sie völliger Schrott ist. Nein. Diese ganz normale kleine... Ja. Da komme ich zurück und will meine Frau fragen, auf welche ich die anstellen soll und sagt, sie schreibt es schon und schrieb bitte auf Feinbächer. Aber die Frage ist jetzt, die Mini oder die andere mit Beil? Ist egal. Schießen tun die beide gleich. Diplomatisches Geballer ist wichtig und richtig, das ist richtig. So. Jetzt verstehe ich, was sie vorhat. Trockner ausräumen und dann die Waschmaschinen trocknenräumen. So, ich dachte aus dem trocknen, der Waschmaschinen war. Nochmal. Ja, man trocknet die... Man räumt die trockene was? Ja. Ja, genau das. Genau da war das. So. Die Schwoddy... Die Sachen trocknen sind noch knapp. Was für... Was läuft hier falsch? Mal gucken, wie viel... Ob ich jetzt mal ne Drops endlich alle abholen kann, den letzten. Ah! 97%! Mann! Ich muss da ja auch mal nachgucken. Wie ist da jetzt eigentlich so ein Klim Bim drin? Kannst du jetzt da bitte ver... Dich ver... Dich ver... Box, weißt du eigentlich, ob man... Ob man so ein Klim Bim nur in einer Waffe dran haben kann? Oder es hat irgendwie die Anzeige Bock? Keine Ahnung. Die kurze Romeo mit Bayer schwankt ein bisschen mehr. Ja gut, dann nehmen wir die kleine Mini. Gut, dann nehmen wir die ohne Bayer. Ich hab die mit bei gehabt. Na gut, dann nehm ich die jetzt halt bei, weil ich hab dafür Geld ausgegeben. Ich hab einfach Geld ausgegeben dafür. Ich nehm gar keine mit. Ich nehm einfach nur die Patronen mit und werf die vom Kopf. So. Mach das! Mach das! Das ist doch grad so aggressiv! Hä? Das war eigentlich grad ironisch und sarkastisch gemeint und irgendwie komisch. Ich hab das Ding dran. Jetzt hat er die Waffe wieder nie ausgerüstet. Ich hab das Ding. Ach warum bin ich denn jetzt eigentlich grad schon wieder so aufgekratzt? Das ist ja richtig nervig. Und das? Ich find's auf jeden Fall cool, wenn ich ein Amulett ausgewählt hab bei der Waffe, aber dann wird die nicht angezeigt. Ein Armulett. Amulett. 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 Die ist so arm, die hat ein Armulett. Amulette? Warum steht da Amulette statt Amulett? Schreib dich auch mal so. Oh. Echt? Ich dachte immer, es wird... Okay. Na guck mal, das ist ja... Ähm... Oh, ich könnte einfach mitnehmen. Wenn ich den so... Ich freu mich schon, äh, Kulti. Und zwar gibt es ja... Wann schaltet man die frei mit dem Kampffass? Es gibt, ähm, ab Stufe C beim Kampfpass, gibt es die Armbrust mit Adlerauge. Und das will ich mal ausprobieren. Oh. 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 Was bist du da? Äh, Burms? Ich mach das Wasserfall vom Trockner leer. Äh, äh. Ach du Scheiß. Damit trocknest du? Was trocknest du da? Das... 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 Ich dachte grad, sowas passiert. Also... Mandello wollten wir jetzt nicht mitgenommen werden. Keine Sorge, wenn es dann wird, das hätte es dir nicht reichen. Challenge accepted. Ich habe gedacht, ich erzähle euch ein bisschen von hier aus. Aber ich glaube, Marcel und ich haben, glaube ich, gerade beide geschockt. Ja, ich bin aber Fuchs gewohnt. Du kannst sagen, wenn er mal nicht aufnimmt, wenn wir sowas oder sowas, das heißt nicht aufnimmt, damit er mal nicht live ist. Oh, was ist das, Blättenhaße? Blättenhaße, ja. Es läuft. Es läuft, habe ich gehört. Es läuft. Es trockne auch. Es läuft. Richtig am Abtrocknen, ne? So. Hopfe auch immer ab. So. Ich würde einfach meinen Mund halten. Ah, warum? Weil ich mich immer so ein bisschen blöd sind, aber... Ja, ist das passiert. Gibt es denn den besten Familienmoden? Ich habe es einfach nur vom Abteil abgeschaut. Das ist vielleicht nicht das beste Vorbild, was? Was? Hallo? Hallo, ist das Ding an? Hallo? 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 Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. So, was... Oh, hier. Was ist hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Wo kann ich denn ausstellen, dass es nur die Trails anzeigt, die ich auch habe, Mann? Der haben, Mann? Weiß ich nicht. Was ist da mit meinem OBS los? Was ist da mit meinem OBS? Der ist noch ganz wild. Es war gerade komplett schwarz, aber jetzt ist wieder alles richtig okay. Mir ist gerade aufgefallen, in zwei Monaten, Marcel. Was? Wir sind auch in drei Monaten. Hui, ui, 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 ui. In vier. Krass. Dann mache ich dich fertig. Da sind wir vier Jahre zusammen. In zwei Monaten. Ei, 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 ei. Hä? Was? Vier. Ich dachte immer, ich kann mir das Datum nicht machen. Äh, ich bin bei dir. Wo soll ich das halten? Wir haben August und im Oktober ist der Zehnte. Der, was? Du verarschst mich schon wieder. Wo soll ich der Siebzehnte? Mein Gott, dann hätten ich ihn genau in zwei Monaten, aber in zwei Monaten ist Oktober. Das ist richtig. Du weißt genau, wie du mich triggerst. Bin ich bei dir im Huhn, die Abendbrust mit der, bin ich auch mal gespannt drauf. Vielleicht, ja, ich dachte mir, vielleicht ist es so ab Stufe 10 beim Pass. Ein bisschen rupfende Stufe. Weil ich dachte mir, vielleicht, ich komme halt so nicht so gut mit der zurecht. Und ich dachte mir, vielleicht ist das für so einen Boops wie mich. Nicht so schlecht, dem auch mal dann spielen zu können. Mal gucken. Ambrust mit der da, ich weiß nicht. Haben die die Range-Fan von Ambrust? Weiß ich nicht. Das macht halt auch keinen Sinn, so, da denkt überhaupt da ins Nimmt. Naja, das klappt halt hart. Darum habe ich mich auch schon gefragt. Verstehen eigentlich die Medaillen oben, diese roten? Die Medaillen? Die Medaillen. Achso, das ist Prestige, okay. Achso. Ich hänge ja bei Match, Found, Wait. Mist. Ja, da sieht man das ja trotzdem. Nee, in dem Level. Achso, nee, da habe ich ja nicht gesehen, weil ich war gerade in dem Pass drin. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Boah, habe ich jetzt eigentlich meine Drops fertig? Kann ich eigentlich den Bowser hier schließen? Nee, ich habe auch noch 7. Ich habe jetzt eine Runde gecarrigt, reicht aber dann, ne? Was? Hallo? Hallo? Hallo, ist das Ding? Tunnel. Tunnel. Tunnel? Ich verstehe dich gar nicht schlecht, ich fange gerade durch den Tunnel. Guck mal schon wieder, wo wir jetzt in der siebten Runde wieder gespawnt sind. Weiß nicht, dein Empfang ist aber auch ganz beschissen. Keine Ahnung. Hallo? Tunnel. Wir sind schon wieder im Miedenkoller, das kann doch nicht sein. Doch, schön, dass du eingeschaltet hast, von Schaudern. Mit dabei sind wir auf Fuchsmut und Schalterlo. Hallo. Haben wir heute uns den Platz hier, keine Ahnung, ähm... Haben wir uns, haben wir uns verdient. Gesichert. Den haben wir uns verdient. Darkest Lied übrigens. Das ist der Boss. Das reserviert zu uns oder so. Hier sind zwei Clues. Und der Boss ist in Dings-Richtung 315-330, bestimmt wieder in der Mitte. Das haben wir uns verdient. Hier ist Witness. Wovon? Ja. Äh... Achso, damit kannst du Dings sehen. Ähm... Hunter und 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 so. Tote. Ja. Wow, was ist das? Ähm... Ein Trade. Nein, ich bin gerade durch die Mett... Also ich bin gerade richtig hin und hergebackt worden. Oh Gott. Während ich durch ne Tür holte. Was macht ihr denn da? Oh Gott. Hau ab. Hau dem los nicht. Genau da... Ach. Genau da, wo du bist, Marcel, bin ich gerade hin und hergebackt worden. Ich habe eine neue, schnelle Aktion, um die Mettis zu töten. Welche? Den Speer reinschmeißen und danach zwei Penny-Shot, äh... äh... Leck, hallo? Hört ihr mich? Ähm, du leistest hier gegen die Wand? Ja. Ja, ich bin gerade rausgeflogen. Okay. Warte ihr mir? Äh, den Speer rein und danach zwei Penny-Shots von der Derringer. Und sie ist tot. Okay. Also ich habe Standbild, ich weiß gerade nicht, was los ist. Ja, du stehst ja gerade auch. Hier sind, hier sind Blatt bei uns. Wir warten ja gerade in dem Dings. Die Frage ist, gehe ich jetzt auf Alt 4 oder warte ich? Muss man eben Heilung kriegen. Wenn du alte Fehlern gehst, dann schneller höchstwahrscheinlich. Und ganz in den Kontexten. Geht das mittlerweile vernünftig, ja? Haben sie das jetzt mal eingestellt? Also bis jetzt hat das immer funktioniert, sobald ich rausgeflogen bin. Ja. Hallo, gibt es hier Heilung? Hallo. Hallo, Heilung. Du Trommel-Shots. Oh Gott. Was denn? Muss man eben kurz ein Zombie hauen, weil der hat gerade den Fuchs verhauen. So ist ein Sattel. So passt er auf mich auf, ja? Ich dachte gerade, hey, was ist denn hier draußen los? Da ist Heilung. Da ist ein Sattel, Marcel. Ja, ich komm. Pyrotechnik. Pyrotechnik. Das ist doch kein Verbreche. Das neue Hand von I. Wir werden noch gekämpft. Das ist ein Verbreche. Händerslied gar nicht, ob du das denn jetzt schon wieder ausgefahmt. Das ist vom Balkon-Ultra, den muss man kennen. Oh, die haben den Boss gefunden, den extra Boss. Ich re-konnektiere. Was? Cry-Engine? Ja. Ist das nicht sehr? Namco. Namco. Wieso habe ich mich nicht gerade geheilt? Ich habe nur zwei Balken. Dann hast du die Heilung wohl nicht genommen. Wo war denn jetzt die Heilung? Wo da hinten auf Elke? Also hier nicht. Du musst den Gang, nein, nimm den Weg weiter, nimm den Weg weiter, nimm den Weg weiter. Nimm die da. Pyrotechnik. Ich habe mich echt nicht geheilt. Das ist doch kein Verbreche. Nee? Oh, guck mal, jetzt hüpft der Fuchs. Fuchs der Hüpfer. Hallo. Jetzt hüpft er nicht mehr. Hey, haben sie dann extra, haben sie dann auch eingeführt in den selben Engine? In den neuen Engine? Was? Das Hüpfen. Anscheinend. Das nehmen wir auch mit. Das war witzig. Das war witzig. Da hatten die Leute Spaß in den Backen. Witzigkeit. Gönkeinigens. Wo geht man hin? Da unten, oder? Witzigkeit. Die müssen wir ja. Du Pressenöl. Was? Du Pressenöl? Du Pressenöl. Der Bus ist schon ohne mich losgefahren hier. Flixbus oder was? Der Flix. Nee, der wird einfach, der wird einfach die Fahrt abgebrochen werden. Und du müsstest im Windows anstrengen. In einer anderen Stadt. Unsere Fahrt endet in München. Ich wollte doch nach Berlin. Ja, schade. Und wann kommen wir ungefähr an? In 21 Stunden. Aber das ist nur drei Kilometer Weg. Ja. Ja. Wir müssen keinen Umweg fahren. Über Prag. Das ist halt echt so, ey. Guckst du manchmal, wie lange braucht ihr zu? Wie lange fährt ihr damit? 14 Stunden? Ich bin noch nie Flixbus gefahren. Ich werde es auch einen Teufel tun, das zu tun. Aber wenn wir in die Mitte gehen, weil jetzt sind die schon am Ausgang. Und dann können wir wenigstens, wenn wir hier schon so das Geld mitnehmen. Ja, stimmt. Und da oben ist noch da. Ja, der oben, den kann man auch noch holen. Na. Oben, der Junge ist da. Der hat ja richtig mit dem Pyrotechniker gespielt, also von daher. So. Smoky Badass. Was? Deine Smoky Badass. Na klar. Ich habe ihn da nicht ausgedacht. Gebe zu, du warst das. Ja, das ist nur ein zweiter Count. Wo gehen wir hier lang? Über die Schienen oder was? Oh, hier in den Bumsräumen. Tschüss. Wer sind da? Ach, die Kamera schrecken uns wieder. Ja. Cool. Sind Kassen da? Eine Kasse ist da, ja. Braucht mir nicht die 1000 raus. Die zweite Kasse ist nicht da. 500. Huh. Hallo, Tam. Hast du ja diesmal rechtzeitig eingeschaltet? Na, wie geht's? Hallo. Wie ist es? Hallo. Komm. Hey. Hey. Schöne neue Map, oder, Fuchs? Ich muss mir die Kompott mal noch angucken. Ich bin jetzt noch nicht so viel gesehen. Na gut, das stimmt. Aber ich finde das von draußen auch das ganze Terrain, äh, mega cool. Ja, sieht schön aus, aber bei so einem Shooter ist es für mich schön nicht immer gleich gut. Was? Wieso? Ja. Wir müssen so. Aber schön ist, heißt nicht, dass man so Sachen, was man so gut sehen kann. Oder vor allem, dass es leckt oder sonst irgendwas, das ist aber das Schlimmste. Oh, ähm. Die kommen näher. Ja. Schon ganz, ja. 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 Die fighten irgendwo da drin. Mein Gott. Diese Hünde immer. Diese Hünde. Diese Hünde. Diese Hünde. Diese dreckige Hünde. Da ist einer. Scheiße, er ist mal weggerannt. Der müsste aber bluten. Äh, der Bounty liegt. Er ist tot. Er ist verblutet. Die Frage ist, ob hier noch mehr Leute sind. Oh, hier liegen sechs Leute. Ja, ist noch einer hinten auf 300, 315. Da hinten. Da hinten. da hinten. Oh, da hinten. Da läuft er. Da läuft er. Da hinterm. Hinterm. Ja. Ja. Ich höre den. Ich seh den noch nicht. Wow. Ja. Ja, schnell looten, bevor die wieder aufstehen. Ich weiß nicht, ob die allein ist. Shotgun dabei. Ich hab mal hier was für euch. Kann ich mal hinstellen. Ich zünd die mal schnell an. Zünd den Knaller. Immer ruhig. Aber hier liegen noch. Hier lagen noch voll viele. Ja, auch gar nicht, was denn da hinten allein ist. Da hinten liegen eins, zwei, drei, vier. Und da liegt der fünfte und das der sechste. Da sind dann zwei Teams. Also da liegt einer. Ja, guck du mal eben, ja. Hier ist der Boden schon wieder am Flackern. Hm. Der Dolch. Da hast du die Dolch genommen. Joink. Da schnappt er sich die Dolch. Die nehmt er. Und da hinten am Gebäude liegen eins, zwei. Da vorne liegt einer. Da hinten. Und links liegen irgendwie ein oder zwei. Der ist aber einfach verblutig hier der andere, ne? Ja. Ja. Möchte ich nicht, also. Ne. Dann sterbe ich lieber. Auflegen, was ich möchte, möchte ich nicht. Boah. Das möchte ich nicht. Joink. Aber wenn man zweimal, wenn man zweimal Kohle aus den Leuten rausbekommt, ist geil. Ja. Ich hab jetzt 1.050. 1.875. Das ist so krass einfach nur. Ja dann. Ich hab 200. 200. Hm. Mhm. Und wieder 175 Dollar. Und der hat ja auch ne Dolch. Ja. Aber der hat nur Blutung. So, 20.50 hab ich. Let's go. 20.50. Hoffentlich bin ich bis dahin in Rente. Aber zu alt bist du schon? Ich hab mir ein Ziel im Leben gesetzt. Oft als 1 in Hand werden. Nee. Weil ich mich spätestens 50 nicht mehr arbeiten muss. Ja gut. Ja gut. Das ist mein Ziel. Ich mach aber auch schlecht. Das spiel ich jetzt noch nur nach Hand. Ficker. Ich mach. Juni aus dem Haus, verpiss dich. Aber ich bin in 7. Jetzt ist mir egal. Geh, lauf. Nee, das ist perfekt passend. Der ist dann 18. Achso. So. Happy Birthday. Oh, da krieg ich nen geschenkten Arsch drin. Tschüss. Ja, tschüss. Hau ab. Oh, Papa. Kasse. Achso. Was hast du Drecksau gesagt? Kasse, Drecksau. Ich hab gesagt Achso. Ich hab Drecksau versprochen. Kasse, Drecksau. Kasse, Drecksau. Also beleidigt. Ich hab gesagt Achso von Goblilo, was er geschrieben hat. Also. Was, Drecksau? Drecksau. Genau das war dann. Hey, wo ist die verfickte Eif? Schnauze Eif. Ja, da mit dem Gelder seid über. Ich glaub ich bin gestern mit über 4000 rausgekommen oder irgendwie sowas. Schnauze Eif. Gut. Ich hab so gesehen. Oh, ne der nacken. Ich hab so gesehen. Du bist ja auch schon mal komplett mar Common. Ich hab schon mal gar nicht eingegangen. Ich hab's ja geklafen. Ja. Achso, ne. Gott, ey. Drecksau. Drecksau. Kassel. Drecksau. Kassel. Drecksau. Ja, Moment mal. Sag ich beim Einkaufen auch immer, so gehen wir jetzt zur Kassel, Drecksau. Drecksau. Können wir nicht einfach laufen. Können wir uns selber zahlen, Drecksau. Aber sie müssen jetzt bezahlen, Drecksau. Sorry, was ist denn jetzt passiert, ich seh wieder nix. Was? Ein Hunter? Ne, zwei, müsste es doch sein. Wir haben insgesamt eine Tötung. Wie ist der denn gestorben? Dann ist er vom Zombie. Wow. Dann nicht. Lame. Ich muss ja nicht alles hier. Boah, ich muss mal so heftig auf Toilette. Ja. Ich muss mal so heftig abstuhlen. Nein. Heute ist aber wild hier, du. Ordentlich in die Schüssel drücken. Nein. Ich muss noch ganz schließlich für kleine Mädchen. So. So. So, Drecksau. Aua. Hey, warte, ich muss den Fuchsen einladen. Der ist raus, der will immer. Pyrotisch. Pyrotisch. Wie ist denn hier mit dem Dings? Lade dich mal schnell ein, damit ich aufs Breit drücken kann. Hab ich doch. Bin schon drin. Kann's gehen. Bis gleich. Bis gleich. Viel Erfolg. So. Warte mal, ich hab mal Punkte zu verteilen, ne? Warte mal, diese neun. Ja, dann nehm ich Heilung mit. Punkte? Ja, das vergesse ich jetzt immer. Ja, ich auch. Das ist irgendwie so. Modify Hunter. Ne, wo ist denn das? Ja, ja. Du musst auf deinen Hunter und dann klickst du links einfach in der Muppe drin. Aber ich... Mir geht das auf den Sack, dass ich die ganze Zeit die anderen Trails da sehe, die aus der Runde mitnehmen. Und so was. Was soll das? Ja, das weiß ich auch nicht. Event-specifisch nicht. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ja, du kannst dich aber sortieren. Was soll das? Aber das bringt noch nix, weil das jedes Mal, nachdem das Spiel neu geschaut hat, dann wieder weg ist. Ja. Hab ich jetzt so Sachen bei? Ja, ich hab Sachen bei. So. Hab auch schon mal hier. Und rum ist Schlam. Was zu trinken. Bis gleich. Bis gleich. Oh nein, ist so verdammt. Oh nein, ist so verdammt. Oh nein. Oh nein. Hierfallilen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will jetzt wissen, was diese Waffe ist. Schreib das da rein jetzt. Krack. Was ist die Waffe? Krack. Krack ist Long Ammo. Hm. Ich hab schon. Alles gut. Hast du mitgenommen? Jaja. So. Dann. Und dann nehmen wir noch Feuer Ammo mit, weil ich muss die ja abfackeln, die Menschen. Muss die Menschen ja abfackeln, oder? Ja, das ist voll schön, oder? Okay. So. Also, UI fuckt mich übel ab. Ich hab einfach gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, aber ne, geht mir wirklich auf den Sack. Ja, aber die haben schon in einem Video gezeigt gehabt, dass sie ja schon am Arbeiten sind und da besser bald aussieht und so, und naja. Achso, ja. Persön. Aber wie viel denn besser so, nach dem Motto, ja, wir haben da drei Menüpunkte geändert, oder? Ja, ich, ja, mal gucken. Ich befreit das überraschend. Ja, eben. Ich befreit das überraschend. Ich befreit das überraschend. Also, das hat irgendwie ein bisschen übersichtlicher ist, auch wenn man Waffen einstellt und dann die Favoriten sich's merkt und alles. Ah. Mir ist das egal, ob das sich die Favoriten merkt oder nicht, ich will einfach nur Übersicht haben. Ja, du hast ja nur Übersicht, wenn man die Favoriten sicher merken würde. Weil dann... Ja, weiß ich nicht. Deswegen... Immer noch nicht geil. Also, das Alte fand ich schon sehr easy übersichtlich. Es gab ein, zwei Menüpunkte, die halt nicht so ein bisschen versteckt waren, aber hier ist ja komplett wild. Ja... Die Leute sagen schon, da sieht ein bisschen aus wie COD irgendwie so. Irgendwie mit den ganzen Menüs oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht wie COD... Ja, vor allen Dingen so, weiß ich nicht, so verworren, was soll das? Warum muss ich unter dem Menüpunkt, um in den Menüpunkt zu kommen? Das ist ja wirklich eine Scheiße. Ich drücke hier X, um da STRG zu drücken und da Enter, dann bist du in dem Menüpunkt, den du brauchst. Ah ne, doch nicht. Ich weiß das auch nicht. Ich weiß nur, dass die Musik schon wieder pausiert hat. Hallo? Ich muss aber sagen, dass ich mich mittlerweile dran gewöhnt habe, aber so schlimm finde ich das einfach jetzt grad gar nicht mehr. Ja, man gewöhnt sich auch dran, aber trotzdem finde ich es irgendwie... Ich mag so unterverstrickte Menüs einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Heißt doch clean, ne? Na, das stimmt schon. Ich will doch einfach nur die Musik hier anhaben. Möchte ich nicht. Jetzt geht der jetzt los. Merke ich auch, ist mir scheißegal. Ich mach erst die Musik an. Da ist mir so scheißegal. Ich spiele die fache Musik an. Nein, es gibt keine Hallos. Hallos ist gestorben. Aber guck mal, wir haben es endlich geschafft. Wir sind neben Minencaller jetzt gespawnt. Also... Ja. Wir sind mal ein bisschen weiter gekommen. Spiel ist eingeschaltet, Top Sun Showdown. Mit dabei sind noch Moon, Fuchs und der Chat. Hallo. Hallo, mit Ö. Wo sind wir denn hier? Ich hab' ich noch nie gesehen. Hab' ich noch nie gesehen, die Wand. Cool. Waren wir hier schon mal gewesen? Du musst live. Servus. Ach du Heiliger. Aha. Ach, hier sind wir. wo der Feind war. Ach, wo der Feind war. Der Feind. Der Feind und der Feind. Der Feind lauert überall. Was? Der auch? Die kleinen Vietnamesen haben Tunnel gegraben. Nein. Doch. Oh. Das war riskant, aber ich hab's überlebt. Die Raben meinst du? Ne, ich bin über so eine Ecke gesprungen und fast nicht auf die andere Seite gekommen. Wieso? Das war knapp gewesen. Das war Knäppchen. Das war ein Reihen gelegt. Oh. Da war ein Zwinkelzwonkel. Da war ein Zwinkelzwonkel. Oh. Hast du auch den neuen Deadpool-Film gesehen? Ne. Hä? Oh, schade. Wieso kommst du irgendwie mal auf Deadpool, wenn du das Zwinkelzwonkel gesagt hast? Weil da Zwinkelzwonkel gesagt wurde viel. In dem Film? Ja. Ernsthaft? Ich muss ja noch mal gucken. Haha. Deswegen kommen wir doch auf Zwinkelzwonkel. Ja, ja. Richtig. Da ja nur. Ja, nur da. Genau. Ich kenn das nicht von da. Ich auch nie. Da wurde's gesagt. Gott, wo müssen wir denn? Ich weiß nicht, ich hab den noch nicht gesehen. Ich bin ja eigentlich ein riesen Deadpool-Fan, aber ich war halt nicht im Kino und bis jetzt hab ich sonst noch nicht geguckt. Ich glaub, wir müssen Richtung 345. Mhm. Ich weiß aber, ich nehm mir noch die Kasse mit und so. Wie ne Kasse? Zwinkelzwonkel. Oh, da wird richtig abgezwonkelt hier. Richtig reingezwonkelt. Einfallzwinkl gleich Ausfallzwonkel. Genau der. Genau der. Richtig abgezwonkelt. Machen wir, kommt man denn jetzt zur Miene runter? Machen wir, kommt man denn jetzt zur Miene runter? Machen wir, kommt man denn jetzt zur Miene runter? Machen wir, kommt man denn jetzt zur Miene runter? Wie kommt man denn da rein? Was haben die denn noch gesagt alles? Ich weiß es nicht. Der andere war reinpeter und sowas. Ja stimmt. Ich hab's ehrlich geschafft, hier runter in die Miene zu kommen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht wo. Ich scheiß unter. Warte mal hier geht's runter. Peter hat auch reingepedert. Auf den Scheißen. Reingepedert. Die Folge auch gesehen, ja. Hä? Oh der Aufzug. Hallo. Warst du Kass holen? Ich such das gerade. Oder? Ja man muss ja eine Etage drüber sein. So, hier. Oh ich kann zwei Kassen öffnen. Wo ist denn die Kasse jetzt? Äh, hier glaube ich. Warte, hier hinten brennt's. Nee, hier brennt's. Ah, hier ist es. Geil in der Kasse. Mein Gott, das ist hier unten verzwegt. 250. Verzwinklzwunkel, das ist hier unten. Drecksau. Ich kann das nicht singen. Was kannst du singen? Drecksau. Ich hoffe es geht hier schlecht. Könnt ihr das? Ich kann überlegen. War das von Tic-Tac-Toe? Ich glaube schon. Ach Gott. Ja, dann kann ich ja bestimmt irgendwie. Ich bin jetzt verdrängt. Ich hoffe es geht hier schlecht. Komm da jetzt mal langsam. Kann ich das mal anschauen? Ja, ich bin ja unterwegs. Ich hab fünf Minuten Ausdauer. Ich komm, geht ab hier. Ich hab so ein bisschen Swinkelzwunkel da und dann geht ab. Ich mach ja schon. Ich versuch ja schon Swinkelzwunkel hier. Ich bin ja schon direkt vorm Compound. Ja, mach doch mal Swinkelzwunkel und dann nehmen wir eine Bounty mit. Damit ich kann hören, du weißt. Eine andere Bounty kommt auch rüber. Okay. Da sterben Leute. Wir sind doch gar nicht da. Oh, hier ist eine Kasse. War mir nicht fertig. Ich lass das jetzt. Kommst du nicht hoch? Doch, kommst du. Himmel. Heute kommen wir so bekannt vor. Ach, da waren wir schon mal. Da hat einer wegen mir die Fensterlehnen zugemacht. Echt? Mhm. Oh Gott, der ist so hässlich. Der macht den Winter zu. Nö, der hat eine Leuchtekugel durch die Luft gesaust. Eine Leuchtekugel. Da oben sind Leute. Aber irgendwo hier im Compound sind auch noch welche. Also da und da. Aber da lag grad jemand. Das ist halt ein Zombie. Oder... Oder... Nee, ich glaub da ist nicht ein toter Spieler. Also das andere Bounty geht Richtung... von... von... von Westen aus rein. Ich mach mal hier auf. Oh, jo, du bist schon da. Hallo? Hier? Warte ich guck. Okay? Ja? Nöööööö? Ich werf was rein. Ich weiß nicht, ob da einer ist, also. Joachim, Deutschland, Marie hieß das Lied. Rechts! Ah ja, stimmt. Ah, da hinter. Tot. Schön. Da hinten. Hat einen Fall und einen Bogen. Gut, schön. Da war bis jetzt immer noch kein Bounty. Naja. Oh, der hat den neuen Bogen schon? Der hat aber reingepayt. Beide da Richtung 345. Der hat aber reingepayt. Schlechter Wurfarm heutzutage. Ich sehe noch zwei Hunter da liegen. Da hinten. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Ein Bounty liegt auch noch. Ja, ich hole mir das. Versuch's mir dazu zu holen. Oh. Genau vor mir. Oh, hier unten drin ist einer. Shotgun. Boah. Bei Fuchs ist noch einer. Ja, ich komm. So, ich muss noch mal gucken. Ja, einer ist auf 270 und einer ist bei Fuchs. Ja, 285. Ja, ja, ja. Wo ist da einen, den du umgehauen hast? Äh. Wurde nur eine Sekunde im holen. Der geht hier hinter. Von rechts brennt irgendwas ab. Der ist sehr nah hier. Guck, ob ich einen Fuchs bekomme. Können wir nicht kommen. Der hat eine Slate, der eine. Ich weiß nicht, wie seine Kollegen da sitzt. Von hier sehen wir. Der läuft ja um auf dem Dach rum, oder was? Oh, ja, ich hole mal kurz den einen, weil der... Wow, what? Da auf der Streppe. Oh, nach oben. Wollte ich mal hin. Aber ich steige, ich ainde ja auf mich, weil der da oben jetzt im Fenster ist. Ne, die sind doch schon gar nicht mehr. Merci. Der ist hart am Chasen dahinten. Irgendwas passiert dahinten? Der tötet den hier Hunter. So, wo ist der andere jetzt? Ja, hinten sind doch mindestens zwei. Irgendwo auf Metall. Ja, die sind da unten drin. Die sind wieder unten. Die sind... Erdgeschoss. Jetzt nochmal Nachschub. Äh, ich geh von hier rein. Bei mir! Draußen? Ja, genau. Direkt zwei Stück bei dir. Ja, ja. Ich hab... Einer ist hier hin. Hier drin. Genau vor mir. Shotgun. Da geh ich nicht rein. Weiß nicht, ob da ein Trade war? Ne, war kein Trade. heroes! Ja, der ist schon. Ja, der ist schon. Oho. Der ist direkt hier vorne? Ja. müssen wir zweimal in die schüsse gerannt er hat sich auch nicht getroffen kein problem und wenn dann ich habe nicht mehr gesehen dass du längst gekommen bist ich habe ihn nur gesehen versuchte irgendwie schon hinzukommen ich finde den hunter nicht wo ist denn das eine bounty das ist eine gute frage ich habe eins muss irgendwo noch hier liegen also hier unten liegt ein toter genau hier auch ein bounty ich habe ein bau und ich habe einen bau und auch nein dass der händler da hätten ich noch ein hand als minuten das muss auch immer was habe ich schon das muss irgendwo bei dir liegen oder ist weiter durch ich sehe auch ganz viel ne du bist ein bounty hier sind ganz schön viele also hier liegt hier liegt einer dann liegt hier einer ok hier liegt noch einer der kann nicht gelootet werden dann liegt da noch ein wir haben doch beide bounties vom hauptboss und nicht von dem zweitboss da oder ist der da unten oh fuck hier liegt noch einer aber der ist schon geplündert ich habe keine ahnung den haben wir auch haben wir denn überhaupt das end ist im moment so eine blöde frage aber wenn das einzelne bounty wenn das stirbt resettet der dann irgendwie ne eigentlich nicht aber ich sehe den auf der karte auch gar nicht mehr eigentlich ich sehe den in der mitte unten ne ich nicht mehr so warte da haben wir hier liegt noch einer ausgebrannt ja bei dir sind da hinten sind noch zwei der ist geplündert ich sehe ja wo die alle liegen hier mit dem trade aber ja ich auch da ist nix bei hier ist halt nichts wir haben alle drei bounties vielleicht einer einer von euch hat bestimmt doppelt darum mich zwei bounties kann ich da irgendwo sehen ich glaube nicht alter ich habe 1050 dollar aus dem raus gezogen na klar ja nice ich habe jetzt 1.700 na dann können wir raus na ist so ich glaube wir haben die die ganze map geholt oder gefühlt gut sein na nicht ganz war noch ein paar die andere die haben wir schon gegenseitig gekillt aber die shotgun ist echt nice die 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 ganz schön stark dann habe ich eben gerade den Einen noch mit der Shotgun, mit dem Messer da weggehackt. Grün weggehackt. Weggebeilt. Abgepeterd. Abgepeterd. Gezwinkelzwonkel, ne? Mal gucken, ob hier beim Boss noch wer rumliegt. Mit der Zwinkelzwonkel-Axt. Ich komm dich hinterher, ich bin alt. Mach nur Licht. Mein Gott. Nee, liegt aber nix, Mon. Oh, da liegt tatsächlich wer. Ja? Da liegt was anscheinend. Ah ja, doch da hinten. Hörot. Ja. Moin, Meister. Hallo. Ich will hier nur looten. Ah, jetzt. Nein. Nein. Ach so. Da kann auch sein. Schwimmkulti. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein oder zwei Bountiers draufgenommen hab. Ja, ist aber dann ja auch bugged. Muss ja dann trotzdem noch angezeigt werden. Ja. So, Zwinkelzwonkel-Shenanigans. Ja. Hier ist Zwinkelzwonkel schon der in der Gänse. Abgezünkelzwonkel. Ich hab noch eine Sticky, wenn ihr einen Meti findet. Meti, Schmetti. Meti, Schmetti. Na, 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 na. Na, na, na. Ich beide mal, eigentlich in Spär überhaupt freischaltet oder was mit Level ist oder wann dafür irgendwas machen muss. 150 auf'n Tisch legen. Was, 150? Nee, 150 kostet die Spär. 150. Ich find der ich ja ganz schön teuer dafür da den einfach wegschmeißen könnte. Du kannst damit aufheben. Ja, wollte grad sagen. Und du kannst damit ziemlich hart zuhauen, weil er ziemlich harten melee damage macht. Ne, jo, davor. Ich muss sich erstmal dran gewöhnen, ob man den Sound später hört von den Waffen. Ja, weil die halt jetzt eingebaut haben, dass du halt den Schall beachten musst, also wie schnell er sich ausbreitet. Kann sein, dass du halt nen Headshot bekommst, bevor du den überhaupt gehörst, dass er abgefeuert wurde. Hm. Oh, Spritzen. Kommt ihr? Ja. Schafft er. Ja. Schafft er. Nein, ich bin alt. Zwinkelzwonkel. Schafft ihr, Zwinkelzwonkel? Zwinkelzwonkel? Zwinkelzwonkel. Fünf, vier, zwei, eins. Nein! 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 Hier! 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 Ja, und dann tust du ganz langsam so runter. So, was haben wir denn? Trinkets Wunkel. Sagt ihr mal, was haben wir denn? Wir haben insgesamt sechs Kills. Gut, sehr gut. Ich guck mir das auch mal irgendwo an. Ich weiß noch, wo denn dann bot ich. 142. Ein Dollar. Ein Dollar. Wo geht das denn überhaupt jetzt noch? Mit Dollar? Ja. Da könnt ihr mal in Kommentaren schreiben. Abonnieren, natürlich vergesst mal. Tschüss. Na, möcht ich nicht. Tschüss. Ey. Kleiner Frechlachs. Der Frechfuchs. Frechlachs. Jetzt sag doch mal, wo ist das? So, wie sind wir da? Natürlich sind wir noch da, aber für YouTube. Was denn? Das Pottischwürfen. Ähm. Wenn du rausgehst, ganz unten bei Progression. Und dann da bei Dark Tribute. Oder direkt da, wo dein Hunter ist. Wenn du STRG drückst, dann steht da oben Dark Tribute. Dann kannst du auf Claim Reward drücken. Ist aber nicht immer 100% garantiert, dass du auch immer siehst, was du bekommst. Manchmal klickst du drauf und dann bekommst du irgendwas. Ach, das Dark Tribute ist das. Na ja, okay. Ja, ja. Okay, got it. So, jetzt hab ich hier ne Quack. Dann hab ich das ja schon ein paar Mal gemacht. Zweimal. Ach, das macht er hier. So einer ist das. Das ist er. Mein Traummann. Das ist er. Mein Traummann. Die Drecktraummann. Das ist er. Mein Traummann. Was? 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 Ich hab ne Stiggy, weil... Achso, warte mal. Ich kann noch Punkte verkeilen. Verkeilen kann ich dich auch. Was? Verkeilen? Ich kann noch richtig Punkte verkeilen. Verkeile mal. Verkeile mal. Ich verkeile die richtige... Die richtig Abverkeilte. Vor allem dieses Unequipped Slot Blabla, das ist so ein Schmutz. Ja, und dann steht da so, ja, du nimmst das hier raus und so. Und dann nimmt er das aber nicht raus. Das ist auch so gut. Du gehst mal in die Fehlermeldung und sagst so, ja cool. Aber das halt nicht. Ich sag ja, weiß ich nicht, als die das UI programmiert haben, war der Typ an dem Tag im Urlaub. Der hat schon Kaffeepause gehabt auf jeden Fall. Musst du da ausweisen, aber. Wie geht denn das? Ja, ja. Tschüss. Wie geht denn das? Schafft ja. Ciao. Schaffste. Wie level habe ich denn überhaupt mit dem Hunter? Nicht, dass ich mit 50 hier reingehe. Das ist auch ein bisschen... Versieht man das? Unten, unten. Wenn du in der Lobby bist, steht da 42... Nee. Doch, 42, 55 zum Beispiel. Neben dem Namen. Ah, 44, 55. Ja, ja, okay. Ach, da. Ja, okay. Da steht er da. Okay. Oh mein Gott. My loadouts. So. Höhenfeld überschreiben. Wie viel zu überschreiben? Warum? Warum? Ich weiß was. Oh, der hat Falsche auf. Wir gucken hier. 97 Prozent. 97 Prozent. Wie kann ich... Wie kann ich das Lordout denn speichern? Ja, du musst da unten irgendwo auf speichern klicken. Da steht aber nicht speichern. Das heißt anders. Aber das ist dann das Richtige. Wenn du denkst, das ist falsch, dann ist das das Richtige. An-Equip-Slot hier, das ist mir ja nix. Nee, das ist das andere. Enter. Auch nicht. Das bringt er aber nix als Speichern, weil der... Du kriegst die Sachen halt nicht, die du auswählst, dann da rein. Weil ich hab bei mir zum Beispiel in meinem Loadout auch zwei Heilspritzen drin. Die packt er nicht mit rein. Cool. Mhm. Das ist nicht. Ja, der war eine Perrafka. Der machen sollte... So. Hat er gesagt, nö. Sollen wir das Wii vorher noch testen, bevor wir das rausbringen? Schon gut, lass mal. Nö, das passt schon. Ah, Quatsch. Aber wollt ihr vielleicht noch was drüber? Nee, gucken, schmucken. Ja, das... Letzte war auch gut. Aber Chef, wir haben ja auch zwei Jahre gebraucht. Ach. Ah. Zwei Jahre, zwei Minuten, wo es so unterschieden. Zwei Jahre, zwei Schmare. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Throwing Spear, 3... Blood Rank 33, aha. So, okay, ist er in einem Momento, por favore. Scusi, scusi. Consumer Body. Ich habe nicht diese. Okay, CC. Scusi, scusi. 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 Einen Yaku? Ehh, ähh... Crack Deutsch. Smiley, AG. So heißt das jetzt. Fieern vẫn close. Einfach gesagt, alles fertig, du Drecksau... Drecksau... He, he, he. genau so, nämlich.. Die haben wir auch die Core New King umbrannt, ne? Die heißt jetzt nur noch Auto 5. Was? Die heißt Auto 5, die Core New King. Ich hab das gestern durch Zufall mal gefunden, als ich meine Waffen durchgegangen habe, und hab mir gesagt, was das denn, Auto 5? War das mit Auto 6? Ne, was ist mit Auto 1 bis 4? Ne, da war einer, da war einer, da war einer genauso, da war einer genauso, ähm, kreativ gewesen bei der Autokennzahlen, ähm, wie einer, der seine Autorei Sexy Cars nennt. Was? Kennst du das nicht mit Sexy Cars? Ich hab, ich hab den ganzen Zusammenhang gerade nicht verstanden. Ja, weil Auto 5, weil einfach, ja, weil der sagt, was ist mit 1 bis 4, sag ich, ja, das ist genauso kreativ, warum man nicht bei 1 anfängt, wie Leute die Autorei Sexy Cars nennt. Wer ist denn der Auto Sexy Cars? Er ist ja das nicht, warte, ich schick dem Bild. Keine Ahnung. Moment. Das ist ja irgendwie Daniel Wert. Was? Nein! Nein! Also, jemand, der richtig Autos macht. Warte, das zeig ich dir. Ähm, okay. Wie gesagt, ich verstehe den Kontext nicht. Ja, Moment. Schick's mir auf mein neues Handy. Was, du, 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 du. Du, 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 du Achso, ja, okay. Ich, äh, Taxi-Car. Für dich, für dich aber keinen von, ne? Okay, wenn er meint. Ja, doch. Es ist fertig, du Drecks. Was gibt's denn die für Easter Eggs noch? Mal ein paar suchen. Vielleicht gibt's das Drecks auf Easter Ecke. Naja, also ich weiß, also einen Easter Egg kenne ich. Wenn ich das gefunden habe, zeige ich es dir. Vorher sage ich es dir auch nicht. Dann musst du mir sagen, welches das ist. Schatz, erinnerst du dich noch, wie glücklich wir vor drei Jahren waren? Aber wir kennen uns doch erst zwei Jahre. Ja, eben. Wow. Den hättest du mir posten müssen. Den kannst du doch nicht so laut sagen. Du kannst doch nicht laut die Sachen vor dir nicht geschicken. Sag mal Marcel. Hä, was? Ich krieg wieder Schläge. Wenn er es eingeschaltet hat, dann schau doch mit dabei. So noch Fuchs, Mund und Schreit. Hallo. 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 Oh, der Boss ist hier. Oh, der Boss ist hier. Holt den Hinweis. Du, Drecksau. Wo ist denn der? Ach, da. Hallo. Hier ist ein Kamin. Ach, Telamin sind da? Ein Kimi. Hier ist ein Kamin. Achso, ich habe wahrscheinlich ein Telamin. Ich warte, bis ihr den Clou habt, dann springt er rein. Ja, ich beeime mich. Hier steht noch Klumpi rum und sowas. Hau ab. Hau ab. Okay. Okay. Ich habe eine Sticky für den. Na, dann gehe ich wieder raus. Du musst ja nochmal eben kurz finden. Wo ist der Vogel? Oben. Ich weiß nicht, wie man hier reinkommt. Da. Da oben ist er. Da hinten. Hallo, ich bin drin. Wo ist er? Ach, da ist er. Hallo. Da gehe ich wieder raus. Wapp. Guck mal, der guckt wie Marcel. Ich bin schon wieder im Brüller. Ganz schön hohl. Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe nichts gesagt. Was hat er gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Was? Hanus? 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 Hat Langenhagen? Hanus? Langenhagen? Langenhagen? Hanus. Hanus. Hanus? Nee, Hanus. 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 Hanus, dem steckt was in seinem Fuß. Hanus. 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 Sag mal, kannst du nichts lesen? Nee, ich meine jetzt, ich dachte gerade, hier ist etwas, was passiert, aber alles gut. Sag mal. Ja, sag mal, hör mal. Hast du nichts zu lesen? Also, sag mal. Sag mal, wie viele Türen gibt es denn hier? Hier oben gibt es ganz schön viele. Guck mal. Da kommt doch niemand drauf. Da wird jemand definitiv reinlaufen. Hier ist eine Waffe irgendwo. Ich liebe die neuen Fallensysteme. Was denn? Wo denn? Oh, okay. Da wird doch niemand drauf gucken. Weil man halt nach unten guckt und nicht nach oben. Das ist echt scheiße, stimmt. Das ist geil einfach. Gibt ja jetzt auch Bärenfallen, die du mitnehmen kannst. Ja, die kannst du mitnehmen. Da sind so drei Stück drin. Oh, hier ist aber ein freches Loch. Ja, der Kamin. Wo denn? Den verdecke ich jetzt auch schön. Ach, hier ist aber auch noch ein Kamin, wo du reinkrabbeln kannst. Ach, hier meinst du. Wie viele Dinger gibt es denn hier? Hier gibt es keine Fallen. Wo ist denn da ein Loch? Zeig mal. Hier oben, 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 oben. Oben? Achso, ich bin hier unten. Ja, da, wo Mone ist. Da. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Ach, da. Oh mein Gott. Ach lol, da geht es auch noch lang. So. Ja, null. Ja, aber warte mal. Guck mal, findet ihr nicht auch, dass es aussieht wie Marcel? Warte, wo ist denn? Wo ist denn das? Nee. Denkt ja keiner, deswegen findet es auch nicht mehr. Nee, falsch. Das ist halt blöd. Auf der anderen Seite war das. Ja, macht dann nichts. Ja. Ich leih mir doch den Witz wieder von Fuchs aus. Findet ihr nicht auch? Das sieht auch wie Marcel. Okay. Das sind zwei Aufgänge. Das heißt, hier hinten muss man aber die Tür hier zumachen. Aha. Da ist eine Tür. Hier ist eine große Tür, ja. Wenn wir dahinter kommen. Oh. Komm mal deine Meinung, Fuchs, ob das wirklich aussieht wie Marcel. Wie viele Eingänge gibt es denn hier? Ganz viele. Der Fuchs ist auf Kabel gegangen, der kann nicht. Ja, ist gut. Hier hat irgendwas geklopft. Irgendwie. Irgendwie was passiert. Irgendwie was umgefallen. Leute, hier kannst du rausgehen. Ich weiß gar nicht, wie man wieder hochkommt. Wo bist du denn? Aha, das ist der Brüller. Ja. Lustig. Guck mal, die sind auf die Muen. Ja, genau. Das ist... Der ist. Da ist schon ein harter Brüller. Das ist mal selben, wenn er so guckt. Hier ist schon einer draußen. Ja. Der will ja auch gucken. Ich bin jetzt auch nur Tür offen, ne? Man muss die Falle auch noch schräg anbringen. Das wäre nice. Achso, wir müssen den Bounty holen. Halt euch den. Oh nein. Schafalle. Ja, drei. Also zwei auf 75 und einer so Richtung 130. Ich hab mal rausgedrungen. So, anders geht das, ne? Ah, ne, sind vier. Ne, sind fünf. Zwei auf 135 da hinten und zwei auf 60, 75. Ja. Ja, die soll mal rankommen. Leider ballert sich grad schon eine Sputzerin. Der kommt da durch, durch die Tür. Oh Gott, der will fast schnell. Ich glaub, wir werfen mehrere. Warte, hier nicht hin, hier nicht hin. Oh mein Gott. Einen hab ich. Gut. Oh mein Gott. Hab zwei. Da unten läuft noch einer. Wow, ich hab echt keine Munition da drin. Oh Gott. Was machst du denn? Ich hab den eigentlich fast, ich hätte den getötet, aber ich hätte keine Munition mehr an meiner Waffe. Die brennen beide, pass auf. Der ist da unten irgendwo. So. Kannst du das Bounty noch holen? Ich hab nix zum Löschen. Äh, wir hielten auf 125,35. Ja, ich hab's gesehen. Der ist schon ausgebrannt. Guck mal, was soll ich da gerade heben, ey? Nach hinten sind die. Ja. Ja, drei Stück. 500 Dollar. Let's go. Alter, das hört sich ja an, ey. Das ist ja wie im schlimmsten Winter. Die sind aber weit weg. Was macht ihr denn da hinten? Weiß ich nicht. Ich seh nur noch einen da hinten. Die laufen irgendwie, keine Ahnung, wo die hinrennen. Da ist Nachschub. Keine Ahnung, die hauen ab oder so. Dann haben wir keinen Bock. Ja, machen wir instrumentell was. Weiß ich nicht. Ich wollte mal den Nachschub holen. Wenn nachs mal Party. Ähm, da hinten sind vier, fünf Leute. What? Verteilt. Drei. Ja, vier vielleicht, ja. Nee, da waren fünf wirklich. Das sind wirklich mehrere. Die können einfach rausgehen. Die können einfach rausgehen. Die wollen doch zu uns. Ja, und dann gehen wir raus. Auf Wiedersehen. Jetzt verschimmeln. Das war gelogen. Ich hasse die alle. Oh, die stinken halt auch. Hart nach. Maggi. Hart nach Drecksau. Das Winkelzwunkel. Nach Zwinkelzwunkel. Hier, damit ihr wisst, dass wir gehen. Hier. Michael Bay. Hauptsache, die wollten beide was reinschmeißen. Ich habe beide, während die was in der Hand hatten, weggeknallt. Oh, das war aber auch so fail. Ich hätte den einen schon längst gekillt, aber ich hatte keine Munizur mehr in der Schrotflinte, sondern durch das schönes Feuer gehüpft, wollte den eigentlich gerade killen und dann hat es Klick gemacht und ich so, oh nein, dann musste ich durch den Feuer nochmal zurück. Ich stehe da an der Tür, Mun geht raus, Klick, rennt durchs Feuer, ah, wisst ihr, was machst du? Ich habe keine Munizur. Bleib halt vor der Tür stehen, guck mir das an. Aber ich habe ihn mir doch noch geholt. Ja, das stimmt. Ich habe mir gesagt, das ist, äh, ich bin noch. Ach, guck mal, hier kannst du sogar hier stehen, das ist ja verrückt. Hier kriegt dich doch keiner. Ja, wir sehen, hm, ich sehe niemanden. Wusstest, dass Dynamit was angeflogen kommt, hm. Ja gut, aber. Da ist er. Aber wenn es um Deckung geht, ist das mega krass, wo ich mich rausgehe. Nicht so weit raus. Marcel, ich bin angekokelt. Hallo, fang mal zurück. Du bist raus. Da sind nur zwei drin. Jetzt. Nein. Marcel, du kokelst mich an. Aua, ich blute. Ich habe keine Sekunden mehr, wenn noch jemand kommt. Ach so, warte, ich guck mal. Ja, die kommen langsam da hinten auf 165 an. Ui. Tschüss. Was ist das für eine Rentner-Asthma-Party, hallo? Ich habe erst wieder gelesen, Rentner-Asi-Party. Rentner-Asi-Party. Ich wusste, ich wusste, ich war erst mal oder so, oder? Wenn ich krank bin. Was? Du warst ein Assi bist? Warte, wenn du warst ein Assi bist. Ich will wirklich erst mal, lass mich in Ruhe. Warte, wir werden angegriffen, Star Wars. Die Teilfighter, komm. Lauf. Cool. Wann hatten wir? Ähm. Gesamte drei Tötungen. Hm. Dann waren wir nur das eine, Ty. Ah, waren ja mal nur ein paar Lumps. War trotzdem sehr spannend, fand ich. Wenn er genauso fandet, lass gerne einen Like, der Abo. Und das kann ich natürlich nicht vergessen, morgen um 13.00 Uhr und dann schalten. Tschüss. Tschüss. Level 50 Hunter, tschüss. Krass, stimmt. Claim Rivat. Bin ja natürlich noch da, was sie betrifft. Martini Hangry Marksman, zweimal. Zweimal? Ich auch. Ja, das ist... Dann nimmst du mich auch nicht auf den Arm. Nee. Lump. Okay, das war hart. Das trifft mich. Interessiert mich nicht. Tschüss. Tschüss. Mach gut, Ralle. So. Den hab ich auf 50. Dann nehmen wir jetzt dich. Warte mal... Ach doch, die Marco kann mit Levering. Das ist ja schön. Dann nehmen wir noch Bulettkrabler. Bulettenkrabler bin ich auch einer. Der Bulettenkrabler, ey. Schön in die Theke rein hier. Leckere Bulettenkrabler. Leckere Bulettenkrabler. Bulettenkrabler auf die Krallen. Ordentliche Bulettenkrabler. Bulettenkrabler zwischen die CR. Hat ja einer die Sicht mitgenommen, damit ich mal gucken kann, wo noch Hunter liegen? Ja, hab ich. Gut. Weil ich hab darauf vergessen. Ich suche nichts Festes. Dann werden ihm meine Oberschenkel gefallen. Mein Gott. Frau sucht man mit Pferdeschwanz. Frisur, egal. Egal. Der ist doch unendlich alt. Gott, ey. So. Party. So, hab ich jetzt endlich mein Moppet hier für dich. Ich mach jetzt Party. Oh, ich hab alle Drops. Ich kann es ausmachen. Was kannst du ausmachen? Den, weiß ich, ich meine, ich kann den Borsche schließen. Ach so. Geh zu. Ach so, die Drops. Ja, die sind gelutscht. Ja, die sind gelutscht. Nein, ich kann es ausmachen. Ach so, die sind gelutscht. Sooo. Ist da den Boden angekommen? Hä? Ich bin jetzt eingeschaltet. Ich habe gesagt, bist du nicht am Boden angekommen? Hab man das gehört? Nee. Hab man das im Voice gehört? Das weiß ich nicht. Ich habe es so gehört die ganze Zeit. Du hast das gehört? Ich habe es nicht gehört. Ach so. Ich habe noch mein restliches Essen gegessen. Und da musste ich halt mit dem Löffel da kurz auskratzen. Das ist richtig. Wie weit sitzt ihr eigentlich auseinander? Zwei Räume. Zwei Räume? Aber ich kann die Tür zumachen. So. Keine Ahnung, wie weit ist das? Das ist nicht gemeint, aber wenn du das so interpretierst. Das ist ein Flur. Das ist ein Flur. Ich kann ja anfangen. Ja, schlechter. Ja, mir wird auch schlechter. Bevor es besser wird, wird schlechter. So. Hihi. Das war aber ein ganz schön schlechter Scherz. Haha. Aber keine Sorge, ab hier wird es nicht schlechter. Ja, das ist doch gut. Was fällt dir noch rein? Komm, hau raus. Du hast schon Luft geholt. Ne, das war so ein Seufdasser. Oh, hier oben ist eine Kasse. Nein. Aber eine Kasse für Geld. Oh. Alarm. Das ist Riech-Alarm. Ich habe doch eine Marke. Komm doch her. Du kannst ja nicht, ne? Du musst eine haben. Kann ja nie. Kann ja nie. Geht doch nie. Da wurde im Kopf gesprungen. Da fuhr ich nicht auf den Kopfkacke. Schon wieder? Schon wieder? Was ist los? Natur, Seck und Kaviar. Das ist Moons Ding. Das ist doch eine Kasse. Ich habe kein Geld. Ich habe Geld. Und wieder 500. Was ist denn hier gut überhaupt von den Trails? Ich habe ja gar keinen. Weiß ich nicht. Ich nehme meistens den immer. Peacekeeper. Ja, muss man gucken, mit was die noch synergieren hier. Ja, das ist auf jeden Fall das Beste. Weil das Restorten hält. Chunk nach dem Bluten. Ja, genau. Das kann sein. Ja, das tut es. Genau. Das war das. Ich habe zu viel gegessen. Ich habe ein bisschen kurz damit hoch. Was? Was? Ja. Ich auch. Ja. Too much information. Musst du gerade sagen, ey. Da haben wir Sachen rausgeknüppelt, ey. Die wären nur schlecht hier. Appel Eggs. Appel Eggs? Abel-Eggs, ja. Kennst du nicht, Werner? Werner. Werner hat immer gerade Abel-Eggs. Wie meh. What? Ich hab die Kugel-Brandmuldi angeschossen, die lebt weiter? Ja, die hat immer noch so einen letzten Schrei, wenn du nicht den Kopf triffst. Brandmuldi, not raw. Ja, hab ich bei mir auch immer gehabt. Deswegen hab ich einfach in den Kopf geschossen. Seh ich aber gar nicht ein. Das ist so eine spezielle Kuh. Dreck so. Jetzt haben wir es einmal benutzt, das dürfe uns auch abusen. So. Dreck sauer. Dreck sauer. So, wir haben das Wort jetzt einmal benutzt, jetzt dürfen wir es auch abusen. Das ist richtig. Sonst sagen die Leute wieder, ja, ja, ja. Swinkel, Swinkel, dann nutzen wir nicht mehr und so. Ja, nicht mehr. Swinkel, Swinkel. Oh, was? What, what, what denn? Der ist ein Ping, ja, der ist ein Ping gepinkt. Oh, oh. Du hast den Easter Egg gefunden. Moment, ich muss den Switch machen. Ja. Jetzt mach doch nicht dazu. Ja, du, ich schieß hier auf Leute, ne? So zur Info. Ja, ist egal, ich esse ein Easter Egg. Ja. Okay, ich komm. Soll ich das erst bekomme? Ich ärgere, weil ich mal Silly sage und dann, oh. Oh, oh. Ich dachte, du wolltest mir irgendeinen Ass zeigen, oder? Ja, genau. Da ist ein Ass, boah. 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 Der Fuchs, ich schieße auf Leute hier. Ich spiele mal viel zu ernst. Hallo. Hallo. Oh, warte mal, ich hab hier so'n Dings drin. Au. Du rätst mir aber genau davor, wo ich schließe. Du kommst ja genau angehüpft. Oh, da kommt die Avto und schießt auf mich. Ich muss los. Scheiße, Hilfe. Scheiße. Hab ihn. Schön. Wo ist die Avto? Da ist noch einer! Das ist noch einer. Von rechts! Da ist die irgendwo. Er holt den wieder! Jaja. Hab ihn einmal! Oh Gott. Von wo? Von links! Zehn von A. der ist oben drauf ja schön du musst mich hier da ist jemand ja es sind einige hab ich hab ich hab ich hab ich oh die Afto die Afto kommt schon wieder kann ich die jetzt holen ja hol die schnell der geht auf mich oh mein Gott der kommt warte jetzt die Afto kann sein ja die Afto Lied sehr gut es liegt hier niemand mehr es liegt hier alle 3, 4, 5 da liegen auch noch 2 das ist 10 ja es ist keiner da ok dann sagen wir gleich mal durch wo die alle so liegen ja ja also hier die 3 liegen hier vorne irgendwo liegt hier noch einer ach ja ich krieg den wieder nicht weil die sind wieder nur 30 30 Waffen hier sehe hallo da will die keiner will ne ne und 2 liegen hier drinnen da hinten liegt auch noch einer er hat sich komplett leer gebollert ja der hat mich aber auch immer nur einmal oder zweimal getroffen ganz knapp und hat mich nie gekillt hier sind Punkte draußen und hier oben ist noch einer oh ich hab zwei Schuss bekommen warte der eine war da weil er hier lang nur 3 wird ja da nur 3 bei uns sind die anderen 2 noch und der letzte den zeige ich euch gleich also ich dachte hier wäre noch mehr erinnert ja nein und hier ist noch einer und hier sind Punkte ja dann erstmal da hoch warte ich muss jetzt mal den einen hier oben looten oder sind die oben zwei mhm diese Raktor da ist einer und hier ist aber warte mal jetzt ein Uppercut Moment 3128 möchte der Welt etwas unglaublich wichtiges mitteilen Bachkipp Bachkipp Bachkippe bitte Kippe was was ist mit der Dachkippe Bachkippe was willst du mit Dachkippe mit dem Chat ich muss den Chat lesen ach so ok da waren zwei wo habt ihr noch einen hier komm mal im Loch warte ich muss mal kurz gucken wie man hier runterkommt einfach hier bei mir hallo 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 ach Kippe so was ist mit den anderen die gehen raus ist okay auch gut für der Geld gegeben ja 175 675 hab ich ja du hast aber auch die Traits und ich hatte die Traits jetzt nicht weil ich neuen Hunter ja genommen hab weil meine auf 50 war ich auch ich auch ich nicht ist ja auch nie warm ne oh hier muss ich wieder hier muss ich wieder ein Bild machen und dann und dann ein Ding neu starten was was ne hier ist da da kannst du reingucken der kuschelt mit seiner Ente 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 so was ist das ne Reference für die Enten Gang okay für Ducktales uuuhu wat Ducktales Ducktales das Fühl dich aber dann nicht keine Ahnung weiß ich nicht war mir nicht so schweres hier bin ich mir Punkt vorgehalten ich hab gedacht du hast hier Knowledge aber sorry ich bin froh dass ich weiß wie man hier läuft ich bin froh dass ich wieder ins D drücken muss ja hey da kommt das so bekannt vor ich weiß wo sie das herkopiert haben warte die kannst du doch hoch ah wat ich wusste das ich wusste nicht das hier das Mauerstück wem 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 kommt das Mauerstück noch bekannt vor das kommt uns allen sehr bekannt vor ja aber das muss man auch parkouren können warte parkour parkour du denkst was nee zack guck hier zack oben aber guck dir mal an Fuchs wie cool das aussieht also das der Hintergrund da hinten ja die Stadt das ist einfach mega cool hallo ey parkour jo komm mal auf den Klonhinweis geil der Klohinweis das war ja auch ein Klo los mit Doppel O oh warte mal ist da ein Sattel mal gucken sieht doch stark nach einem Sattel aus ja Sattel Pferdesäte 100 Dollar von Verbrechen 75 Konzertina Bomb und Dynamite Bundle Dynamite Dynamite TNT Dynamite Alter hat das schon gebrannt der arme Kerl uiuiuiui nichts TNT hat das denn eh von 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 Klim Bim dran an der Waffe hat sich dabei gedacht von 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 TNT 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 Dreck so Treffen Schmiffen ne ich hab ne Aftor damit hast du mich auch nicht gebrochen als ob nein ich hab kein Leben verloren ja gut aber ich hab ja auch absichtlich drum rum geschossen damit er nicht also ok aus dem Himmel ausgeschossen ne da ist so umrandet genau das war dann so alles limps hier so und dann sag mal was war äh gesamt vier Tötungen geil cool das freut mich ich kann übrigens auch nicht mehr gucken lass mich passiert nix mehr ja gut dann mach ich das zu uns sehr gut ja falls ihr gefallen habt solltet ihr das geneigte abon und ich natürlich nicht vergessen morgen um 13.00 Uhr und wir einschalten tschüss tschüss mir hat einer geschrieben Mischen ha Mischen für YouTube natürlich noch da hat auf was was einer hat mir geschrieben ne hier im es gibt ja jetzt anscheinend ein Handchat so hä wo kannst denn das oh lol das stimmt ich hab da auch mal Mischen hast du geschrieben bei mir bei mir steht nur Mischen ich seh nichts Mischen auch nix anderes mir hat einer geschrieben Mischen ha da hat er bestimmt in der hunde geschrieben ja wahrscheinlich dann ok verrückt soo 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 ähm ich bin mal überlegen was nehme ich denn von der Waffe mit irgendetwas Winfield mäßiges was ich kann doch die Marco mitnehmen aus aber hab ich die schon cool crossbow steel bolt Infanterie 73 L der fuck ist das dann das ist wie Windfield die die haben da alle umbenannt die heißt jetzt Infanterie 73 L ja irgendwie so da muss man draufklicken also wenn du Windfield um eine Suche eingibst findest du keine Windfields mehr die gibt es nicht mehr ist ja genau wie Corn and King die heißt ja jetzt Auto 5 ja aber wieso macht man sowas ja weil die Auto 5 keine Ahnung Infanterie 73 L Sniper ja genau das Manufaktur hat sich gedacht ne wir nennen jetzt ein Jahr später nennen wir alle unsere Waffen oben also ne so kann ich mal irgendwas mitnehmen was sich lohnt was sich lohnt ding dong ding dong ich musste was ausprobieren ist mir geschrieben ich hab musste ausprobieren ob ich das höre aber jetzt hab ich eingestellt dass ich bei wenn ich Nachrichten bekomme dass mein Bildschirm angeht damit ich das mitkriege vom Handy oder wie nützt du eigentlich auch die Twitch App Fuchs ne die ist auch richtig Schmutz geworden ich benutze die eh nicht ich würde sich nimmer Schmutz aber ey mittlerweile ist halt hier TikTok auf Wisch gekauft ja älter Falter ja ich hab jetzt eine andere App dafür installiert die ist viel besser ich hab gesehen es gibt jetzt auch Clips auf Twitch also nicht Clips sondern Stories äh die Shorts ja das gibt's ja schon lange Storys ne die Shorts gibt es erst seit 9 nein auf Twitch ich hab doch ja ja nein die gibt's schon sehr lange die gibt's ja fast ein Jahr ich hab die damals schon genutzt also zumindest auf dem Handy du konntest die mal auf dem Handy nur gucken mittlerweile kannst du halt auch am PC sehen aber Shorts gibt's schon echt lange na gut aber dann ist es halt neu mit mit dem PC ja am PC ist neu das ist richtig aber am Handy gibt's schon echt lange da hab ich ich hab das damals schon mal gemacht ich dachte was ist das für ein Scheiß warum soll ich das nutzen achso du hast ja auch Drops naja schön ist eingeschaltet mit dabei sind auf Fuchs, Mund und Schalt hallo 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 ich hab Drops wir haben alle Drops ja wir haben alle Drops und bei mir ist der Drops gelutscht der Drops ist hier lutscht hier sind wir schon wieder hier Drecksau 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 Moon sagt das aber auch mit Nachdruck immer naja das das hast du dahinter da ist auch ja da fühlst du halt auch so ich weiß gar nicht von was da kommt das ist da wird auch und Bluf wieder gelacht einfach ich geh jetzt ja das halt mir auch Drecksau ja ja Moon füllt es ja ja nicht nur Moon wow 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 so wo geh mal hin Mario eigentlich müssen wir mal dir zu dem neuen Boss oh fuck ich hab vergessen Feuer mitzunehmen das Feuer oder Antifeuer 270 Feuerbrand in die Richtung ist der Boss ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß weil den musst du dir echt mal anschauen der ist cool ich kenn den guck dir den jetzt an du musst den jetzt gucken ich weiß auch was der kann nein kennst du nicht der ist neu nein den kannst du gar nicht kennst du gar nicht gesehen im Spiel ich mach alles andere ist KI generiert da ist Nachschub du Drecksau ne ich war Brandmulli da ist ne Kasse Drecksau guck dir den jetzt an du Drecksau guck dir die Kasse an ja der Nachschub wo ist ne Kasse Dreck ich hab doch nicht Drecksau gesagt das hat keiner wo gehen wir jetzt eigentlich hin gehen wir hier nicht zu einem in die Mitte ich denke wir wollten den Dinges hier machen Bach Kippe ja Tattel ich begrüße sie 75 Dollar aber da hinten ist der doch oder da ist auf jeden Fall so ne ja so in die Richtung weil das weil das der Wirbel da drüber ist ist das nicht dann da oh stimmt hä ne der Wirbel ist doch der Boss der andere ah yes ah ok aber der andere ist auch in die Richtung ich geh mal kurz in die Mitte was ist das denn weil wenn du E drückst dann hörst du das du siehst da musst du in dem Moment dahin gucken dann siehst du dass der auch da ist aha naja der ist doch irgendwo ich geh auch mal kurz in die Mitte hallo oh hier ist die Tür nämlich auch Heilung aber so weit weg von hier ist das richtig ja der kann auch richtig über also so wild oh man die gibt's keine zweite Kasse mehr 250 ich hab nur 250 bekommen na komm investier ich nur 30 Punkte so so ab zum Fuchs wie mach ich dir denn am besten ja ich schmeiße ich schmeiße am besten hier ja überall Schurki ich hab keine dann einfach draufballern und rennen weil mit Schurks kannst du die gut auch in die Schurks reinstellen da macht das nicht so viel Schaden wir sind gleich da cool es reifen mich die Feuerwerk Püro Technik Feuerball Junge Feuerball Junge ja rechts höre ich Raben wegfliegen oh mein Gott ouchi rot Bounty liegt da nehm ich mal Schauer Bounty und Resilience hier liegt noch ein Trade wow und du kommst um Ecker und Sterblichkeit sehr unerbittlich unerbittlichkeit ist das Frage ist wo die Leute sind ich seh einen weit weg auf 300 auf 300 ja gerade so seh ich den wir könnten schnell nach Preston gehen ein Mana-Boss-Rubber meinst du ja wenn jemand Special Lemo findet immer normale ich nehm alles ich nehm nochmal normale gefunden nun denkt sich auch ja ob hier ist da der eine kommt oder nicht das ist mir egal was du hast ja eben gesagt es ist rot es kommen Leute jetzt lässt du weg ja aber Marcel hat ja gesagt er auf 300 ist der einzige ähm die sind hinter uns dahinten sind die auf 30 45 ok Marcel hat gesagt auf 300 ja die war nicht vorhin mal ja danach dürfen sie sich noch bewegen hier ist was zum heilen ich warten wir jetzt auf die oder ja jetzt warten wir jetzt bin ich zurückgekommen Hilfe komme wo sind die jetzt ich kann nochmal gucken äh 315 330 da drüben kann sein dass sie da oben drauf gucken ja da oben hat ein hit oh mein gott ach wow warte ich komm danke habe ich schon ok hier geht's zur not auch runter einer kommt durchs wasser jo oh mein gott silence gift habe ich einer ist da unten da ist trefft nix bei mir kommt auch gleich gerne an hier da hinten ist noch irgendwo einer ich habe noch eine sekunde weiß halt nicht wo man hier hochkommen können ohne wasser ist einer ja oh direkt vor mir shotgun habe ich einen nach vor mir direkt vor mir direkt auf mir flack ja ich hole dich eben der ist direkt vor mir ne der war schon ein bisschen weiter in den rest gelaufen glaube ich hab ihn ok jetzt nämlich auch gerade kurz klick gemacht klick da wollte ich den messern alle tot wollten sein hier ist einer der mutter looten ja so liegen drei leichen ja wir kriegen drei neue südwesten in dem dreh südwesten ok ja ich glaube den krieg ich nicht mehr gelootet mal gucken probier mal glück ähm unten liegt noch einer kann ich euch zeigen ich weiß nicht wie man da hinkommt ja ich bin hier genau der ist noch da und und hier oben drüber liegt noch einer kriegt der nicht gut da ist er wenn die jetzt von da kommen ja man kann sich hier hinter den fässern verstecken hat was die kommen ja oh gott ich muss irgendwo rein da und noch einer weiter weg von irgendwo alter was ja 225 255 und einer so 180 ich glaube einer kommt näher einer hat oben einen Hit auf dem Berg die ist tot der andere ist da unten hat nur eine sekunde sicht guck grad ob die auch wieder aufsteht ich weiß nicht wo der da hinten ist oh wir haben auf 222 40 der hat ja scheiße ich war nicht auf dem kopf ein millimeter drüber ja der ist in der Nähe von der den dann wiederholt will ah das bewegt er sich gerade in dem moment ach alles klar du stehst jetzt auf danke danke ja hier kommt einer durch den Wasser ich treff die Olle nicht die war ein Hit nur noch ja die ist da rechts rum ja ich muss mich heilen ich hab nix mehr oh gott da kommt jetzt eine andere Maid schon die hat sich irgendwo versteckt kommt da an der Ecke gleich komm kopf ist geflogen die ist da unten da drin da drin ok warte auf dem Dach ja bin ich auf dem Dach Dach ist tot die hat einen Hit von mir krack da hinten bei mir ist noch einer so ist tot sehr gut haben wir alle sollten alle sein ja sind alle ich seh keinen mehr ja sehr gut gespielt ja das ist Bounty Team gewesen ja na nett hinten im Wasser warte mal wo sind jetzt warte hier ist eine gewesen da ist eine und die andere ist da oben einer ist auf dem Dach ja ja nice nice schön warte hier liegt auch noch wer mhm und hier an der Treppe ach ne den hab ich schon gelootet kann ja auch nicht mehr looten das war der vom Anfang ja ja die eine Treppe hab ich dann im Wasser und dann auf dem Dach auf dem Dach ja 1.191 Dollar ey wenn ich das seh ich hab den Bounty genommen ach ich mach immer jedes Mal hab ich okay ich hab 700 ETF ich seh nix ich hab schon wieder nur 300 hm ja schön gemacht ja dann mhm 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 tschüss seeya nice gespielt ich bin in dem compound im großen gebäude gewesen quasi rausgeschossen ich habe nur gehört dass hochgeklettert ist und dachte halt dass der in diesem gebäude drin ist deswegen gesagt im gebäude aber gut dass du gesehen hast dass da auf dem dach war ich habe dem ja quasi dreck gegenüber paar meter weg soll die drecksau ich habe es geht hier schlecht ich sehe nichts ich habe nur so fähig ich habe auch was für den oh mein gott hä ist er davon gestorben ja da war dann wohl kein fake das ist kein das ist kein das ist kein symbol das ist das sticky symbol jetzt das neue ja dann das ist fake ja wo war wollen wir wo geswinkel zwunkel der gefällt mir ja auch das sieht voll cool aus hier so das ganze gebiet so bitte mit den schienen und so das sieht echt cool aus so viel rückstoß die knarre hab dich zum knuddeln gern warte guck mal hier guck ok was ist passiert ich habe gebrannt ich war vergiftet ich habe geblutet ja da hast du den erfolg bekommt wenn du nicht hattest hab ich schon ich habe mal absichtlich glaube ich gemacht mit irgendwem eigentlich auch ich mache ich mache solche sachen auch nur absichtlich naja klar bei dir war das kein fail fail was du lassen weißt na klasse boah kratzen die runden echt geil kaum ist der fuchs da aber die abgefuchste so geil was hatten wir denn erzählt mal ähm sieben kills wow wow das ist aber schrecklich wow da geht mir ja quasi die hutschnurft da geht mir der stoff liegt mir der schlöpfer weg weil ihr euch auch der schlöpfer weg geflogen ist schreibt mir in die kommentare abonniert natürlich nicht vergessen wenn du dann schon wieder einschalten tschüss 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 haben wir auch nicht vergessen guckst jetzt immer schön nekro immer dazukaufen weil ich weiß nicht ob du da schon weißt aber mit dem neuen addon ist das jetzt äh mit dem neuen update ist das so dass äh wenn dass du nur einmal nico benutzen kannst und ähm wenn du es benutzt hast dann verbrennt der dann und dann musst du ihn dann immer wieder neu kaufen gut tschüss oh deswegen ist das auch so geil wir jetzt gegen einzelspieler kämpfen und die einmal umgefallen sind Oder wenn die wieder einmal aufgestanden sind, dann können sie halt nicht noch mal ein zweites Mal aufstehen. Good to know. Richtig cool. Ich hab mich tatsächlich ein bisschen genervt mit denen, als ich spiele. Ich hab aber noch nicht reingenekrot. Ich hab denen immer noch dabei. Ich hab dich ab, nekron. Ich muss immer noch Leute abfackeln. Erst buddeln, dann knuddeln, ne? Ja. Zinkel, zwonkel, kleiner Stern. Ich habe dich zum Knuddeln gern. Ja, das hört sich ja. Das hört sich ja wie so ein Spruch von Knuddel, ne? Knuddel, 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 knuddel. Ist mein allerliebster Schnuffel. Ist mein allerliebster Stern. Hab dich zum Knuddeln gern. Ich muss rauern. Weißt du noch, vor vier Jahren und vier Monaten nicht zum Knuddeln? Weißt du noch, vor drei Jahren und elf Monaten? Warum wir in den drei Monaten vier Jahre zusammen sein, weißt du noch? Vor vier Jahren und vier Monaten. Ich hab zu meiner Frau auch noch gesagt, Schatz, du bist nicht hässlich, Tageslicht steht dir einfach nur nicht so gut. Feindungseingerechnet. Der Tod setzt du sofort ein. Der hat mich angeguckt und hat gesagt, bin ich nicht so fetter, hässlicher Mann wie du. Und dann haben wir uns den Kuss gegeben. So ist das. So hab ich auch gesagt, ich sag, ob ich so gucke oder so, du bist dann bleibst ein hässlicher Vogel, Schatz. Nee, ich will bei euch, mein Leben ist mir viel mehr wert. Mach mal ready, Kotak, was ist da los eigentlich? Ja, ich suche immer noch eine Winfield. Und du zwinkelst, wunkelst da. Ja, ich zwinkelst, wunkel mit der Winfield, ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, ich denke hier, äh, bla bla bla. Ja, das ist die. Stimmt. Das ist jetzt hier. So ist das. Das ist der Top-Weiward. Habt ihr die Punkte ausgegeben? Ja, ja, ja. Das ist ja immer noch die 50er-Hunter. Das ist der erste Hunter, den ich gespielt habe, sind die bezockt. Ah, lol. Meiner ist vielleicht schon nix ab 50er. Ja, ich bin jetzt 38, wenn ich 100 bin, dann bin ich wieder bepingt, ey. Naja, das soll ich machen, Junge. Oh, kann ich, siehst du doch. Du nimmst mich auch nicht auf den Arm? Nee. Lump. Okay. So süß wie Owe. Ein Karamellbonbon, oh, oh, oh. Oh, oh? Ein Karamellbonbon, oh, oh, oh. Was ist denn da, Firma? Oh, oh, oh. Drecksau, oh, 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 oh Guck, 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 guck. Oeh, Moon ist nicht da. Wo sind wir denn? Hier waren wir noch nie. Wo ist Moon? Ich bin noch im Leiterbildschirm. Ja, dann bleibst du da wohl auch. Dann musst du, glaube ich, neu starten. Gar nie. Ich muss nach zweimal den Hellborn tüten. Den Hellborn. Hellborn in the US. Hellborn in the US. Hey. Oh, ist ein guter Titel. So, jetzt muss ich noch mal connecten. Connecticut. Richtig abconnecten. Connecticut. Wenn du mit deinem Partner als Gruppe extrahierst, erhältst du von euch das Kopfgeld seines Partners als Bonus. Ach, erhält jeder von euch das Kopfgeld seines Partners als Bonus. Deswegen ist das gut, dass wir immer zusammen ein Dingsen. Ein was? Wir zusammen extrakten, weil wir dann jeder das gleiche nochmal das Kopfgeld bekommen. Achso, ja. Schön ist eingeschaltet, Habs on Tourtour. Mit dabei sind wir auf Fuxenbohnen und Chat. Die ist mir scheißegal, die kann jetzt einfach. Ne. Da ist sie. Sau. Moon ist grad gespawnt, erzählt. Die ist sie. Oh shit. Bin gespawnt. Aus dem Ei gespawnt bin ich. Oh. Hab kein Austausch fritzen dabei. Oh je. Oh je. Das bist du ja nicht umarmen. Hallo, aufmachen, rumfahren und kooperieren sich. Wir werden nichts geschehen. Ist keiner. Hier ist, ähm, hier, hier ein Dönzieher. Waffen, Waffenputzen und so. Oh ja. Waffenputzen, wie das duftet. Heftig, knäftig. Knäftig. Heftig. Knäftig, so. Richtig, richtig, knäftig. Knäftig ist ein kleines Wort. Heftig, knäftig, ja. Das ist einfach so eine Abwandlung von Knifte. Heftig, knäftig. Das ist die kleine Schwester von der Piffpaff. Knäftig. Hey, gehen sie. Kennst du eigentlich Knäppchen, Fuchs? Das Naschu. Was kenn ich? Knäppchen. Knäppchen? Knäppchen, oder was Knäppchen? Kennst du das Wort Knäppchen nicht? Brotkäppchen. Genau, Knäppjes. Ne, Knäppchen ist. Ne, Knäppchen. Yes, 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 yes. Also von so einem Brot. Das Ende oder so. Ach so, ja doch. Ja, das kenn ich, aber das verwenden wir hier tatsächlich nicht. Okay. Das ist das, das ist ein Knutzen. Knutzen ist auch so ein Knutzen. Ich kenn nur Mutzen. Mutzenmandeln. Mutzenmandeln? Der heißt doch, der heißt nur Mutzenmandeln oder nicht? Einfach nur Mutzen. In Fettgebacken-Dateik-Kugeln sind Mutzen. Ich kenn nur da Mutzenmandeln. Mutzenmandeln, wieso Mandeln? Der heißt Mutzenmandeln. Wieso denn Mandeln? Weiß ich doch nicht, frag mich doch nicht. Bin ich... Ja, warum, was hat das denn mit Mandeln zu tun? Weiß ich doch nicht. Ja, das war quasi Quatsch. Das will ich auch nicht. Ich weiß ja gar nicht mal, was das ist. Das sind diese Dinger. Mandeln. Mit Puderzucker drauf. Ja, die festgebackene... Ach so, die Mutzenmandeln. Nein. Nein. Du machst mich fertig. Das akzeptiere ich nicht, weil das hat nichts mit Mandeln zu tun. Doch. Nee. Du hast eine Mandel rein, zum Glück zu sein. Ich google gleich, ob die Dinger Mutzenmandeln heißen. Nein. Und wenn dann auch Muzen und nicht Mutzen. Ja, Mutzen, Mutzel, Schmutzelmandeln, ey. Mutzenmandeln. Guck mal, siehste, hast dich doch schon eingebürgert bei dir. Alter, was war das? Dann habe ich mich hier erschrocken. Da waren... Nur weil ich Dinge, die du falsch nennst, noch mal nachspreche, um sie dir vorzuhalten, heißt das nicht, dass ich das eingebürgert hatte. Das sagst nur du. Ich halte sie dir nur vor. Ich halte sie mir nur vor. Mutzenmandeln, ich bitte dich. Der heißt ja auch Kusselkorb, also denke ich. Also ich kann es ja, ich kann es ja so, ne, Quarkbällchen, Mutzen und... Ja, Quarkbällchen sind anderes. Manche nennen die auch anders und... Ja, Berliner ist bei uns ja auch was anderes als in Berlin. Ja, in Berlin gilt hat die auch nicht. Die sind ja auch durch. Wie denn? Was sagen die? Krapfen oder Fangenkuchen? Ja, wir haben eben so einen Scheiß, sagen die, was weiß ich. Von mir sagen die auch, keine Ahnung, Backstein, ist mir schack egal, was die sich da einfallen lassen. Das Ding heißt Berliner. Ein Hamburger heißt ja, ein Hamburger, ein Hamburger heißt ja, ein Hamburger auch noch Hamburger. Der heißt ja nicht auf einmal, ich weiß ihn nicht. Fußpilz. Das weiß ich nicht. Bah, warum kommst du da Fußpilz? Ja, ist doch wahr. Ich bin irgendwann auf dem Weg nach, wo bin ich denn wieder hingefahren? Nach Freiburg in Richtung Router. Ach, kein Sattel, schade. Doch, Sattel. Nach Freiburg runter, an einer Tankstelle irgendwo in der Nähe von, was war das, Schuttkarte oder sowas? Oh nein. Wollen wir gar nicht. Ich sag, ich hätte gern so ein Schinkenbrötchen. Oh Gott. Gucken die mich an. Was hättest gern? Ich sag, hier, so ein Schinkenbrötchen hätt ich gerne, bitte. Oh Gott. Du, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Ich sag, da vorne, das liegt doch hier vorne in der Auslage. Und du meinst da Semmeln. Ich sag, du kannst ja die Scheißsemmeln behalten. Ja. Also, wer sich extra absichtlich dumm stellt, guckt der mich an, möchten sie das jetzt nicht? Ich sag, nee. Nee. Tschüss. Nur ein Brötchen hätt ich. Ein Semmel will ich nicht. Mir scheint es egal, ob du das Semmel nennst oder nicht. Du weißt ja wohl, was ein Brötchen ist. Spass. Ja, ist halt echt so. Was ist denn mit dir? Hast du nie gehört, hat er ein Wort? Nee, nee. Nee, will ich doch gehen. Geben, nee. Der wollte auch lustig sein, Tia. Der wollte auch lustig sein, einfach. Haha, ja. Dann hätte ich gesagt, sei mal lustig ohne mein Geld. 575. Katsching, katsching hier. Katsching, what the fuck. Hab ich keinem was gehört? Weiß ich nicht, was denn? Ich konnte irgendwas mitnehmen. 750 und 75. Ja, für mich habe ich mir wirklich gesagt, ich sag, nee, du zeig doch keinen Bock mehr auf zum Semmeln. Ja, da bist du dann weg, ist gegangen. Die wissen übrigens, was da da ist. Ja, nebenan, direkt im gleichen Laden, weißt du. Ich geh jetzt nach nebenan. Hättest du auch nur so extra zeigen müssen. Mein Gott, ist mir erschrocken. Ich geh jetzt hier hin. Die kriegen ihr, die kriegen das Geld. Ja, bei dir hat der B- Das ist weiß. Das ist weiß, okay, ja. Die haben mich nur komisch angeholt, als ich bei MacKiss und bei einem Big Cheese Kuchen, nee, was war das? Big King haben wollte. Der komplette Name ist Berliner Pfannkuchen. Darum sagen die Berliner Pfannkuchen. Hä, okay. Da haben sie Pech gerade. Und der vernünftige Restberliner, ich wollte gerade sagen, aber wir sind doch trotzdem auf einer Welle, denke ich, hier im Grunde zu sagen. Wollen wir den eigentlich anbrennen, weil ich habe Branden-Munipal. Ja, wir können auch verprügeln. Ja, dann, nö. Oh, geht's runter? Ja, hier auch. Oh, Klick. Kommt der hier runter? Nö, der kommt hier nicht runter. Ich glaube, in den Keller geht der, glaube ich, nicht. Tisser. Oh, Waffe ist leer. Hier ist ein Aufzug. Cool. Ja, ja. Fahr mal hoch. Ja, warte, ich habe eine Überraschung. Hallo. Wahr, ist sie wahrscheinlich sogar schon laut, Alter. Oh, weiß. Mach weiß. Ich nehme auf. Danke. Munition. Was, Prohibition? Prohibition. Prohibition. Passt eigentlich zeitlich, oder? Oder der ist, na, weiß ich nicht. Na, weiß ich es genau nicht. Nee, Prohibition war ja noch in den 50ern, oder? Ja, da war ja, ich finde, war später. Ja, 1950, 1960, irgendwie so. Nee, nicht Demokratie. Demokratie. Norden gegen Lüden. Demokratie. Diplomatie verteilen. Demokratie verstärkt, habe ich in der Hand. 1933. What? So lange? Da ist jemand hier. Da haben wir noch ein bisschen. Haben wir noch ein paar Jährchen. Ich glaube, so 50er, 60er Jahre kamen die ganzen Moonshiner dann noch dazu, mit diesem selbstgebrannten Kram. Das war das. Oh, stimmt. Moonshine ist aber auch lecker. Sollen wir mal Moonshine probieren? Ich weiß nicht, wie Moonshine schmeckt. Ha! Ja. So, warte. Da. Hat ein Wikipedia-Eintrag. So was? Moonshine. Oh, ja, Mutz-Mandeln. Box, man kann dich ingame hören. Das macht nix. Hallo, hallo. Hier ist er rausgesucht. Wird hier geblendet von der Flash. So, im Fenster. Hallo. Kann man mich auch ingame hören? Weiß nicht, ob der ist scheiße aus. Welche Tats drückt man eigentlich nochmal alt, ne? Hallo. 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 So, ich hab auch einen Wikipedia-Eintrag gefunden. Wer kommt? Was? Wer hat das denn jetzt geschickt? Einen anderen Wikipedia-Eintrag. Übermutsen. Also, was willst du jetzt von mir? Ja, aber ist das das selbe Produkt? Ja. Ja, siehst du? Dann hab ich doch recht gehabt. Wie, nein. Was denn? Ich hatte recht, wenn das Wort gibt. Niii. Ich hab nicht gesagt, dass das Wort nicht gibt. Aber das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Genau wie Drecksau. Das sagt man auch nicht. Doch, Drecksau sagt man. Das ist ein ganz normales Ding. Drecksau sagt man, du Drecksau. Ja, natürlich. Wieso muss ich denn morgens sonst begrüßen? Na, schau gut, du Schlaf, du Drecksau. Ich hasse dich. Ich auch, du Drecksau. Morgen, Schatz. Ich hasse dich. Oh. Oh. Das passiert doch. Ja, passt schon. Oh, Heilspritz ausgelaufen. Ja. Ja, konnte ich mir denken. Ich weiß, mit dem Speer geht das kaputt. Das ist doch schlecht. Ich wollte ein bisschen den Weg nach oben freimachen, bevor ich hier gleich hängen bleibe. Ach, da unten ist er. Ich wollte gerade sagen, wo willst du hin? Ich lauf gerade alleine, als er ruckelt. Hier ist niemand. Keiner da. Nö. Wo ist denn das Einzelne in der Mitte noch? Die machen anscheinend noch, die machen den Boss. Der ist schon gemacht, Tom. Nee, der ist noch nicht gemacht. Bei mir steht der jetzt gemacht. Der ist auch gemacht. Wo ist der denn? Der steht aber in der Mitte noch. In der Mitte. Mir ist gerade ein Finster zu lang, was nicht fähig ist. Gehen wir da hin? Dann lasst uns da hin. Dann legt ja auch noch Heilung. Leute. Wow, what? Ja, Schissbalken. Der war aber schneller weg, als ich hallo sagen konnte. Du bist hart auf den Zug gerannt. Das war keine Absicht. Wie? Ich stand neben dem. Nee, du warst weiter weg. Das hätte ich nicht getroffen. Das war dann. Ich schloss die Eif gemacht. Ich dachte, ich habe da linksgerät auf den Zug gerannt. In dem Moment flog der Speer schon. Alter. Er beikert. Aber man hat gesagt, tschüss. Tschüss. Das ist wirklich nur ein kleiner. Ja. Wieso wird der nicht mal gelacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Ha, 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 ha. Was ist das? Alter, ich habe keine Ausdauer, wenn ich nur wieder Ausdauerspritzen müll. Ich habe auch keine Ausdauer. Ich habe noch zwei Minuten. Tschüss. Und jetzt nochmal 20 und 50 Minuten habe ich jetzt. Boah, der hört schon weiter einander. Hey, boah, der kann mate weg. Hey, boah, hier ist er. Der ist richtig gezischt. Ja, ich habe gehört. Lauf gerade weiter. Jetzt habe ich die nicht gehört, weil die scheiß Hälfte am Schrein ist. Ja, okay. Oh, die laufen wie eine Zagordo-Mine. Wo sind die denn jetzt? Ich habe das Geheimnis. Ihr habt doch die Sicht. Die sind eine Zagordo-Mine. Oh, Gordo. Oh mein Gott, die sind drei Stück. Ja. Da ist einer mit dem Ding, die ist wohl abgehauen, mit dem Borenti. Ja, klasse. Wo sind die? Hier, überall. Ja, war nicht schlecht. Ich guck mal, da sind zwei. Drei Stück sind. Ich glaube, da drin. Ja. Da habe ich was getroffen. Gut. Halt. Einer ist direkt auf 105. Was? Alter. Da sitzt du dann mit Pantyshot. Alter Falter. Versteck dich einfach nur mit dem Nekro. Hast du den getradet? Ich? Naja, ich habe den nicht mal getroffen. Oh, da kommt einer. Stopp. Oh. Oh, da unten ist... Nein. Das war gemein. Das war wild. Terminus Pantyshot. Aber ihr habt nur einen noch geholt. Ich habe euch noch gerecht. Ja. Der erste Tod, seitdem wir spielen. Ja. Toll, da war jetzt 50 gewesen. War es halt den Nächsten. Nein. Aber dass ich die nicht gekillt habe, da wundert mich auch. Das Dynamit war eigentlich genau um die Ecke. Er ist halt ein Lump gewesen, deswegen. Das stimmt. Und Santa hat er einen kühlt. Nein. Ja. Ja. Ja, nur den letzten da, sonst haben wir ja keinen gekühlt. So, da kann ich doch Hunters auswählen, ne? So, kostlose Hunter. Was haben wir denn da leckeres? Die ist wieder... Welche Zeug holen? Da habe ich 10% Event-Points richtig, oder? Guck. Moment. Da habe ich mich gehört, was? Der Berli, ne? Was, Berli? Ne, hier, diesen Shade. Der vom... Den Drifter. Vom Event. Vom Battle Pass. Stimmt, der auch. Der Sheriff auch. Der... Nehmen wir den Sheriff hier. Hey, Moment. Du bist nicht Sheriff. Wo ist der Sheriff? Nehmen wir den Sheriff hier. Du bist nicht Sheriff. Du bist nicht Sheriff. Du bist nicht Sheriff. Ich muss noch... 63 Schaden mit der Crack machen. Ja gut, das ist auch machbar. Das ist aber machbar. Und ich muss noch dreimal den Halber, zweimal den Halber und killen. Das ist auch machbar. Und Anime Hunters und Fire Setten. Das kannst du knicken. Das ist... Oh, Moon Moon geht schon in die Wildnis. In Nordfinland. Ja, Finnland. Wo kommt denn jetzt der Wikinger her überhaupt? Ich denke, wie sind Cowboys hier? Ich habe keine Ahnung, aber da gibt es auch Eventpunkte. Oh Gott, alles gut? Oh ja. Oh ja. Das ist normal, das stimmt ja nicht. Oh. Oh Gott, alles gut? Oh ja. Oh ja. Habe ich eine Ausdauerspritze mit? Kostet 100. Oh, ich habe noch zwei. Ja, aber du hast auch genug Geld mit Leid. In der圈. Hallo? Ich habe nur 83.500. Ich habe drei Kinder und ein Geld. Warum habe ich nicht drei Geld und ein Kind? Was ein Kinder? Ja. Drei Geld und ein Kinder sagt er. Echt? Ja. Das ist ein Wikinger. Kommt er in, ja. Ja. Oh, fuck. Fuck, das ist ein Wikinger. Aber ich habe die Gesundheitsbalken vergessen zu ändern. Ah, Moment. Deswegen müssen wir nochmal auf Freddy drücken. Okay. Hab ich. Ich hab doch auf Freddy geklickt. Jetzt müssen wir alle nochmal auf Freddy drücken, wenn man's... Hä? Ich hab auf Freddy genug geklickt. Bist du ein Keck, bist du... Was? Ich bin dagegen. Keck schmeckt, ey. Boah, letztens an der Kasse hat mir meine Frau irgendwas gegeben und ich hab's so ein bisschen fallen lassen, quasi in den Einkaufswagen. Sag, oh, Entschuldigung. Guckt sie mich an, sagt die, boah, was kannst du eigentlich außer Kinder machen? Die Kassiererin, guckt uns an. Sag mal, ja, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Die Kassiererin guckt uns an. Was war's mit denen, ne? Boah. Die hat, die, die, die hatte, die hatte RTL schon Telefon gehabt, ey. Komm sie schnell. Guckt die, guckt mich an. Boah, was kannst du eigentlich außer Kinder machen? Wir lachen uns danach halt immer weg und den ganzen Leuten, denen ist es immer voll peinlich. Willst du was ankündigen eigentlich? Ich weiß noch. Was? Ich weiß noch. Ich dachte, der Fuchs wollte was ankündigen. Schön, dass du eingeschaltet. Habt schon schon mit dabei so. Fuchs, Mund und Schett, hallo. 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 Was wolltest du ankündigen? Nee, überhaupt nix. Die Frau weiß ja nicht, dass wir nur ein Kind haben. Und meine Frau ist auch nicht wieder schwanger mit dem zweiten. Keine Sorge. Ich dachte, was auch nicht? Hier ist eine Wassertasche. Nur eine Wassertasche? Herzlichen Glückwunschfuchs. Herzlichen Glückwunschfuchs. Oh, jetzt ist er im Schatz. Nein. Lass mich in Ruhe. In Ruhe. Hä? Du hast doch ja gesagt, ich bin schwanger mit dem zweiten Kind. Nein, sie ist garantiert nicht schwanger mit dem zweiten Kind. Keine Sorge. Nicht, nein. N-I-C-H-T. Du schreibst ja aber komisch. Aber wollt ihr noch ein zweites Kind? Auf gar keinen Fall will ich ein zweites Kind. So ist richtig. Ich hoffe, dass es... Hier ist Nachschub. Nee, ich will kein zweites Kind. Auf gar keinen Fall. Okay. Das kann ich verstehen. Hast du da mitsparen? Ja, aber hallo, ey. Aber hallo. Ja, aber was ist, wenn deine Frau auszusehen schwanger wird? Wenn es ein Unfall ist, dann ist es was anderes. Aber keine Sorge, ich achte drauf. Ich achte drauf. Ich guck da genau hin. Ich guck da genau hin. Stell ich mich da hin. Will einer von euch da rein? Vergiss das. Wehe. Komm nicht auf sie, Ding. Geh um. Ich mach dich fertig. Ich weiß, wo du wohnst. Ich zieh dich lang. Oh Mann, ey. Diese Vorstellung gerade. Wie man mit seinem eigenen Spermium streitet. Ja. Halt dich zurück oder ich zieh zu warmen Hosen an. Halt dich zurück oder ich halte für die Hose. Ja. Hallo bei dir. Kannst du mal gucken, wo du bleibst. Was? Sag, dann kannst du mal gucken, wo du bleibst. Ruhe, ey. Ruhe, ey. Nein. Der nicht. Der ist weg. Der ist gegangen. Bei mir habe ich gerade das Gefühl, dass ich doppelt so schnell laufe. Was ist denn hier los? Ja, ich habe eine Austauschspritze drin. Ich auch, aber läuft ja doch nicht so schnell. Doch, weil der andere immer langsam läuft. Hallo. Das fühlt sich aber richtig zoomig an. Ey, ich nehme doch noch Austauschspritze mit. Der geht voll ab. Wie komme ich denn hier raus, Alter? Ich weiß es nicht. Ich will raus. Ich muss raus. Ach, hier bin ich. Du bist raus. Alter, hier. Boah, ich weiß noch. Hier. Das war krass gewesen. Da habe ich einen gekillt mit... Da habe ich einen gekillt mit... Ja, ähm, ähm... Marvin. Hm. Der war es nicht gerade am Verbinden. Nicht hier explodieren mit Marvin. Der fällt da vor oben. Ja, stimmt. Marvin ist auch jetzt relativ stark. Mach der nicht auch direkt einen kleinen Balken weg oder so? Ach, echt? Haben Sie denn da? Ja, das war doch da. Weiß ich gar nicht. Ich meine, lebensfähig nicht. Also der, der, der verbrennt den nicht oder so. Aber ich glaube, der ist irgendwie... macht der 25 Schaden oder sowas mit Gift. Ja, okay, aber ja... Er läuft jetzt gerade ein Zombie getriggert gewesen. Ja. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, der rennt jetzt wieder nochmal, der Zombie. Da drin ist der Boss. Oder? Flumpy, äh, ein Flumpy, sag ich ja, ein Matty ist hier. Oh ja. Die Türen sind auf jeden Fall auf hier. Guck mal, wo der extra Boss ist. Äh, Südosten, 150, so um den Dreh. Klo ist auch genommen. Türen waren hier auf. Also hier war auf jeden Fall jemand. Gehen wir erst in die Mitte oder gehen wir erst in den Boss? Erst Mitte, erst den kleinen Boss. Ich muss den noch machen, noch zweimal. Zur Mitte, zur... Titte, zum Sack, zack, zack. Sack, rack, zack. Was? Sack, rack, rack, rack. Du bist auch rack, 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 rack. Sack, rack, rack, rack. Wusslern. Wusslern, haft die Abi. Mein Kleiner hat auch einen Affen, der heißt Abu, wie der von Aladin. Und der heißt, jetzt habt ihr den jetzt haft die Abu getauft. Na klar. Natürlich sind jetzt zwei Kassen, wo ich nur einmal... Ja, ich auch, 750. 250 haben wir bekommen. Wir müssen, wir müssen... Ich hab 750, wir müssen hier irgendwie mal banishen und dooten und alles. Ja, dann lass uns noch den Boss da machen. Ja, zum Boss. Wo ist der überhaupt? Weiß ich nicht. Sieh mal, SE war der... Warum ist der denn hier schwarz? S, 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 E. Der war vorhin kurz Südosten. Ja, 105, 120. Da müssen wir mal hier rum. Also wird der wahrscheinlich im Kompon sein, da hinten. Wo wir eben gestorben sind. Auch mitten am Feld stehen. Oh. Dann macht's nur klick, klick. Na. Vor mir rennt sie. Klick, klick. Kammer. Oh, was ist denn hier? Kammer des Schreckens. Das ist er Schreckens. Ekoi-Fuse. Oh stimmt, ich hab ne Muni-Box bei. Wo hab ich die denn hier? Oh, guck mal, hier ist ein Blueprint. Blueprint, uh. Der ist so Richtung 90 jetzt. Also ja, mit nem Kompon quasi. Der sagt drei Geld und keine Kinder. Der sagt drei Geld und keine Kinder. Ich hab gedacht drei Geld und eine Kinder. Ne, keine Kinder. Ja, ich hab gedacht drei Geld und eine Kinder, weil er vorher gesagt hat, ich hab ein Geld und drei Kinder. Oder hat er gesagt, kein Geld und drei Kinder? Nee, der hat, nee, der hat kein Geld und drei Kinder. Okay. Habt ihr ungefähr, wo der Ahnung, wo der ist? Oh, vor uns. Vor euch. Na, irgendwo. Erstmal den Pakt hier holen. Ich hab noch Ausdruck, Spatz. Ich zoome. Poisen-Emo. Soll ich Poisen-Emo mitnehmen? Äh. Na, ich muss Leute abfackeln. Ich kann nicht. Na, mach ich damit. Was ist denn jetzt? Ja, 90, 105, immer noch vor uns. Okay. Der Pizze. Da ist ganz viel Feuer, aber ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist. Da wird aber bestimmt hin, das Winkelsfunkel, Dame. Ein Hinweis, ein Hinweis. Also im Prinzip, dann sieht man ja auch nur, dass der da ist, wenn der in der Mitte das Teil ist, ne? Was meinst du, in der Mitte der Teil? Wenn der in der Mitte dieses orange Ding ist, weißt du, dass der Boss da ist. Echt? Ja, oder nicht? Wofür ist die sonst? Das orange? Damit du weißt, dass die Mitte ist, dass die große Kutsche da ist. Dieses große Ding da. Ah, okay. Das heißt, dass der Boss da ist, weißt du nur, wenn kein zweiter anderer Boss da ist und du hörst das komische, äh, wenn du eh drückst. Okay. Ja, da vorne ist er, da blinkt's. Äh, wieder unsere Ecke, wo der letztens auch schon mal war. Weiß. Oh, weiß. Landless hat der immer dabei, oder? Ne, ja, doch, was ist unsterblich oder, ja. Aber jetzt brauch ich Munition. Ja. Special. Ja, ich brauch Special. Ja, ich auch. Oh, warte mal, ich kann euch Muni legen. Hier, weiter, kommt her. Ja. Oh. Ja, ich hab ne Muni-Box von mir bekommen gehabt. Cool, ich hab nicht mal gesehen, wie viel Muni ich bekommen hab. Ich hab sechs Feuermunition und elf Blutungs. Ja, das lohnt sich doch. Können wir da oben nochmal gucken? Ich zoome noch 35 Sekunden. Munition und sonst nischt. Keine Heimung? Die Doktoren haben sich rar gemacht. Die wer? Die Doktoren. Die Doktoren? Welche Doktoren? Achso, die zum Heilen. Die Doktoren haben sich, ja. Doktor. Doktor. Ducky McDoxon. Uhu. Der Chirurg geht schneller als dein Schatten. Hm, genau, aber da. Oh, Ausdauersprutz ist leer. Nein. Nein. Erinnere mich doch nicht daran. Oh, nein. Nein. Ich hab noch ne Minute. Ja, man merkt's. Tschüss. Sie baut Distanz auf, Gotax. Ja, ich renne hinterher. Ich hab noch ein bisschen Ausdauer, bis ich mit der Lunge kommt. Bis ich mit der Lunge aushuste. Und sie fängt schon an zu rächen. Ich komm noch hinterher und trip. Achso, Chaos-Bomben sind übrigens so ein Bluetooth, so ein WLAN-Symbol. Nicht Bluetooth, so ein WLAN-Symbol drüber. Achso. Ah, okay. Katz, dass sie schon soweit waren. 1896. Mhm. Ist war 1996. Ach nee, 1896. Irgendwie hab ich's ja gestern schon mal gehört irgendwo im Chatte. Ja? Wundere mich nicht. Ist es 1996. 1896. Die Fledermäuse fliegen. Die Fledermäuse fliegen. Ende. Ey, nicht noch ne Komma, der Schreckenzimmer. Ich bin nicht geschossen. Ja. Ah, hier ist ne. Das ist ein Aufzug, oder? Wo sind ihr? Nee. Hier ist nochmal ne Komma, Komma, der Schreckenzimmer. Ja. Oh, nicht schack abwackeln. Keiner will, ach nee, wir haben keine Punkte für die Kasse, ne? Ich hab's ne Kasse. Ja. Nee, ich hab keine. Die sind über uns. Über uns ist da was. Guck mal, naja, ihr kommt da gerade raus, da sind fünf Leute, wenn ihr da hinten rauskommt. Wat? Vor uns, alles auf unserer Höhe vor uns. Oh mein Gott. Die sind alle vor uns? Ja. Wer denn schießt da, wer dort? Auf dem Dach. Hit. Hab ja auch nen Hit. Moment. Am Fenster. Am Fenster. Dach. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, ey. Alter, das ist ja hier wie so, wie so Tod umschießen, ne? Da Fenster. Da oben. Jetzt hier. Da. Moorhuhn. Der brennt. Der stirbt nicht, der Ficker. Doch, der stirbt. Dafür sorge ich. Gut. Ich wär fast gestorben. Ich auch. Oh Gott, der wirft was. Wie der wirft, hört. Ich will nicht. Special. Über uns läuft was. Jetzt komm ich zu euch. Scheiße, ich hänge irgendwie fest. Wir generieren auch HW-Lung. Über uns irgendwas. Ah, ich bin der Boss drin. Äh, vier Stück auf Richtung 30. Wieso bin ich beim Boss drin? Ist reingesprungen. Da. Hat ein Hit? Ich treffe nicht. Ich bin Versager. Wo ist er denn? Draußen. Da hinten. Da oben. Da oben. Oh, da oben. Oh, ach, klar, der. Ich treffe den nicht. Schön. Am Fenster. Am Fenster, ja. Ich hab's gesehen. Alter. Hit. Brennt. Ich hole ihn. Dahinten ist noch mehr. Fenster ist immer noch da. Er steht jetzt auf. Danke. Oh Gott. Ich hab Fensterdeckung. Da im Fenster war noch einer. Er ist, glaub ich, da oben. Ja, ich bin in den Rückauto. Da drin. Ich guck nochmal. Zwei Leute. Einer oben, ja. Ja, genau. Wo war der denn? 22 Meter, keine Ahnung. Da links im Fenster. Ja, hast du gesehen. Oben in den Stein. Ja, ich guck grad links, hat er mich nicht holt. Ich hol dich mal. Ach ne, ich hab gar keinen. Fuck, ich hab noch gar keinen Nekro. Das war schlecht. Oh Gott. Oh, hier ist Boss. Moin. Achtung. Ja. Oben hab ich. Nur noch ein Fenster. Buttonshot, ey. Oh, hier sind so viele offene Fenster. Warte, ich guck. Ja, guck mal. Der ist weiter hoch. Der ist oben. Okay, ich hol Moon. Oben, da. Da. Oben auf dem Dach ist der, oder wo ist der da? Nein, da. Ach so. Auf dem Fenster wieder. Da war er, glaub ich. Ja, ist oben. Ist rübergerannt oder rennt da draußen? Ja, der will seinen Kollegen rißen. Oh Gott, hier ist überall Stacheldraht. Wo ist er denn jetzt? Bei mir. Tot. Ja. Beide tot, schön. Oh Gott, wie viele liegen denn hier? Die Doppelknifte von einem anderen. Hier liegen ja richtig viele Leute. Er hat einfach wieder geholt, den Lump. Ja, ja, der war hier rüber. Oh Gott. Da krieg ich jetzt ein paar Leute angezündet hier. Oh, alles klar? Ja. So, mal drinnen nochmals looten. So. Und da auf der Travel liegt einer. Ich guck mal, hier ist sonst nix mehr. Und ich hab Upgrade-Punkte bekommen. Ja, auf der Treppe liegt noch einer, falls du wollt. Ja. Bis jetzt hab ich drei gefunden. Wie viele haben wir denn's noch? Weiß es nicht. Hier liegen auch noch welche. Ganz viele drin. Okay. Okay. Die komm ich denn da rein? Die sind hier. Die sind hier. Oh, da liegt auch noch einer im Stockel dort. Ja. Ihr habt keine Munition mehr. Brauchst du denn? Special. Okay, Special wird noch keiner gefunden. Jetzt noch ein Hunter. Mit Armbrust. Oh, hier liegt ne Corning King? Du meinst ne... Hier lagen nur zwei Hunter, oder? Ja. Hier lagen nur zwei. Oder wie man sagt. Hast du Crown, kriegst du vor. Hat Kulti, glaub ich, jetzt angesagt. Oh, 1000 Dollar hast du mal eingekriegt. Hier ist auch noch n Raum. Ich muss mal gleich die Armbrust wiederholen, äh, meine Waffe wiederholen, aber... Alles gut, ich hab den gleich. Du musst nur erst mal wieder her. Hier sind wir. So. Oh ja. Der ist doch nicht tot, oder? Hier, hier, hier liegt auch noch Hunter zum Looten. Da ist Special-Emmo. Oh. Ding, ching. Was Special-Emmo habt ihr gefunden? Da kommen wir rüber. Wie bist du denn da runtergekommen? Ja, irgendwo ne Treppe, und dann bist du hier unten, und dann ist hier unten ein Hunter. Schon geil verwirrend, das find ich ganz gut. Ja. Ja, Special. Wo ist der jetzt? Ja, da auf der Treppe. Da. Was? Achso. Da unten ist irgendwo Special. Ach, da. Was ist der Boss eigentlich? Da. Also, ich glaub nicht, dass ihr noch was lebt auf dem Server. Nee. Na gut, aber ich wollte es auch nicht mal nach meinem Abend hier verbringen. Wer hat denn da jetzt noch Stacheldrahtigen gemacht? Ich glaub, ich glaub, der war schon da. Nee, der hat sich erst dann rein und rausgelaufen eben. Das war ich. Schöne, Ligger. Oh mein Gott. Warte, ich geh mal kurz hier runter, man konnte doch sich die Kasse noch holen. Warte, wo ist denn die Kasse nochmal? Ich geh nochmal in die Mine. Die war doch in diesem Raum da, wo man nochmal in die Mine holen konnte. Ach ja, stimmt. In einem extra Raum, wo war denn? In der Mine hier. Solange bis der Boss braucht, kann man da mal kurz hin. Da ist sie. Katsching, 500. Nein, mach mir die Kasse nicht leer. 500. 750. Streber. Danke. Gerne. Das hat schon niemand zu mir gesagt. Das stimmt. Da geht's auch noch runter, aber das ist ein geiler Kompound. Vor allem, du kannst dich hier, ich hab hier so festgesteckt, ne? Und dachte mir so, scheiße, wie komm ich denn jetzt hier wieder weg? Weil du kommst halt so nicht mehr, weil du kannst dich hier einfach so festhaken. Weil du kommst halt immer so hoch. Du musst dann irgendwie, keine Ahnung, was machen, um da runterzukommen. Nicht runterwiggeln. Ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Hier kann man auch rein. Wiggle, wiggle, wiggle. Guck mal. Montags. Wer ist da? Guck mal hier, kann man auch rein. Hier, zack. Wie viele Eingänge gibt es denn hier? Sehr, sehr viele. Oh, hier kann es auch rein. Gott. Michael Bay. Wenn du sie mit weggesprengt. Oh, hier kommt man, liegt noch eine Amobox. Zack. Die hat die denn da freundlicherweise hingelegt. Zack. Nice. 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 Achtung, kein Fake. Was? Das ist Fake? Du bist doch kein Hund, oder? Also von daher. Wo ist Fake? Wo ist Jackson? Das ist doch Scheiße. No. Wo bin ich denn hier raus? Und jetzt wieder raus. Wo geht man raus? Jetzt gehen wir nochmal in die Mitte zu dem Ding. War da eigentlich zwei Kasse in der Mitte? Und was? Äh, ja. Ich geh aber grad mal gucken, ob ich hier auch nochmal eine Kasse finde. Weil dann müssen wir nicht in die Mitte. Wo geht's denn hier oben noch lang? Hier war ich ja noch nie. Nee, hier ist keine Kasse. Dann gehen wir nochmal in die Mitte. Alter, hier ist ein richtiger... Hier ist Wasser halt in der Höhle. Da bin ich nie gesehen. Bin hier. Kannst du auch noch verlaufen in der Höhle. Wird schon abgesackt, die Seite hier, ne? Ah. Aber es steht überall dran, wo es hingeht. Ja, bringt mir noch nichts, wenn ich nicht weiß, wo das ist. Das ist richtig. Wo geht's denn hier lang? Cool, da kannst du hier rumbrennen. Fledermäuse. Hört man die Fledermäuse nicht da hinten? Ich hab die nicht gehört. Ich glaub, die hört man echt nicht. Die hab ich gehört. So, die noch mir entgegenkamen. Fünfhundert. Hat noch einer einen Punkt übrig? Ja, aber ich hab doch keine Kasse übrig. Ja, ich muss aber auch noch erstmal dahin. Ja, dann hol die Kasse. Den Masterclou nehme ich nicht. Aber der gibt 30 Punkte. Fünfhundert. Du hättest deinen ja auch dafür opfern können. Was? Die Verbindung ist so schlecht. Tunnel. Ich hab jetzt 1900. Ich hab 2950. 2450. Okay, wo gehen wir jetzt raus? Wo gehen wir jetzt raus? Richtung Süden. Ab in den Süden. Okay. Der Sonne hinterher. Ey, du was geht? Ich kann dem Fuchs hinterher. Fuchs, bist du die Sonne? Für dich bin ich immer die Sonne. Das ist aber nett, danke. Der Fuchs kann fliegen. Wie die Sonne über Fukuyama. Über Fukushima. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Die haben Dauersonne. Auf jeden Fall ganz schön warm da. Ich hab immer drei als Fukushima. Na. Na nie? Na nie? Na nie? Einen Hunter. Alter. War von der Verpuffung. Schnauze. Hauze. 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 Da kommt noch einer. Der will sich noch mit uns anlegen. Wo ist der? Wo ist die Drecksau? Da ist er. Tschüss. Ich glaube, wir haben ihn. Das ist immer nur sicher. Hier liegt wer. Da liegt einer dazu. Wo ist die Drecksau? Oh, Aua. Oh, der Boot leuchtet so schön rot. Oho. Hey, ich leuchte aber nicht. Klick. Pack das Dynamik wieder weg. Wirf so schön deine Fuses plötzlich so ein dickes Ding in der Hand hoch. Ja, und dann noch so Dynamik. Hoppla. Ja, okay. Vorlage war da. Ja, da muss man reinmachen. Also wenn der Ball schon im Tor liegt. Ich wollt grad sagen. Den muss ja nur noch verwandeln. Den haste quasi Volley. Den weißt du nur noch, ob der perfekt oder gut getroffen war. Ja. Das ist richtig. So. Nagern Precision. Decoy Fuses. Frickbombe. Ja, 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 ja. So, was haben wir denn schönes? Erzählt mal, was haben wir denn schönes? Ja, warte. Ich kann's ja auch nicht mehr sehen. Ja, toll. Fünf Tötungen insgesamt. Geil. Geil. Ich war sogar ein bisschen lila. Mensch. Ja. Dann war ja mal ne Runde gewesen. Falls es euch gefallen haben, sollt ihr das geliked. Aber du könnt natürlich nicht vergessen. Mal gucken, dass ihr dann schon wieder einschalten. Tschüss. 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 Ich bin natürlich noch da. War viel YouTube. Jetzt fünschen hier auf. Er pisset. Was? Weg so. Weg so. Weg so. Gronkh. 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 Herrlich. Aua. Stumpfer Humor, der gefällt mir. Humor? Ja, ja. Stumpfer Humor. Stumpfer Humor. Stumpfer Humor. Stumpfer Humor. Können sie mal die Stumpfer Humor auspacken? Ich will man appelle Humor. Humor. Stumpfer Humor. Stumpfer Humor. Stumpfer Humor. Was? Sie möchten einen Ümer? Ich habe einen Ümer dabei. Ich habe einen Ümer dabei. Du machst aus der Tasche raus. Guck mal, ich habe einen Ümer. Einen Ümer. Oui, oui, c'est un Ümer. Ein Ümer? Der kann auch wehtun. Der Ümer, der kann richtig wehtun. Der Ümer. Ich habe letztens ein Instagram-Video gesehen, wo jemand essen wollte und so einen Krebs, so eine Art Hummer, lebend ins heiße Wasser packen wollte. Der hat sich so gewehrt, dass er es irgendwie geschafft hat, aus der Hand zu fallen. Und dann, als sie nochmal greifen wollte, hat er sich so richtig in ihr Fleisch, also in den Arm da reingedrückt. Mit der Schere reingedrückt. Hat sie das Essen gewehrt. Früher auch mal, haben wir Hummer gemacht auf der Arbeit, oder die Küche haben Hummer gemacht auf der Arbeit und einer ist abgedüst. Der ist abgehauen, aus der Küche raus. Genau so, tschüss. Dann hat er sich bei uns im Garten in den Teich gesetzt. Als ob. Irgendwann haben die den dann so ein paar Wochen wiedergefunden und der ist wirklich groß geworden. Als ob. Das ist kein Scheiß. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Hat er das reingelassen? Ne, dann haben die den rum. Ich weiß, das ist auch schon 30 Jahre her oder so. Achso. Also. Aber witzig eigentlich. Ach, da oben kann man sehen, wie die Leute schon fertig geklickt haben. Oh ja. Ja, das war noch nicht aufgefallen. Krass. Oh mein, Blau. Spaceman. Der Ringer Penny-Shirt. Und der Nimmer geht sich auch wieder. So, warte mal. Wie stehe ich denn richtig schön Minitieren bei? Noch einen, einen anzünden und einen hellbern. Das wird doch wohl noch machbar sein. Das ist machbar. Das ist aber machbar. Ja, machbar. Hat der Fuchs das eigentlich schon mitbekommen? Warte mal, ich hab doch, warte, ich hab noch einen Link für dich, Fuchs. Warte. Da ist doch, da ist doch genau der richtige für dich. Warte. Also eben kurz hier in Borsa starten. Äh, wo ist er denn? Okay, Fuchs, spielst du eigentlich das neue Add-on, wenn das jetzt von WoW rauskommt? Ja, na klar, Boon. Na cool. Ja, für'n Fuchs. Für'n Fuchs muss er mal gucken, ja. Scheinbar wäre gut. Er würde ausmachen, nein. Ich weiß aber, wie sie falsch in den Topf gedrückt. Cooler Ding drücken. Schönes eingeschaltet, Hab's von Tordom. Mit dabei sind auch Moons, Fuchs und Chat, hallo. 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 Exau. Wait, what? Ich hab gerade erst, ich hab gedacht, das ist ein Clip. Da fuck. Was denn? Ja, mega. Dass da 24-7 jetzt läuft. Ja, musst du mal gucken, da gibt's auch viele Serien, die da laufen und so. Ja. Ich hab da so einen einen hab ich gefolgt, die so Kinder-Serien aus den 90ern haben. Also so coole Kinder-Serien wie Kickers, Chin-Chan und sonst irgendwas. Gott. Ich ruckel noch gerade hier so. Ja, ja. Und das ist auch ganz geil gerade, dass ich das gerade sehe. Aber ist das jetzt legit hier auf Twitch alles in Ordnung dann? Oder um die neue Richtlinie? Naja, also Twitch sagt, solange sich da keiner beschwert, ist das in Ordnung. Okay. Weil so lange sich kein Rechter in Nava beschwert. Oh. Der Boss wurde gefunden. Ja. Aber in welche Richtung ist er denn? Nordosten? Scheiße, mitten in die Welt rein. Was wo mitten rein? Was hast du? Mitten in die Welt rein ist der Boss irgendwo. Hm. Der ist auch schon tot. Der Udi-Sau. Vom Kenku Warlock. Der spielt wohl jemand gerne Hexenmeister. Der spielt wohl gerne Schurke. Nee, nicht Kenku. Kenku. Drecksau. Der spielt wohl gerne Schurke. Drecksau. Drecksau. Drecksau, die Alte. Drecksau. Schatz des Holländers. Schatz des Holländers. Lastig. Zwei Gold-Dubblumen. Lastig. Wasserspacher hast. Geh weg. Neh, mini. Ui, mini. Ach, ich habe gerade den Fight gehabt. Hast du gehabt? Hier hatten wir eben den Fight gehabt. Ach so, den Fight gehabt. Ich habe wahrscheinlich ich habe gar keine Zeit gehabt. Genau. Ich habe gar keine Zeit gehabt. Oh, oh. Gott, wo geht es denn hier lang? Oh, mein Gott. Ist das hoch, ne? Da gehe ich nicht lang. Weil, irgendwie stehe ich jetzt oben auf dem Dach? Hehe. Haha. Da wollte ich doch gar nicht hin. Punkte, sehr gute Punkte, sogar Upgrades. Oh, das muss ich mal ausprobieren hier. So, und zack. Und jetzt. Ah ja, alles funktioniert. Oh, Shadow Leap. Oh, Shadow Leap, nice. Das ist das nochmal. Der, kannst du so den Monster hinspringen? Ja. Wo ist ein Monster? Für ein bisschen Leben war das, oder? Ja, irgendwie. Ich glaube, du kannst dich aber nicht mehr zu Mortis, äh, zu Mattis teleportieren. Na, okay. Äh, haben wir hier den Clou überhaupt genommen? Nö. Nicht den Clou? Ja, den Clou hier. Ach, du schmuck. Ich sehe kein Monster. Oh, doch, da. Hup. Oh, geht auch zum Pferd. Das wäre lustig. Oh, zu Raben. Äh, bei mir wurde eine HALF gepullt. Da ist jemand. Du bist Dreipunktfrau, okay. Dreipunktfrau. Da ist einer. Der Nachfolger von Kein Ohrhasen. Dreipunktfrau. Stumpf, aber gefällt mir. Der ist da. Ja, oh ja, ich komme nochmal zurück. Dort? Scheiße, da sehe ich ihn nicht mehr. Da, äh, ein Dicker verfolgt ihn. Ja, ich bin im Gebüsch. Ich wollte gerade auf die HALF schießen. Was ist der denn da außen drin? Lustig, wenn man einfach sich zu dem Spieler teleportieren könnte. Irgendwann ist... Wow, der ist auf 45. Was, 45? Hier ist laut. Wo denn? Oben, unten? Oben. Die sind da gegenüber. Aber ich weiß nicht. Da ist er. Oh mein Gott. Und von oben. Hier oben, bei mir ist noch einer. Hilfe. Ja, ich glaube, ich habe den. Ja. Dann ist tot hier. Nur im Healen. Der Fuchs redet mir. Nein, nein, das ist nur ein... Nein, nein. Nein, das... Was? Das ist nicht vieles. Okay, da oben. Der war mir auf mich so ein Ding. Ich muss anzünden, zünd den an. Hier läuft noch was bei mir. Ich komme. Reicht es jetzt. Wo denn? Oder war das Marcel? Gott, ich weiß gar nicht, was Marcel war. Die Phil ist tot? Ja, die ist hier. Was sind die Ecken? Gibt es denn hier? Crazy, ne? Alter. Ich habe auch einfach keinen gesehen. Hier wurde wieder aufgehoben. Was? Oh ja. Vor mir. Oh oh. Uh. Und noch einer um die Ecke. Um die Ecke. So. So. Noch was, noch was, noch was. Kommt noch was. Alter. Da. Ja, ich bin in meinem Hallen. Oh Mist. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Schön. Alles gut, alles leise. Warte mal, es waren aber vier. Ne, das waren sechs gerade. Das war noch mal drei. Neues Team. Ja. Ach, da ist da wieder ein Symbol. Den scheiß wohl nicht. So. Mein Gott, ich komme nicht durch. Das ist, man, das ist eine Krack, glaube ich. Das war meine Quest fertig. Auf jeden Fall einer gebrannt von denen. Rot, Rot, Rot. Ja. Laut. Da unten. Hat einen Hit. Ihr ist tot. Kommt noch was. Ich hole dich mit dem Necro. Ja, ist. Kommen. Ja, Necro ist in drei. Keiner Hit. Zwei, eins. Boah, ich musste mich mal eben kurz. Da ist er, ist runtergesprungen. Hab ihn. Einen hab ich. Ich hab auch einen. Oh Gott. Schön. Ich weiß nicht, ist da noch mehr? Das waren auf jeden Fall zwei. Zumindest hat die Dinge hier wieder leise gewonnen. Ja. Mal kurz, ganz ruhig, bitte ruhig. Ah, das sind die Bessertropfen. Okay, weil ich hatte hier noch was komisches. Dings, eine Stopfen. Oh, hier ist noch ein. Als ob. Weiter entfernt oder so. Irgendwo da hinten. Ja. Oh Mann, da war auch ein Fuß. Ach, hab mich auch. Fuck. Ähm, ich hab ein Necro mehr. Wir liegen da super offen. Ja, ja. Ja gut, dann warte ich erst mal. Gehen von wo? Ja, alter. Zwischenberg. Da war er aufhin. Ja, warte, 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 lieber. Da unten. Warte einfach. Lass ihn zu dir kommen. Ah. Aber es ist echt, dass jetzt hier der Schuss einschlägt und dann hörst du erst den Schuss. Das ist krass. Das könnte noch mal langsam rauswerfen. Ja, ich hab eigentlich zum Werfen, ich weiß noch nicht, wohin. Oh, da hinten. Alter, wat? Das sind zwei, glaube ich, kann das sein. Oh, das ist schlecht. Von wem wurdest du gekillt, Moon? Warte mal, wie komm ich jetzt zurück? Ähm, warte, wie kann ich das nochmal machen? Wie kann ich... Also F. Ich bin von Chibi 2B gekillt. Unrecht steht das. Ja, ich auch. Okay. Das sind zwei, da unten war noch einer, oder? Genau da, wo der noch stand. Ja, es sind zwei. Es müssten ja zwei oder drei sein, das kann ja nicht anders. Fuck. Das wird die Konzertina davor und dann kannst du uns auch retten, weil da kann ich ja nicht durchschießen. Theoretisch. Hä? Achso. Bei mir war der Draht gerade nicht da. Na. Hm. Du standst hier, glaube ich, ein bisschen zu weit hinten. Ach, komm. Ich weiß nicht, wo hat der Killvio mal gucken, wo der durchgeschossen hat. Ja, der Warlock. Da waren die beiden mit dem... Na. Killvio, warte mal, guck mal. Na klar, das Bounty Team. Ja, der hat einfach mitten durchgeschossen. Weil der Warlock das... Na, war Warlock ist halt... Na, lag das zu tief oder was? Oder zu hoch? Na, eigentlich... Also laut dem Ding nicht? Kann man da mittlerweile durchschießen? Das ging mal ja nicht. Ja, früher nicht, aber ich weiß ja nicht, wie es mit der hinten ist. Na, das stimmt. Müsst du mal mal ausprobieren. Mal kurz gucken, wie viel Killz wir trotzdem hatten. Acht Tötungen insgesamt. Ach, naja, stimmt. Da waren ja noch zwei zum Schluss. Ich hab' die Crossbowen Deadeye freigeschaltet. bald hatten wir acht stück hast du gesagt acht stücke nicht schlecht ich kann aber ich kann aber schon immer noch nicht gucken haben wir nicht hier ich nehme wieder den sheriff von der scharifa ich nehme auch den chef danke schön für den wenn das stimmt Dankeschön und hallo Moin, Dankeschön Hallo Hansemann Hallo Hansemann Wieso kommt hier kein E-Lirt? Cool Ich lade mal kurz das Overlay Das wird nett Ich mag das sehr gerne Also ich finde die Map auch total schön Dankeschön auf jeden Fall Was magst du? Töge Echt? Ich mag Fla Oh ja, hab ich die Leute halt noch gekauft Ja, klasse Ne, uns kommt der Update echt gut Echt ein schönes Update Der Fuchs noch nicht Scheiße, man hat gekauft Einen schönen Fla Jetzt kommt's Hä? Jetzt kommt's? Hä? Moment, wieso kommt er jetzt doppelt? Okay, jetzt kommt's an Dankeschön für dein WeSup im sechsten Monat Dankeschön Du geilen Dorsch Ja, ja, ein Dorsch, ja So, was haben wir denn? Ey, kann man jetzt immer noch nicht sortieren, das nach dem, was ich habe, geht immer noch nicht, ne? Und nicht Das wär ja was Das ist auch unfassbar Da iset Da iser Dankeschön Ähm Was hatte ich jetzt? Mein Traum, Mann Was? Was? Der Hanse, Mann? Echt? Mein Traum, Mann Der ist schon 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 Sieht echt cool aus Macht aber auch Spaß Macht echt viel Spaß Die Maps sind echt So cool einfach Wie du auch die Die ganzen Gebiete So verwinkelt Und alles Und Da kannst du echt gut reinkommen Und das dauert Soll ich dirhardt 하게 Mitnehmen? Wen möchtest? Ich halte dich nicht davon ab Sag ich mal so Machst du das nicht? Nö. Mach, was du willst. Geh mit Gott, aber geh. Nächste Mal. Ähm... Wie heißt die Handgun Nummer? Ich hab das vergessen. Uppercut, das war das Wort. Aber... So. Oh, ich in der Muni-Box mit. Komm, heute, 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 heute wird reingegönnt hier. Der Big Player ist wieder unterwegs. Die sind durch die Nacht. Nagelt die Unterröcke fest. Genau, das war das. Die Unterröcke. Pass dich zum Spiel immer gut an, ne? Ein Hut, ein Stock, ein Darm und Unterrock. Ne, warte, das ging doch anders. Nö. Ein Stock... Was war das? Hackespitze... Bleib hoch, das Bein. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm... Hackespitze... Das war das andere, genau. Ja. Stimmt, sowas. Aber es gibt doch noch einen Hut, einen Stock, eine Dame und Unterrock. Ein Hut, einen Stock, eine Currywurst. Eine Currywurst. Eine Currywurst. Was? Drecksau. Was ist der, was ist der mit dir? Dreck sau. Toll. Die Leute, die jetzt in den Chat reinkommen, die wissen gar nicht, wann abgeht. Drecksau. Drecksau. Die denken sich, hey, was ist das denn hier für ein primitiver Laden? Die Leute im Video, hey, warte. So, generiert mal neue Subscribe. Drecksau. So, Handyaufladen. Weiß ich nicht, Marc, ist das neue Wii. Das ist irgendwie gewinnungsbedürftig. Gewinnungsbedürftig passt gut dazu, ja. Das richtig. Surprise. Das, ja. Ich glaube, das mögen auch selbst die Entwickler nicht. Also, kannst du mir nicht erzählen, ne? Dieser, ja. Ja. Ja, ja, ja. Meisterwerk. Hat auch einer gefragt, wie sieht das neue Wii aus? Ist das fertig? Hier, du Drecksau. Ja, du Drecksau. Die denken sich, weil wir beleidigen uns die ganze Zeit. ... ... ... ... ... Ich glaube, da war der im Urlaub gerade. Da war Handspielen in der Zeit. Ey, lass mich ruhig zocken. Ach, guck dir das Ui. Ja, Ui, 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 Schmui. Da kann man ja nicht viel falsch machen. Ja, ja, das passt schon. Ruhig, wir haben doch ein gutes. Ja, ja, da kannst du ja nicht viel falsch machen. Da hast du neu gemacht, gut gemacht. Alles klar, es geht gut. Ach, ey. Oh, die neue Maps spülen. Alles andere haben sie gut gemacht. Und dann haben sie gesagt, Ui, ja, lass uns das mal ausbringen. So, ich habe eine Afterball. Ich sage mal so, solange das Spiel gut läuft und alles funktioniert, ist ja okay. Das dauert halt nur drei Stunden, bis man in die nächste Runde kommt, weil man dann erstmal einen Hunter irgendwie ausrüsten muss und jedes Mal gucken muss, welche Tastalmation man drücken muss. Also ich muss sagen, aber wenn man halt reinkommt, dann geht das eigentlich mittlerweile. Und wir sind schon wieder Minenkoller. Mein Gott, heute. Egal, ich muss nochmal den Kektar machen. Den Kektar? Ja, Richtung 225. Wenn ich den Chatjeepetien gemacht hätte, wäre der besser geworden. Kann ich jetzt schon da hingucken? Wieder hingucken. Ja, und hört das? Hört man den schon? 225? Oh ja. Ja. 270. 285. So. Ja. Ja? Ja, ja. 270, 285. Ach, da, ja, ja. Das ist doch Graystone Pit. Graystone Pit. Auf 135 Meter. Krass. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hab's an Schautom. Mit dabei sind wir auf Fox, Moon und Chat. Hallo. Hallo. Fox, ist dir auch immer aufgefallen, dass du schon vor dem Start eigentlich losrennen kannst? Was? Ja, bevor dieses Wuch kommt, kannst du normalerweise erst losrennen. Aber du kannst irgendwie schon eine Sekunde vorher losrennen. Okay. Das ist komplett ungewohnt. Also aufgefallen ist mir tatsächlich nicht, aber ich guck gleich mal nächste Runde. Muss dann mal gucken. Muss einfach mal die Wege drückt halten. Mal gucken, wann dann losgehen sie. So. I will do that. Yo, yo, dort. Ja, da nicht. Na, die spinnen doch wohl. Die Römer. Den neuen Boss gemacht? Ja, klar. Ja, ich hab da grad ne heiße Spur. Echt? Du hast ne heiße Spur? Mhm. Da rennen wir grad hin. Muss daher nur viel Muni finden. Hey. Ich werde abgehangen hier von so'n, von so'n, was ist das hier? Fickinger, Schmickinger. Da muss irgendein Verbrecher sein. Der ist tätowiert. Oh, das ist ein... Kein Reinhalter. Der ist ausgebrochen, so wie der aussieht, so tätowierte. Was ist der denn jetzt? Haben verloren. Nein. Nicht verloren. Nee, doch. 303 mal 15. Oh. Ich komm, ich find da ja auch... Oh. Da hat sich jemand den gefunden. Hm. Aber nicht weit weg. Können die vorher machen? Ja, ich hab die Aftro bereit. Der ist noch nicht... Wir sind noch nicht nah. Nee, der ist hier... Hinter den Hügeln. Der Vulkan bricht aus. Autsch. Och. Komm mal. Pass auf, das ist von irgendwo dahin, wo ich schon angeschossen auch. Oh Gott, warum die Bücken jetzt an? Hinter so'n Kompon angeschossen, ne? Da auch genau, wo es brennt. Okay, kümmert du dich um ihn? Meine Muni ist leer. Oh. Muni liegt. Weißt du, die haben den, die haben den bekommen. Ja, seiner, sehr gut. Tot. Gut, Fuchs. Hä, ich hab alles gemacht, du hast den gekillt. Echt? Oh. Also entweder warst du's oder irgendjemand anders, aber ich war's nicht. Ich hab's... Ja, ich war... Also dann war ich, das ist okay. Der ist noch nicht tot, der Boss. Oh. Bei mir sind die beiden. Ich kann mal was mit dem Boss, ich versuch den... Versuch den Boss mitzumachen. Ja, ich auch. Haben wir. Sehr gut. Da hinten, hat nen Hit, da. Und da hat er auch einer. Der hat irgendwas gepult. Ähm. Was denn? Fuck. Ich hab halt so viel gewustet. Der ist da unten irgendwo am... Ihr könnt ja Bounty auch noch nehmen. Ja. Da. Du stehst jetzt auf. Ja, danke. Gott. Da. Da ist noch einer. Ja. Da. Hat auch ein Hit. Ich hab's mal gerade das Leben gerettet, man. Ja, der Stadtrick nehmen. Oh. Schön. Tschüss. Ach, sehr gut. Ich hol ihn. Mhm. Oh, dieses Pferd. Jetzt brauch ich Muni. Ganz viel. Na, hier ist ein... Long einmal hab ich hier schon rausgeholt. Mein Gott. Ich hab's doch gerade umgebracht. Kriegst du jetzt nen Hotdog ins Arsch gestockt. Was? Was? Ein Hotdog in was? Was? Ein Hotdog ins Arsch gestockt? 1,2,8 möchte der Welt etwas unglaublich Wichtiges mitnehmen. Ja, denkt er sich auch. Ihr habt euer Bestes versucht und seid in dieser Arbeit bescheidert. Was habt ihr daraus gelernt? Irgendwo hier müsste noch der Dritte liegen zuerst. Ach, hier ist noch ein Nachschub. Ach, hier kriegst du Long Ammo. Gott, thanks. Geil, warte, ich muss das nur was. Alles. Geil, drei Schuss. Drei Schuss? Ich hab drei Schuss daraus bekommen. Ach so, weil das Magazin wahrscheinlich nur drei Schuss hatte, ja. So, und was hat der Boss gedroppt? Äh, Rampage. What, Frontpage? Rampage. Ach so. Ich dachte, Frontpage. Geil, der enemy Hunter will at least one hell check empty triggers a restoration effect for you. So. So, gibst du noch irgendwo Muni? Ja, ja, dann kutscht er da über uns. Direkt über uns. Im Norden. Direkt über, ach da, ja. Oh, da ist auch noch Muni. Oh, hier, Doppelmuni. Ist er eh in die Richtung. Habt ihr den Nachschub schon aufgehoben? Ja. Jetzt auch nochmal. Gut. Das Problem ist, bei dem Ding ist auch ein WLAN-Symbol dran. Oder? Ne, das ist das Ding, was Krach macht, ne? Ja, ja. Das WLAN-Symbol ist Krach. Und da gibt es aber noch eins, was so einen Lautsprecher oder sowas dran hat. Das ist, äh... Wer nicht Lautsprecher hat, sondern ein Lautsprecher-Symbol, das ist dann... Hm. ...nicht Krach. Das ist noch, das ist noch ein Krach. Oh, Spitzer. Wo ist denn Special? Spitzer-Emmo. Moment, damit kriege ich meine Muni wieder voll, natürlich. Nimm mich. Wo ist denn die Special-Munition? Draußen vor der Tür. Nein. Dann gibt es keine. Scheiße, ich hab... Wow. Doch hier. Moment, mehr kriege ich nicht. Ach, da. Ja, hier, du kannst noch ein bisschen aufladen, aber das war's dann. Ist dann echt auch die alte Balten, die alte Muni. Fuck, ich hatte dich richtig spitz Erfolg gemacht damit. Ist ja schlecht, Jensen. Du blödes Fickarsch. Ah, tut mir leid. Bin ich im falschen Kanal gelandet? Warum? Fuck, du bist so schadenfroh, ne? Das ist unglaublich. Warum? Ja, weiß ich auch nicht, warum. Also im Normalfall fluche ich halt auch sehr gerne in meinem Leben. Scheiße, hast recht. Ja, und dafür habe ich die Retourkutsche bekommen, als ich geflucht habe. Warum? Nein, du verbrannt bist. Ich wollte, dass ich sofort am Brennen war. Ja. Wohl, zwei Schuss kriege ich aus der Spässe, das ist ein Special raus. Ich will wieder zurück zum Normalen. Ja, das ist, das muss dir nichts vergeben, Hansenmann, das passiert öfter. Ach so. Ja, das ist normal. Man gewöhnt sich irgendwann dran, das ist halt... Das. Nee, die wollen irgendwo abhauen. Irgendwo und wo? Spritzen. Geil. Geil, jetzt geht's los. Zoom, zoom, zoom. Nee, da war so ein Zettel, so ein Spritzenzettel. Weiß. Neben der Kasse. Hältet mir nur fünf Minuten. Fünf Minuten plus fünf Minuten sind zehn Minuten. Von daher. Was, du kannst rechnen? Ja, Wahnsinn. Das war nicht nur Kreide holen. Nee. Sag mal damit, weil ein guter Schüler. Faul, aber ein guter Schüler. Ein fauler, guter Schüler? Ja, Hausaufgaben und sowas war uninteressant. Das war, sowas brauchte man nicht. Ich brauchte das nicht. Ich brauchte das nicht. Ich dachte, du warst einer gewesen, der gesagt hat, Herr Lehrer, Sie müssen die Hausaufgaben kontrollieren. Nee, nee. Das waren immer die Besten. Das sind die, die für mich eine nicht ausgekriegt haben. Vom nächsten Mal wollten die das nicht mehr. Herr Lehrer, ich will die Hausaufgaben. Was möchtest du? Ja, kein Nix. Nein, Scheiß möchtest du. Scheiß? Ich bin einfach die ganze Zeit meine Faust so in die Hand gehauen. Komm. Nee, hör ab, du kack, Wasserspaß. Will nicht. Will nicht. Nee, nee. Ich häng hier fest. Ich will doch einfach nur hier was aus dem Dings krabbeln. Jetzt brennt er da. Oh, ich hab Ausdauer bekommen. Komm in der, ja. Wenn er noch Special sieht, sagt Bescheid. Sag mal, ich hab eine Ausdauerspritze drin und der Typ... Was ist denn mit dir? Das ist doch verpackt. Das wird eng, Moon. Beeil dich. Meister war vom Kopf. Was, der, ein Drecksau? Ja, richtig. Schimpfvater zum Beispiel. Sag den, ich bin gleich da. Dann warten die. Dann warten die. Oh, warte, gottags? Oh ja, dann. Oh, so, ja, Mensch. Oh, Mensch, so. Oh, moi, moi. Und weg. Habt ihr den? Oh, Mann. Das war nicht mal eine Chance, sie zu sehen. Also... Ist hier so hügelig. Das schafft er nicht. Lötteneisen. Traust du gar nichts zu. Okay. Ich schaff's das nicht. Dann guck mal. Guck mal, ob du das schaffst, ne? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Das war Spaß. Zählen kann er doch nicht. Hey. Auf. Gefangen. Ja, hier, fang. Dumms. Die, 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 die. Dumm. Der Aftor ist nicht so gut. Naja, ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob ich das sagen will. Was denn? Zähl mal. Ich weiß nicht, ob die Aftor das Problem ist. Du meinst ja lachen. Ach so. Du meinst ja lachen an der Muni. Ja, das weiß ich ja. Genau. Klar kann der Muni zählen, nicht an der Aftor. Drecksack. So, was hatten wir denn? Drecksau. Äh, drei Tötungen. Drei? Schön. Drei Tötungen. Drei Tötungen. Drei Tötenden sie im Laufe des Gefechts virtuell. Echt? Ja, natürlich niemals im echten Leben. So, ja, nee, das ist richtig. Wenn ihr genauso seht, schreibt mal in die Kommentare. Abo und euch natürlich nicht vergessen machen. Und lasst uns dann schauen, wenn wir einschalten. Tschüss. Tschüss. So, das war für YouTube. 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 So, die Aftor legen wir immer wieder schlafen. Achso, Witness ist jetzt ein normaler Trade. Das ist ja cool. Das ist richtig, das stimmt. Ja. Dann kriegst du noch ganz für fünf kaufen. Das ist richtig, das stimmt. Ja. Das ist richtig. Das stimmt. Das hast du sehr gut erkannt, mein Sohn und Bruder. Mein Sohn und Bruder. Oh, moin moin. Ja, moin moin. Papa, endlich. 1-1-2-8 möchte der Welt etwas unglaublich Wichtiges mitteilen. Ich mache mir Sorgen über den Wehenachschub. Nach diesem Kasten ist den anderen ist nur noch ein Kasten übrig. Scheiße. Was, Scheiße? Ja, wer Grimms geschrieben hat. Na toll. Ich mache mir Sorgen über den... Was? Biernachschub. Biernachschub. Diese Kasten und dem anderen ist nur noch ein Kasten übrig. Scheiße. Scheiße, Daniel. Scheiße. Flaschenpost anrufen. Oh. 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 Was spiele ich denn? Ich habe noch sechs Nitros. Ach, ne, war gelogen. Ich habe acht. Hm. Ich brauche irgendwas mit Bulle, Krabbler. Ich würde sagen, wenn du bis du zehn hast, dann spielst du die alle nachher nach runter. Ich nehme alle gleichzeitig mit. In einer Fähne. Akimbo. Akimbo, nein. Arme weggezogen. Steht da einfach nur zur Pause. Tschüss. Arme brauche ich nicht. Arme Schmarme. Wie viel Grad haben wir denn hier drin? 28,4. Gott, so kalt. Komm, dann nehmen wir noch eine aus. Dann nehmen wir nur Heilung mit. Ich habe noch nie so viel Kohle gehabt wie jetzt. Das ist unglaublich. Ich bin bei 88.500. Ich bin auch bei 20. Und ich bin Level 46. Das ist echt insane. Ich verdiene so viel Geld. Wofür? Raus mit den Moneten. Ne, solange die doch nicht wieder hier irgendwie nerven. So muss man ja ein bisschen was ansammeln. Aber ich mache eh wieder Prestige, wenn ich so weit bin. Ja, ey, das lässt ja sein. Ne, weiß ich nicht. Ja, doch. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du nimmst mich auch nicht auf den Arm. Ne. Hat sich was mit dem Geld geändert? Ja, jeder kann alles looten. Und gefühlt gibt es sehr viel Kohle. Also letztens bin ich, glaube ich, mit knapp 5k rausgekommen. So eine Runde. Oh gut, man hat jetzt momentan bei dem Event halt auch noch die Extrakassen, die dann irgendwie bis zu 1000 Dollar geben und so. Und dann hast du Geier und du kriegst auf jeden Fall bei jedem Hunter nochmal Geld. Und dann auch noch doppelt. So, ich habe auch nochmal doppelt manchmal bei Huntern bekommen. Hier das Höchste, was ich von hatte, war irgendwie 1025 oder so. Ja, du kriegst dann halt, manchmal bekomme ich dann 50 plus 75 dazu und. Das hat ja immer aus einem 1000 und dann der nächste nochmal 200. Oh, er ist insane, ey. Insane. Insani. Abo-Haft. Der kleine Gangster-Affe. Der kleine Gangster-Affe. Abo-Haft gibt die Stich. Kommt dann die Axt her? Das ist auch Supermarkt. Dinge, die mich noch nie jemand gefragt hat. Dann ist er eingeschaltet. Ach, nö. Mit dabei ist noch Ach, nö und der Fuchs. Und der Chat, hallo. Hallo. Verlissen jetzt Ach, nö. Falls ihr den Sattel findet mit einer Waffe oder so. Du hast keine Waffen bei? Du hast nur die Axt bei. Lass mich von jemandem. Hören wir doch mal zu, bitte. Okay, du hast doch alles gesagt. Bezähl doch mal. Bevor ich nachdenke. Nein, lass mich doch mal ausreden. Also, ich habe meine Waffen mit. Das Problem ist aber, dass ich anscheinend von einem Hunter vorher eine Axt gelootet habe. Und somit habe ich jetzt die Axt mit. Warum machst du das Wort? Ach, keine Ahnung. Musst du eine Waffe mitnehmen? Ich muss den Mund schon Schlaf hier machen, deswegen passiert das. Als hätte es euch nie passiert, dass ihr schon mal eine Waffe aus Versehen gedingst habt. Doch, das schon, aber in der nächsten Runde habe ich es dann noch nicht wieder der andere mitgenommen. Ja, aber mir ist es nicht aufgefallen. Davon ist noch ein Hinweis. Also, ich nehme auch schon mal absichtlich keine Waffen mit, sagen wir mal so. Oh, geht's mit den Fäusten. Da war doch gerade ein... Ja, auf 330. 15 Minuten Ausdauer, gut. Kingfischer. 5,5 Minuten. Wuhu. Kingfischer. Was? Och. So. Okay. Okay. Drecksau. Ja, ich muss das... Musst du mal kurz hier... Unglaublich, ey. Der muss sich mal echt hier unglaublich, okay. Stopp mal kurz. Okay, das ist nur das Wasser gewesen. Hier läuft jemand rum. Okay, ich warte jetzt. Ich bin so... Ich bin so weit weg, ich bin einfach weitergerannt. So, Moment. Gott. Ja, Gott. Nicht ruckeln hier. Mein Gott, manchmal beamt man so schnell nach vorne. Ja, ja. Da darf ich gerade hoch. Und diese Legs. Gib mir zwei Prunke, du Arsch. Drück so. Hälfte mal. Das ist nett. Jetzt brauche ich Leben. Was? Sag das nicht. Jetzt brauche ich Leben. Jetzt brauche ich... Ich habe dich eigentlich getroffen. Ah, hier ist da so ein Raum. Nee, aber wegen dem Morty. Ach so. Ich dachte, ich hätte jetzt verprügt. Danke, jetzt brauche ich Leben. Nein. Nein, nein. Was ist da ein extra Raum? Ist da so ein Kammerkörper der Schreckens? Nee. War kein Raum. Aua. Bei mir läuft wer? Ja, ich weiß. Wie ich bin's. Nein, hier läuft wirklich wer auf 135. Dann halte ich mich halt so. Der läuft hier oben. Glaube ich. Da ist sie. Wasser, oder? Und einer läuft da oben. Ja. What the fuck? Eine Crack. Von wo? Ja, irgendwo von vor mir. Ach, vor mir. Am Baum. Ach, da. Ich glaube, überall. Oh Gott, oh mein Gott. Ich glaube, das war überall. Das war überall. Also ich muss immer zu dem kläden. Bis später. Okay, bis später. Es ist bis später. Wie lange wolltest du denn noch machen? Ja genau, sonst hätte ich gefragt. Ja, dann hätte ich gesagt, dann machen wir nichts weiter. Weil tatsächlich bin ich auch langsam ein bisschen unkonzentriert. Ja, ich bin halt auch ein bisschen durch schon. Unkonzentriert. Ich bin auch schon durch. Oh, warte mal. Apropos durch. Also machen wir... Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Soll ich... Ja. Ich habe auch niemanden gekillt. Nee. Ich lad mir mal eben kurz die Bilder hoch, bevor ich das wieder vergessen habe. Dann würde ich schon mal sagen, vielen lieben Dank für das Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für den ganzen Support. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und, ähm, ja. Genau. Genau. Ähm, der läuft momentan... Ich bin aber nicht sicher, ob das schon immer so... Genau, nee, der läuft momentan bei mir nicht auf Flow. Da ist 936 oder so. Das soll wohl besser sein, gerade für die Bitrate. Solange man irgendwie selbst noch nicht mit AV1 oder so streamen kann nach Twitch, was ja vielleicht bald mal geben soll oder so. Ähm, ja, nutze ich momentan noch für 936. So, das soll theoretisch besser sein, so. Wegen der Bitrate und alles. Und deswegen... Aber ich nehme die immer noch gleichzeitig nebenbei auf. Und Lati dann dementsprechend immer zeitnah dann auf YouTube dann hoch. Als VOD dann in 2K auch und so weiter. Und, genau. Deswegen, weil er noch mal die Streams nachbauen wollte. Könnt er es da gerne machen. Genau. Ja. Sei auch mal ein Dankeschön fürs Reinschalten, fürs dabei sein. Und Hanselmann, vielen Dank für sein Follow. Nochmal, Entschuldigung. Achso. Ich hab nur gesehen, dass er mich gefollowed hatte vor 15 Minuten. Und ich hab keinen Ton bekommen. Ja, ich hatte ja auch keinen gehabt. Ich hab keinen, Hanselmann. Ja, ich glaub, Stream-Elements ist grad ein bisschen müde. Ja. Dankeschön auf jeden Fall fürs Reinschalten. Euch noch ein schönes Restwochenende. Und wir sehen und hören uns zeitnah wieder. Sonst einfach Instagram im Baugewalten. Da poste ich, wenn ich dann live bin. Dankeschön für alles. Und gute Nacht. Schlaf gut. Tschüss, Hanselmann. Und alle, die in uns noch ein Uhr da sind. Tschüss. Tschüss. Sehr gut. Morgen um 13 Uhr gibt's dir die nächste Folge. Auch wieder vom Event. Dankeschön fürs Reinschalten und fürs Gucken. Tschüss. Warte, wo ist der Knopf da? Und noch gute Nacht, Rimmel. Sie auch. Der auch. Tschüss. Tschüss.